Hörbuch Krimitatort Brest von Seltsameck kennt sie YouTube-Video, Inhalt, in der französischen Normandie passiert ein Mord und alles deutet darauf hin, dass der Täter sich als Grundlage einer mittelalterlichen Sage bedingt. Nun beginnt die Aufklärung. Die Frau hatte am Ende eingewilligt, ihren Namen zu nennen. Valentin Vandermeaux, wiederholte er, und sie kommen aus Ordebeck. Ordebeck, in Calvados. Sie sagten, sie haben Kinder? Vier. Drei Jungen und ein Mädchen. Ich bin Witwe. Was ist vorgefallen? Wieder griff die Frau zu ihrer großen Tasche und zog eine Lokalzeitung heraus. Sie faltete sie leicht zitternd auseinander und legte sie auf den Tisch. Um diesen Mann geht es. Er ist verschwunden. Wie ist sein Name? Michel Herbier. Ein Freund von Ihnen? Ein Verwandter? Oh nein, so ziemlich das Gegenteil. Das heißt? Adamsberg wartete geduldig auf die Antwort, die schwierig zu formulieren schien. Ich verabscheue ihn. Ah, sehr gut, sagte er und nahm sich die Zeitung. Während Adamsberg sich auf den kurzen Artikel konzentrierte, betrachtete die Frau mit besorgten Blicken die Wände. Angst vor allem. Angst vor der Stadt, Angst vor den anderen, Angst vor dem, was werden die Leute sagen, Angst vor ihm. Wie er auch noch nicht verstanden hatte, warum sie bis hierher gekommen war und ihm von diesem Michel Herbier erzählte, wenn sie ihn hasste. Der Mann, Rentner, gesessener Jäger, hatte mit seinem Mofa das Anwesen verlassen und war seitdem verschwunden. Nach einer Woche Abwesenheit waren die Gendarmen zu einer Sicherheitskontrolle bei ihm eingedrungen. Der Inhalt seiner beiden Gefriertruhen, die vollgestopft gewesen waren mit Windbrett aller Art, lag gänzlich über den Boden verteilt. Das war alles. Ich kann mich da nicht einmischen, sagte Adamsberg entschuldigend, indem er hier die Zeitung zurückgab. Wenn dieser Mann verschwunden ist, verstehen Sie, dann ist dafür zwangsläufig die örtliche Gendarmerie zuständig. Und was auch immer Sie wissen, müssen Sie denen dort sagen. Das ist unmöglich, Herr Kommissar. Sie verstehen sich nicht gut mit der örtlichen Gendarmerie? So ist es. Darum habe ich auch diese Reise gemacht. Um mir was zu sagen, Madame Vandermeaux. Die Frau strich ihre geblümte Bluse glatt und senkte den Kopf. Das sprechen viele Leuchter, wenn man sie nicht ansah. Was mit ihm passiert ist oder passieren wird? Er ist tot oder aber er wird sterben, wenn man nichts unternimmt. Sagen Sie das, wenn man ihn bedroht wird? Ja. Hat er einen Feind? Heilige Mutter Gottes, den schrecklichsten einer Feinde, Kommissar. Kennen Sie dessen Namen? Oh Gott, den darf man nicht aussprechen. Adamsberg seufzte bekümmert, mehr ihre als seinetwegen. Und Sie meinen, dieser Michel Herbier ist geflohen? Nein, er weiß es ja nicht. Er ist bestimmt schon tot. Er war ergriffen worden. Verstehen Sie? Adamsberg starrt auf, verließ sein Büro und ging zu Kommandant Danglar hinüber, der verdrossen über seinen Akten saß. Neben einigen anderen Milliarden Informationen hatte Danglar in seinem Gehirn fast alle Namen von Chefs und Unterchefs der Gendarmerien und Kommissariate Frankreichs gespeichert. Der Kapitän der Gendarmerie von Ordebeck, sagt Ihnen der was, Danglar? Ordebeck im Palvados? Ja. Das ist Immélie, Louis-Nicolas Immélie, Louis-Nicolas in Anlehnung an seinen Vorfahren, Louis-Nicolas Davout, Marschall des Kaiserreichs, Befehlshaber des Dritten Chors von Napoleons Grandes Armee, Schlachten bei Ulm, Austerlitz, Preußisch-Illot, Wagram, Herzog von Auerstedt und Fürst von Eckmühl, nach dem Namen einer seiner berühmten Schlachten. Danglar, es ist der Mensch von heute, der mich interessiert, der Bulle von Ordebeck. Ja, genau. Seine Herkunft zählt nämlich viel. Er lässt niemanden darüber im Unklaren. Darum kann er mitunter etwas hochfahren, stolz, martialisch auftreten. Bis auf dieses napoleonische Erbe aber ist er ein recht sympathischer Mann, sehr besonnen als Bulle, vorsichtig, vielleicht allzu vorsichtig. Um die vierzig, hat sich in seinen früheren Dienststellen nicht sonderlich hervorgetan, in der Banlieue von Lyon, glaube ich. Er will seine Ruhe haben in Ordebeck. Es ist trüglich dort. Adams Berg kam in sein Büro zurück. Diese Michel Herbier, warum verabschauen Sie ihn? Eine Welt verabscheut ihn, Kommissar. Er ist ein schrecklich brutaler Kerl, der war schon immer so. Niemand redet mit ihm. Aber dennoch haben sich Nachbarn Sorgen um ihn gemacht. Ja. Und die Gendarmen sagen, sie haben ihn auch in keinem Krankenhaus gefunden. Als sie sich das Haus angesehen haben, lag der Inhalt der Gefriertruhen über den ganzen Raum verstreut. Die Frau erschauerte ein wenig. »Brigadier Beriot«, »der, der, der ist sehr nett zu mir, nicht wie der Kapitän Emery«, hat mir diese Szene beschrieben. »Es war grauenvoll«, hat er gesagt. Auf dem Boden lag eine Hälfte einer Blache, aber mit dem ganzen Kopf mehrere Keulen von Hirschkühen, Häsinnen, Frischlinge, Rebhühner. Das alles einfach so hingeschmissen, Kommissar. Als die Gendarmen reinkamen, faulte das schon seit Tagen. Bei dieser Hetze ist das Kreuz gefährlich, all diese Fäulnis. Häsinnen? Hirschkühe. Ist ein guter Beobachter, ihr Brigadier. Jagt er auch? Oh, nein. Wir sagen zwangsläufig Hirschkuh oder Häsin, weil wir ja wissen, wie er ist, Herbie. Nee, er ist ein widerlicher Jäger, ein Verbrecher. Er tötet nur Weibchen und Jungtiere und ganze Würfe. Er schießt sogar auf trächtige Weibchen. Aber da er das in der Nacht macht, kriegt Emery ihn nie zu fassen. Fest steht jedenfalls, dass seit Langem kein Jäger mehr mit ihm auf die Jagd gehen will. Demnach hat er dutzende Feinde, Madame Vandermont. Also, es ist eher so, dass niemand mit ihm verkehrt. Meinen Sie, dass Jäger ihn umbringen würden? Ist es das? Oder auch Gegner der Jagd? Oh nein, Kommissar, den hat was ganz anderes ergriffen. Nachdem sie einen Augenblick lang recht mitteilsam gewesen war, zögerte die Frau von Neuem. Sie hatte immer noch Angst. Es war eine hartnäckige, tiefinnerliche Furcht, die Adamsbergs Aufmerksamkeit noch immer beschäftigte, während der Fallerbier die Reise aus der Normandie nicht erfordert hätte. Wenn Sie nichts wissen, fuhr er in müden Ton fort, oder wenn es Ihnen untersagt ist, zu reden, kann ich Ihnen nicht helfen. Lina, meine Tochter, sagte sie darum hastig, hat ihn gesehen. Erbier. Sie hat ihn zwei Wochen und zwei Tage vor seinem Verschwinden gesehen. Ihre Tochter hat ihn gesehen? Und irgendwas hat sie auf den Gedanken gebracht, er würde ermordet werden? Ja, er schrie. Und noch drei andere waren mit ihm. Es war in der Nacht. War bis eine Schlägerei, wegen der Hirschkühe und der Rebhühner. In jener Nacht, sagte sie langsam, hat Lina das wütende Heer vorüberreiten sehen. Wen? Das wütende Heer, wiederholte die Frau mit leiser Stimme. Und Erbier war unter ihnen. Und er schrie. Und noch drei andere. Ist das ein Verein? Irgendwas, das mit der Jagd zu tun hat? Madame von der Rosa Aderskark ungläubig an. Das wütende Heer, sagte sie wieder sehr leise. Die wilde Jagd. Sie wissen nicht? Nein, sagte Aderskark. Und hielt ihrem erstaunten Blick stand. Wie? Sie kennen nicht mal ihren Namen. Die Messni-Eleka? Flüsterte sie. Nein. Tut mir leid. Wiederholte Aderskark. Wer? Das verwegene Heer, kennen Sie die Truppe? Fragte er, während er seine Schlüssel und sein Mobiltelefon einsteckte. Wütende, korrigierte die Frau. Ja. Die Tochter von Madame von d'Amour hat den Verschollenen mit ihr gesehen. Und noch ein paar andere, beharrte die Frau. Jean Glahieu und Michel Mortembeau. Aber den vierten hat meine Tochter nicht erkannt. Ein Ausdruck heftiger Überraschung geht über Werons Gesicht. Dann lächelte er leicht, die Oberlippe lüpfend. Wie ein Mensch, dem man ein ganz unerwartetes Geschenk macht. Ihre Tochter hat das Heer tatsächlich gesehen? Fragte er. Ja, sicher. Und wo? Da, wo es bei uns vorüberzieht. Auf dem Weg von Bonnwall, im Wald von Allons. Da ist es immer durchgeritten. Adersberg zog die kleine Frau mit sich aus dem Büro und bat sie, am folgenden Tag wiederzukommen. Oder ihn demnächst noch einmal anzurufen, wenn alles in ihrem Kopf ein wenig klarer wäre. Weron, auf einem Stift herumkauend, hielt ihn diskret zurück. Jean-Baptiste? Fragte er. Hast du wirklich nie davon gehört? Von dem wütenden Herr? Adersberg schüttelte den Kopf. Dann frag mal d'Angla, insistierte Weron. Das wird ihn sehr interessieren. Warum? Weil es, soviel ich weiß, die Ankündigung einer Erschütterung ist. Einer verdammt heftigen Erschütterung vielleicht. Wieder lächelte Weron kaum merklich. Und als hätte das plötzliche Auftauen dieses wütenden Heers ihn auf einmal überzeugt, unterschrieb er. Als Adersberg nach Hause kam, stand sein Sohn Serk in der Küche mit Zigarette im Mundwinkel. Die verwegene Armee, sagt dir das was? Fragte Adersberg. Die was? Fragte Serk und machte sich daran, den Tisch zu decken. Die Gabeln rechts und die Messer links vom Teller, genau wie sein Vater. Ach, lass es. Wir werden D'Angla danach fragen. Weißt du, Serk, es gibt drei Regeln zu beachten und damit bist du aus dem Schneider. Wenn man eine Sache nicht bis zum Ende durchstehen kann, muss man Weron fragen. Wenn einem etwas Schwieriges nicht gelingt, muss man Rétrancourt fragen. Und wenn man etwas nicht weiß, muss man D'Angla fragen. Diese drei Dinge musst du verinnerlichen. Aber heute Abend wird D'Angla ziemlich sauer sein. Ich weiß nicht, ob wir da viel aus ihm rauskriegen. Weron kehrt in die Brigade zurück, und das wird ihm nicht schmecken. Adersberg rief seinen dienstältesten Stellvertreter an, während Serk das Abendessen servierte. Er glünstete Tartunfisch mit Zucchini und Tomaten, dazu Reis zum Nachttisch, Früchte. Serk hatte darum gebeten, eine Zeit lang bei seinem Vater wohnen zu dürfen, und die zwischen ihnen geschlossene Übereinkunft sah vor, dass er für das Abendessen sorgte. Was leicht umzusetzen war, denn Adersberg war nahezu gleichgültig gegenüber dem, was er aß. Er konnte ewig den gleichen Teller Pasta herunterschwingen, wie er auch ständig das gleiche Anzug, Jacke und Hose aus schwarzem Leinen, wie immer das Wetter war. »Donglar weiß wirklich alles?« fragte der junge Mann. »Nein, es gibt viele Dinge, die er nicht weiß. Er weiß nicht, wie man eine Frau findet, obwohl er seit zwei Monaten eine neue Freundin hat, was schon ein außergewöhnliches Ereignis ist. Er weiß nicht, wo man Wasser suchen muss, aber Weißwein findet er ziemlich schnell. Dagegen weiß er alles, was auf den ersten Blick nicht von Nutzen ist. »Alle Bibliotheken dieser Welt haben Eingang gefunden in Danglars Kopf, und noch immer ist da eine Menge Platz drin.« Adersberg hob eine Hand zum Zeichen, dass er Danglar endlich erreicht hatte. »Danglar, können Sie auf einen Sprung vorbeikommen?« »Da ist eine Sache, die mir keine Ruhe lässt. Die kleine Frau mit der geblümten Blüse, die vorhin bei uns war, haben Sie die bemerkt?« »Sie war wie gelähmt vor Schrecken.« »Hat sie ihm gesagt, warum?« »Es ist ihr scheinbar verboten, darüber zu reden. Ihre Tochter hat das verwegene Heer vorüberrasen sehen. Wissen Sie, was sie damit meint?« »Nein.« Adersberg war grausam enttäuscht, nahezu gedemütigt, als hätte er vor seinem Sohn soeben versagt, sein Versprechen nicht eingelöst. »Werraus scheint zu wissen, worum es sich handelt,« fuhr Adersberg fort. »Er hat mir geraten, Sie zu konsultieren.« »Ach ja«, sagte Dungla in etwas lebhafteren Ton, »die Erwähnung Ferrons schien ihn in Unruhe zu versetzen.« »Was genau hat er denn gehört?« »Dass Ihre Tochter in einer Nacht das verwegene Heer gesehen hat und dass diese Tochter, sie heißt Lina, noch einen Jäger und drei andere Kerle in der Bande erkannt hat.« »Der Jäger ist seit über einer Woche verschwunden, sie meint, dass er tot ist.« »Wo?« »Wo hat sie das alles gesehen?« »Auf einem Weg dort in ihrer Nähe, in der Gegend von Ordebeck.« »Ach«, sagte Dungla, nun sichtlich belebt, wie jedes Mal, wenn seine Kenntnisse gefragt waren. »Ach! Das wütende Heer, nicht das verwegene...« »Wütende, pardon.« »Sie hat wirklich davon gesprochen?« »Von Alecars Gefolge?« »Ja, so einen Namen hat sie genannt.« »Die wilde Jagd?« »Auch den«, sagte Adamsberg und sandte Serg ein triumphierendes Augenzwinkern.« »Und diese Lina hat den Jäger in der Truppe gesehen?« »Genau!« »Er schrie, so scheint es, und die anderen auch.« »Wohl eine ziemlich beunruhigende Hörne.« »Beunruhigend«, sagte Dungla und amüsierte sich einen Moment. »Das ist nicht das richtige Wort, Commissar.« »Das meint auch Veran, dass wir uns mit dieser Bande auf eine verdammt heftige Erschütterung gefasst machen müssen.« Wieder hatte Adamsberg Vérons Namen genannt, und mit Absicht. Nicht, um Dungla zu verletzen, sondern um ihn wieder an die Anwesenheit des Létenants in der Brigade zu gewöhnen, ihn gleichsam zu desensibilisieren, indem er ihm seinen Namen in wiederholten kleinen Mengen indizierte. »Huchen Sie doch auf ein Glas vorbei.« »Ich nehme an, die kleine Frau hat mit dem Kapitän in Orbebent darüber nicht sprechen, Ohanke.« »Sie weigert sich wohlführend.« »Das ist normal. Er würde es wohl nicht sonderlich zu schätzen wissen.« »Was weiß man über diesen verschwundenen Jäger?« »So viel, dass er ein grausamer Schlechter ist.« »Und schlimmer noch, denn er tötet vor allem Weibchen und Jungtiere.« »Die örtliche Jagdlieger hat ihn ausgeschlossen. Niemand will mehr mit ihm jagen gehen.« »Ein übler Typ also, gewalttätig, ein Killer?« fragte Dungla und trank einen Schluck. »Offensichtlich.« »Das passt.« »Die Selina wohnt in Ordebeck selbst, war es so?« »Ich glaube.« »Dieses Heer, ist es über den Pfad von Bonn-Wall gekommen?« »Was ist der Name, den die Frau genannt hat?« antwortete Adamsberg überrascht. »Haben Sie gehört, wie Sie diesen Weg erwähnte?« »Nein, aber er ist einer der bekanntesten Grimm-Wells. Er durchquert den Wald von Allons. Sie können sicher sein, dass kein Bewohner von Ordebeck ihn nicht kennt, und dass Sie diese alte Geschichte immer wieder aufwärmen, selbst wenn Sie sie lieber vergessen würden.« »Kenne ich nicht, Dungla.« »Dieses Wort Grimm-Welt.« »So nennt man einen Weg, über den die Messnie-Alequin zieht.« »Oder das wütende Heer, wenn Ihnen das Liebe ist.« »Oder die wilde Jagd.« »Nur wenige Männer oder Frauen haben Sie je gesehen.« »Einer dieser Männer ist sehr berühmt. Er hat sie auch in Bonn-Wall gesehen, genau wie die Selina. Er heißt Bochelin, und er ist Pfarrer.« Adamsberg warf seine Asche in den kalten Kamin und wartete. Dieses etwas provokante Lächeln, das die weichen Wangen des Kommandants fändete, verhieß ihm nichts Gutes, außer dass Dungla sich nun endlich vollkommen wohl fühlte.« Es geschah Anfang des Monats Januar im Jahr 1091, fünf Jahre vor Beginn des ersten Kreuzzuges. Die Chronik des Elinor de Framont vom Beginn des dreizehnten Jahrhunderts gibt ein genaues Bild davon. »Einen Augenblick. Ich versuche, mich zu erinnern. Es ist ja kein Text, in dem ich alle Tage lese.« »Tun Sie das«, sagte Adamsberg, etwas verwirrt. Seit er begriffen hatte, dass sie sich gerade ins tiefste Mittelalter entfernten, Michel Herbier seinem Schicksal überlassend, stellte sich die Geschichte der kleinen Frau und ihres Entsetzens unter einem Blickwinkel dar, mit dem er nichts anzufangen musste. Er stand auf und schenkte sich ein kleines Glas ein. Das wütende Heer ging ihm nichts mehr an, und über die verwuschte Madame Vendermont hatte er sich getäuscht. Sie brauchte ihn nicht. Sie war eine harmlos schwachsinnige Person. »Es ist sein Onkel Elbeau, der das Geschehen berichtet«, präzisierte Dungla, der sich jetzt nur noch an den jungen Mann wandte. »Der Onkel von Elinor de Framont?«, fragte Serg, sehr konzentriert. »Genau, sein Onkel väterlicherseits.« Er sagt so. Als wir uns um die Mittagzeit diesem Waldstück näherten, ich und mein Diener, hörte er ein lautes Getümmel im Wald, wie vom Gewirr vieler Pferde, von Waffenlärm und vom Rufen einer großen Anzahl von Männern, die sich auf einen Angriff vorbereiteten. Von Erschrecken kamen er und sein Pferd zu uns zurück. Als ich ihn fragte, warum er umgekehrt sei, antwortete er, »Ich konnte mein Pferd nicht vorantreiben, nicht durch Schläge, nicht durch Sporen, und ich selbst bin so erschrocken, dass ich nicht weitergehen konnte.« Dungla streckte den Arm zu dem jungen Mann hin. »Serg, gieß mir noch mal ein, und du wirst erfahren, was die Selina gesehen hat und welche Angst sie in ihren Nächten umtreibt.« Und der Diener fährt fort. »Der Wald steckt voller Totenseelen und voller Dämonen. Ich habe sie rufen und schreien hören. Den Amtmann von Ark haben wir schon, jetzt holen wir uns noch den Erzbischof von Roers.« Darauf erwiderte ich, »Wir wollen unsere Stirn mit dem Kreuz zeichnen und also behütet weitergehen.« »Jetzt spricht wieder der Onkel Elbow.« »Genau. Und Elbow sagt, als wir voranschritten und den Wald erreichten, breitete sich schon die Dunkelheit aus, und dennoch hörte ich Stimmengewirr, Waffenlärm und Pferdegewirr. Aber ich konnte weder die Schatten erkennen noch die Stimmen verstehen. Als wir zu Hause angekommen waren, fanden wir den Erzbischof in seinen letzten Zügen liegen, und er überlebte keine zwei Wochen, nachdem wir diese Stimmen gehört hatten. Wir schlossen daraus, dass er von diesen Geistern geholt worden war, von denen wir hatten Sagen hören, sie seien gekommen, ihn zu ergreifen.« »Das entspricht nicht dem, was die Mutter von Lina erzählt hat«, hieß Adamsberg sich im gedämpften Ton vernehmen. »Sie hat nicht gesagt, dass ihre Tochter Stimmen gehört hätte oder Gewirr oder dass sie Schatten gesehen hätte. Sie hat lediglich Michel Herbier und drei andere Kerle mit einigen Männern von diesem her gesehen.« »Deshalb? Weil die Mutter nicht alles zu sagen gewagt hat. Und weil man in Ordebeck nicht alles Haarklein erläutern muss. Wenn dort einer sagt, ich habe die wilde Jagd vorüberreiten sehen, dann wissen alle sehr wohl, wovon die Rede ist. Und eins ist sicher, Kommissar, Lina dürfte es in Ordebeck jetzt sehr schwer haben. Man geht ihr bestimmt aus dem Weg, meidet sie wie die Pest. Ich glaube, die Mutter wollte ihnen davon erzählen, um ihre Tochter zu schützen. Vor allem darum. »Was hat sie also gesehen?« fragte Serg, die Zigarette zwischen den Händen. »Dieses alte Heer, Serg, das da solchen Krach verbreitet, ist ziemlich demoliert. Die Pfähne und ihre Reiter sind abgezehrt, es fehlen ihnen Arme und Beine. Es ist eine Armee von Toten, halbvermoderten, schreienden und sich wild gebärdenden Toten, die den Himmel nicht finden. Versuch dir das vorzustellen!« »Ja«, Serg nickte und koste sich ein neues Glas ein. »Dieses wütende Heer schreibt immer auch ein paar lebende Männer oder Frauen mit sich, die schreien und wehklagen, in Feuer und Pein. Und die sind es, die der Zeuge erkennt, genau wie Lina den Jäger und drei andere Individuen erkannt hat. »Diese Lebenden flehen darum, dass eine gute Seele ihre schändlichen Verbrechen wiedergutmacht, damit sie von ihrer Qual erlöst werden.« »Genug jetzt«, bat Adamsberg. »Wir können uns das nun ganz gut vorstellen.« »Sie waren es doch, der mich hier gebeten hat, ihnen etwas über das Heer zu erzählen«, meinte Dandlar mit säuerlicher Miene. Adamsberg zuckte die Schultern. Solche ausführlichen Wiedergaben schläferten ihn immer leicht rein. Er hätte es bei Weitem vorgezogen, dass Dandlar sich mit einer Zusammenfassung beglückte. »Ein schöner Text, nicht wahr?« fragte er Adamsberg mit einem feinen Lächeln. »Lächternheit wie Anmut, alles drin.« »Doch«, fuhr Dandlar fort, »was auch immer der Zeuge tut, wenn er nach dieser Schreckensvision nach Hause kommt, die lebenden Personen, die er in der Macht der Alter gesehen hat, sterben in der Woche, die auf die Erscheinung folgt.« »Oder bestenfalls drei Wochen später.« »Und einen Punkt sollten wir auch für die Geschichte der kleinen Frau festhalten, Kommissar.« »Alle, die von dem Heer ergriffen werden, sind Schorken, schwarze Seelen, Ausbeuter, unwürdige Richter oder Mörder, und meistens ist ihre Untat ihren Zeitgenossen nicht mal bekannt. Straflos. Darum nimmt das Heer sich ihre an.« »Wann genau hat Dina die Vision gehabt?« »Vor über drei Wochen.« »Wann besteht kein Zweifel«, sagte Dandlar ruhig, indem er sein Glas betrachtete, »dann ist der Mann tot.« »Von der Messny Elekan geholt.« »Der Messny, Kommandant?« fragte Serg. »Dem Geschlecht der Elekan, wenn du so willst.« »Elekan ist sein Seigneur.« Adamsberg kam wieder ein bisschen neugieriger zum Kamin zurück und lehnte sich an die Backsteinerne Einflussung. Die Tatsache, dass das wütende Heer straflos ausgegangene Mörder kennzeichnete, interessierte ihn. Ihm wurde plötzlich klar, dass die Männer in Ordebeck, deren Namen Lina genannt hatte, sich nicht mehr allzu wohl in ihrer Haut fühlen durften. Die anderen mussten sie beobachten, sich ihre Gedanken machen, sich fragen, was für ein Verbrechen sie begangen haben mochten. Auf welche Weise sterben die, die ergriffen werden?« »Das kommt darauf an. Wenn es nicht durch eine blitzartig auftretende Krankheit oder einen Unfall geschieht, dann von der Hand eines Irdischen, der sich zum Vollstrecker des gnadenlosen Willens der Armee macht.« »Ein Mord also, aber ein von Seigneur Elekan befohlener Mord.« »Sie verstehen?« Jetzt fand Adamsberg plötzlich, dass die Begegnung mit einer Frau, die die Gabe hatte, dieses schaurige Heer zu sehen, eine seltene und anregende Erfahrung war, und dass die realen Konsequenzen einer solchen Vision erschreckend sein konnten. Adamsberg zog einen Stuhl heran und setzte sich, die Beine lang ausgestreckt, womit er den kleinen Kreis der drei Männer vor dem Kamin schloss. Und doch fuhr er an Ganglers Stelle fort. Es ist nur die Geschichte einer unglücklichen jungen Frau, die immerhin so verstört ist, dass sie Visionen hat, und einer Mutter, die so verängstigt ist, dass sie daran glaubt und sogar die Polizei um Hilfe bittet. Und doch ist es auch eine Frau, die vier Tode ankündigt. »Nehmen Sie mal an, Michel Abier ist nicht weggefahren. Nehmen Sie an, man findet seine Leiche.« »Dann ist Lina in einer sehr schlimmen Lage.« »Wer sagt, dass sie Abier nicht umgebracht hat und diese Geschichte nur erzählt, um ihre Leute zu verwirren?« »Verwirren? Wie das?« Meinte Adamsberg lächelnd. »Glauben Sie tatsächlich, dass die Reiter dieses wütenden Ehres plausible Verdächtige für einen Bullen abgeben? Glauben Sie, Lina hält sich für schlau, wenn sie uns einen Typen als Schuldigen anbietet, der seit tausend Jahren dort in der Gegend herumreitet? Wen sollen wir da verhaften? Den Boss von dieser Arkansippe? Elke. Und er ist Senieur. Am Ende gar ein Nachfahre von Odin.« Danglar füllte mit sicherer Hand sein Glas. »Vergessen Sie es, Kommissar! Lassen Sie die Reiter ohne Beine, wo Sie sind, und die Selina auch!« Adamsberg nickte zum Zeichen der Zustimmung. Und Danglar leerte sein Glas. Nachdem er gegangen war, lief Adamsberg mit leerem Blick ins Zimmer auf und ab. »Kommandant Danglar wird schon recht haben.« »Die Frau ist bestimmt nicht ganz richtig im Kopf. Was willst du mit ihrer wütenden Armee anfangen?« »Was mich stört, ist nicht ihre Armee, Sark, sondern, dass da einer kommt und mir mehrere gewaltsame Tode ankündigt. Auf welche Weise auch immer.« Gleich nach seiner Ankunft in der Brigade beim nächsten Morgen sah Adamsberg im Telefonverzeichnis nach und rief Kapitän Louis-Nicolas Emery, der Gendarmerie von Oddebecker. »Ich höre, Kommissar,« sagte er misstrauisch. »Kapitän Emery, ich rufe wegen dieses verschwundenen Mannes an, der mit dem ausgelehrten Gefrierschrank.« »Herbier?« »Ja.« »Gibt's da was Neues?« »Nicht das Geringste. Wir haben sein Haus durchsucht und alle Nebengebäude. Keine Spur von der Person.« »Eine angenehme, vielleicht ein wenig zu wohl artikulierte Stimme. Ein sehr bestimmter und ausgenommen höflicher Tonfall. Interessiert Sie etwas an der Angelegenheit?« fuhr der Kapitän fort. »Es würde mich verwundern, wenn Sie von einem so gewöhnlichen Vermisstenfall betroffen sein sollten.« »Das bin ich nicht.« »Ich fragte mich lediglich, was Sie zu tun gedenken.« »Das Gesetz anwenden, Kommissar.« »Niemand hat einen Nachforschungsantrag gestellt, folglich fällt der Mann nicht unter die vermissten Personen.« »Er ist mit seinem Mofa weggefahren, und ich habe keinerlei Recht, mich an seine Fersen zu heften.« »Er ist ein freier Mensch«, betonte Emery, mit einer gewissen Arroganz. »Was halten Sie von seinem Verschwinden?« »Kapitän?« »Nicht sehr verwunderlich, im Grunde.« »Erbier war nicht sehr beliebt in der Gegend.« »Ja, viele hassten ihn regelrecht.« »Die Sache mit dem Gefrierschrank beweist vielleicht, dass einer von Ihnen die leeren Drohungen leid wär, was seine bestialischen Jagdmethoden angeht.« »Sie wissen, was ich meine?« »Ja, die Weibchen und die Jungtiere.« »Möglich, dass erbier eingeschüchtert wurde, dass er es mit der Angst zu tun bekam und sich sang und klanglos aus dem Staub gemacht hat.« »Oder aber er hat so was wie eine Krise bekommen, Gewissensbisse, hat selber seinen Gefrierschrank ausgeräumt und alles zurückgelassen.« Emery war aufgeschlossen und kooperativ, wie Danglar schon gesagt hatte, gleichzeitig aber schien er Adamsbergs Anruf mit einer gewissen Belustigung aufzunehmen. »All das ist sehr gut möglich, Kapitän.« »Gibt es bei Ihnen einen Weg von Bonn-Wall?« »Er beginnt bei dem Ort Lesiliers, fast drei Kilometer von hier, dann durchquiert er einen Teil des Waldes von Allons. Von La Croix de Bois an hat er einen anderen Namen.« »Sind dort viele Leute unterwegs?« »Tagsüber kann man den Weg nehmen, aber niemand traut sich in der Nacht.« »Alte Legenden, Sie wissen, was das bedeutet. Sie haben sich da nicht mal ein bisschen umgesehen?« »Wenn das eine Vermutung sein soll, Kommissar Adamsberg, dann will ich Ihnen meinerseits eine sagen.« »Ich vermute, Sie hatten den Besuch eines Bewohners von Ordebeck.« »Oder irre ich mich?« »Das stimmt, Kapitän.« »Wer?« »Das kann ich Ihnen nicht sagen.« »Eine Person, die beunruhigt ist.« »Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wovon sie Ihnen erzählt hat.« »Von dieser Truppe verfluchter Gespenster, die Lina von der Mo gesehen hat, falls man das Sie nennen kann, und in deren Gesellschaft Sie ab je bemerkt haben will.« »Stimmt«, gab Adamsberg zu. »Sie werden doch darauf nicht hereinfallen, Kommissar.« »Wissen Sie, warum Lina Erb je in diesem verdammten Heer gesehen hat?« »Nein.« »Weil Sie ihn hast.« »Er ist ein alter Freund Ihres Vaters, der einzige vielleicht.« »Folgen Sie meinem Rat, Kommissar, vergessen Sie das Ganze.« »Das Mädchen hat einen Sprung in der Schüssel, hatte sie schon als Kind, jeder hier weiß das.« »Und Lina hütet sich vor ihr, vor ihr und ihrer ganzen Sitte.« »Wissen alle Leute, dass sie das hergesehen hat?« »Aber ja, man spricht hier seit Wochen von nichts anderem mehr.« »Es gibt starke Gemüter, die lachen darüber, aber die schwachen Geister haben Angst.« »Ich versichere Ihnen, wir könnten gut und gerne darauf verzichten, dass Lina sich damit amüsiert, die Bevölkerung zu terrorisieren.« »Ich könnte mit geschlossenen Augen darauf wetten, dass seitdem niemand einen Fuß auf den Weg von Bonnwal gesetzt hat, nicht mal ein starker Geist, und ich noch viel weniger.« »Warum, Kapitän?« »Denken Sie nicht, ich fürchtete mich vor irgendwas, aber ich habe keine Lust, dass man überall herum erzählt, Kapitän Emery, glaube an das wütende Heer.« »Gleiches gilt für Sie, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf.« »Man muss diese Angelegenheit möglichst niedrig hängen.« »Aber ich werde mich jederzeit freuen, Sie hier zu empfangen, sollten Ihre Geschäfte Sie eines Tages nach Ordebeck führen.« Ein zweideutiger und etwas dorniger Gedankenaustausch, dachte Adamsberg, als er auflegte. Emery hatte sich mukiert, wenn auch in wohlwollender Weise. Seine Zurückhaltung war verständlich. Eine Visionärin in seinem Revier zu haben, war kein Geschenk des Himmels. Die Brigade fühlte sich ein wenig, und Adamsberg war ja meist schon vor der Zeit da. Die Masse von Liettenor Violette Ritoncourt schob sich für einen Augenblick in die Tür und ins Licht, und Adamsberg sah sie ohne jede Anmut zu ihrem Arbeitsplatz streben. Sie schaltete ihren Rechner ein. »Sister und Noel wollen Sie sprechen.« »Mumo scheint wieder mal ein Ding gedreht zu haben, aber diesmal gab's erheblichen Schaden.« »Der Wagen ist komplett ausgebrannt, wie gewöhnlich, aber drin saß einer und schlief.« »Nach den ersten Analysen soll es sich um einen alten Menschen handeln.« »Fahrlässige Tötung, da wird er diesmal nicht mit sechs Monaten davon kommen.« »Sie haben die Ermittlungen aufgenommen, aber Sie erwarten, wie soll ich sagen, Ihre Orientierung.« Der Kommissar setzte sich zu Gistan und Noel an den Rechner, die gerade die letzten Angaben über das ausgewandte Auto mit dem Mandarin speicherten. Momo hatte damit sein elftes Fahrzeug abgefackelt. »Der Wagen hat im fünften Arrondissement gebrannt, Rue Henri Babis«, erläuterte Noel. »Es handelt sich wie gewöhnlich um einen teuren Mercedes.« »Der Mann, der dabei umgekommen ist?« »Weiß man, wer das war?« »Noch nicht.« »Es ist nichts von seinen Papieren und auch nichts vom Nummernschild übrig geblieben.« »Die Jungs setzen auf den Motor.« »Attentat auf die Großbourgeoisie.« »Das ist die Handschrift von Momo.« »Er hat nie außerhalb dieses Viertels gezündelt.« »Nein«, sagte Adamsberg und schüttelte den Kopf, »das war nicht Momo.« »Wir verlieren nur unsere Zeit.« »Das ist absolut seine Handschrift«, beharrte Noel. »Der alte Mann in dem Wagen schien wohl auf jemanden gewartet zu haben.« »Es war dunkel, er kann eingeschlafen und dabei möglicherweise zusammengesackt sein.« »Im besten Fall hat Momo ihn nicht gesehen, im schlimmsten Fall hat er beide abgefackelt, den Wagen und seinen Insassen.« »Nicht Momo.« Adamsberg sah das Gesicht des jungen Mannes deutlich vor sich. Ein eigensinniges, intelligentes Gesicht, sehr fein geschnitten und einer Masse lockiger schwarzer Haare. Er hätte nicht sagen können, warum er Momo nicht vergessen hatte, ja, warum er ihn irgendwie mochte. Während er noch seinen Mitarbeitern zuhörte, erkundigte er sich telefonisch nach Zügen, die am selben Tag nach Ordebeck fuhren. Die kleine Frau ließ sich nicht blicken, und der Kommissar vermutete, dass sie in die Normandie zurückgekehrt war. Die Unwissenheit des Kommissars über das wütende Heer hatte ihren restlichen Mut auch noch versiegen lassen. Denn den braucht es wohl, wenn man einem Bullen von einer Truppe tausendjähriger Dämonen erzählen will.« Ordebeck hatte keinen Bahnhof. Man musste in Serenay ausschneiden und einen Bus nehmen. Er würde erst gegen fünf Uhr am Ziel sein, eine ziemlich aufwendige Expedition für einen kurzen Spaziergang. Aber bei dem sommerlichen Licht hatte er alle Zeit, die fünf Kilometer des Weges von Bonneval abzulaufen. Hätte ein Mörder die Psychose dieser Lina ausnutzen wollen, dann konnte er vielleicht dort eine Leiche abgelegt haben. Die Vorstellung, den Waldweg selbst zu erkunden, hatte sich ihm im Laufe des Vormittags sanft aufgedrängt. Er klappte sein Mobiltelefon zu und wandte seine Aufmerksamkeit wieder den beiden ihr Tenants zu. »Bleibt an dem alten Mann dran, der da verbrannt ist. Bei dem Ruf, den Momo in dieser Gegend des fünften Arranges im Mans genießt, ist es leicht, ihm einen Mord anzuhängen, indem man seine Methoden nachahnt, die nicht sehr kompliziert sind.« »Momos Alibi stellen wir trotzdem fest?« »Ja. Aber schickt die Benzinrückstände zur Analyse, Oktanzahl und so weiter. Momo benutzt Mofat-Treibstoff, der ist stark mit Öl vermischt. Überprüft die Zusammensetzung, sie steht in der Akte. Sucht heute Nachmittag nicht nach mir«, fügte er hinzu und stand auf. »Ich bin bis zum Abend unterwegs.« »Wohin?«, fragte stumm der Blick des hageren Giustin. »Ich will ein paar alte Reiter im Wald treffen. Dauert nicht lange«, sagte der Brigad Bescheid. »Wo ist dann klar?« »Beim Kaffeeautomaten«, sagte Giustin und deutete mit dem Finger in die obere Etage. »Und Werra?« »Am entgegengesetzten Ende des Gebäudes«, sagte Noël mit hässlichen Grinsen. Adamsberg fand Ferrand an die Wand gelehnt in dem von großen Gemeinschaft seinem weitesten entfernten Büro. »Ich bin dabei, mich einzuarbeiten«, sagte er und wies auf einen Stapel Akten. »Ich schaue mir gerade an, woran ihr in meiner Abwesenheit so gebastelt habt.« »Ich werde mal über den Weg von Bonnwal spazieren.« »Weißt du dann klar von deinem kleinen Ausflug?« Werra hämmerte in die Tastatur seines Rechners. »Ja. Er hat mir mit dem größten Vergnügen die Geschichte von dem Herr erzählt. Aber es gefällt ihm gar nicht, dass ich hier nachspüre.« »Hat er dir von den Ergriffenen erzählt?« »Ja.« »Dann solltest du wissen, falls es das ist, was du suchst, dass die Leichen der Ergriffenen nur äußerst selten auf einem Grimm-Welt zurückgelassen werden. Man findet sie einfach bei sich zu Hause, oder auf einer abgelegenen Lichtung, oder in einem Brunnenschacht, oder auch in der Nähe einer nicht mehr benutzten Kultstätte. Denn du weißt, dass verlassene Kilten den Dämon anziehen. Kaum hast du den Ort aufgegeben, zieht das Böse dort ein, und wer vom Heer ergriffen wird, den holt zwangsläufig der Dämon.« »Logisch.« »Sieh mal«, sagte er, und wies auf seinen Monitor, »das ist die Karte vom Wald von Allons.« »Hier«, sagte Adamsberg, und fuhr mit dem Finger eine Linie entlang. »Muss der Weg sein.« »Und dort hast du die Kapelle von Saint-Antoine d'Allons, und ganz entgegengesetzt im Süden einen Kalvarienberg. Das sind Orte, die du aufsuchen kannst. »Hab ein Kreuz dabei, zu deinem Schutz.« »Ich hab einen Bachkiesel in der Tasche.« »Der tut's auch.« »Es waren die sechs Grad Kühler in der Normandie.« »Und sobald Adamsberg auf dem nahezu verlassenen Platz des Busbahnhofs stand, regte er seinen Kopf in den frischen Wind.« Er umgingen Ortebeck von Norden her, und eine halbe Stunde später betrat er den Weg von Bonnwall, der durch ein altes, handbemaltes, felsernes Schild ausgewiesen war. Der Pfad war schmal, ganz im Gegenteil zu dem, was er gedacht hatte. Vermutlich, weil die Vorstellung vom Durchzug hunderter bewaffneter Männer das Bild eines breiten und beeindruckenden Reitweges heraufbeschworen hatte, der unter einem geschlossenen Dom hoher Buchen verläuft. Der Weg war indes sehr viel bescheidener. Er bestand aus zwei durch eine grasbewachsene Erhebung getrennte Wagenspuren und war gesäumt von Entwässerungsgräben, die von Brombeersträuchern, von Ulmenschößlingen und Haselnusspflänzchen überwuckert waren. Viele der Beeren waren schon reif, und Adamsberg pflückte sie im Vorübergehen. Er lief langsam, streifte mit seinem Blick das Unterholz, aß ohne eine die Beeren, die er in der Hand hielt. Adamsberg ging noch achthundert Meter weiter, immer mit dem Blick ins Unterholz. Denn Erbjäh war tot, da war er sicher, und das war der einzige Punkt, in dem er mit der kleinen Frau Vandermeaux übereinstimmte. Da war eine Gestalt auf dem Weg. Adamsberg schlief die Augen zusammen und ging langsamer weiter. Eine sehr lange Gestalt, die auf einem Baumstamm saß. Sie war so alt und zusammengekrümmt, dass er fürchtete, ihr Angst einzujagen. »Ello«, sagte die alte Frau, als sie ihn kommen sah. »Ello«, antwortete Adamsberg überrascht. »Sie haben lange gebraucht, vom Bahnhof bis hierher«, bemerkte sie. »Ich habe Bombeeren gepflückt«, erklärte Adamsberg. Wobei er sich fragte, wie eine so feste Stimme aus diesem schmalen Gehäuse kommen konnte. Schmal, aber stabil. »Sie wissen, wer ich bin?« »Nicht ganz. »Lionel hat sie aus dem Pariser Zug aussteigen und den Bus nehmen sehen.« Keiner hat's mir erzählt. Eins kommt zum anderen. Und da sind sie. Ach, bei den heutigen Zeiten und bei allem, was so vor sich geht, kann das kaum etwas anderes sein, als ein Polizist aus der Stadt. Bei uns ist dicke Luft. Wobei, Michel Herbie ist kein großer Verlust.« Die alte Frau schniefte geräuschvoll, fuhr sich mit dem Handrücken unter ihrer sehr großen Nase entlang, um einen Tropfen aufzufangen. »Und Sie haben auf mich gewartet?« »Aber nein!« »Ich warte auf meinen Hund. Er ist verrückt nach der Hündin von dem Gehöft in Le Long.« »Gleich da hinten.« »Wenn ich ihn nicht von Zeit zu Zeit herbringe, dreht er mir durch.« »Und wegen meiner Sommergrippe war ich seit zehn Tagen nicht mehr hier.« »Und Sie haben keine Angst?« »So allein auf diesem Weg?« »Deswegen?« »Wegen des wütenden Heeres«, probierte Adamsberg. »Du liebe Güte!« Die Frau schüttelte den Kopf. »Erstens ist nicht Nacht. Und selbst wenn. Ich sehe die sowieso nicht. Das ist nicht jedem gegeben.« »Ich heiße Leon«, sagte die Frau, und wischte sich einen neuerlichen Tropfen von ihrer großen Nase. »Aber man nennt mich Leo.« »Jean-Baptiste Adamsberg.« »Kommissar der Brigade Kriminell von Paris.« »Habe mich gefreut, Sie kennengelernt zu haben«, fügte er höflich hinzu. »Ich werde da mal weitergehen.« »Wenn es Erbier ist, den Sie suchen.« »Den finden Sie dort drüben nicht.« »Er liegt zerstückelt in seinem schwarzen Blut, zwei Schritt von der Kapelle von San Antoine entfernt.« »Tot? »Schon lange.« »Nicht, dass mir darüber die Tränen kommen. Aber schön ist es nicht, anzusehen. Wer das getan hat, der war nicht gerade zimperlich. Man erkennt nicht mal mehr den Kopf.« »Haben die Gendarmen ihn gefunden?« »Nein, junger Mann. Ich war's. Ich bringe öfter mal einen Blumenstrauß zur Kapelle. Mir gefällt es nicht, dass der heilige Antonius so allein gelassen wird.« »Hat Sie das nicht schockiert, dieser Leichnam da oben?« »Es ist nicht dasselbe, wenn man damit rechnet. Ich wusste ja, dass man ihn umgebracht hat.« »Wegen der Sache mit dem Herr?« »Wegen meines Alters, junger Mann.« »Hier kann kein Vogel einen einlegen, ohne dass ich's weiß oder spüre.« »Send die Gendarmen schon vor Ort? Haben Sie es Ihnen gemeldet?« »Wie sollte ich denn?« »Ich muss auf meinen Hund warten.« »Aber wenn Sie's so einig haben, brauchen Sie doch nur selbst bei denen anzurufen.« »Ich glaube, das ist keine so gute Idee,« sagte Adamsberg nach einem Augenblick. »Die Gendarmen mögen es nicht, wenn die Jungs aus Paris sich in ihre Angelegenheiten einmischen.« »Und warum sind Sie dann hier?« »Wann eine Frau von hier bei mir war. Also bin ich mal vorbeigekommen.« »Die Mutter von der Mo.« »Die Mutter von der Mo.« »Sie hat ganz sicher Angst um ihre Kinder.« »Wie sie ebenso sicher besser geschwiegen hätte.« »Aber diese Geschichte beunruhigt Sie dermaßen, dass sie nicht anders konnte, als Hilfe zu holen.« Ein großer, gelbbrauner Hund mit langen Schlappohren brach plötzlich bellend aus dem Gebüsch und legte seinen Kopf auf die langen, mageren Beine seiner Herren, die Augen geschlossen wie zum Zeichen der Dankbarkeit. »Hallo, Flem«, sagte sie, und wischte sich die Nase, während der Hund seine eigene Schnauze an ihrem grauen Rock abwischte. »Sehen Sie, wie zufrieden er ausschaut?« Leo zog ein Stück Zucker aus ihrer Tasche und steckte es in die Hundeschnauze. Dann begann Flem aufgeregt vor Neugier, Adamsberg zu umkreisen. »Ist ja gut, Flem«, sagte Adamsberg und klopfte ihm den Hals. »Sein richtiger Name ist Flemmer.« Er war ein Faulenzer von klein auf. Die alte Frau stand auf, klappte ihr ganzes gebeugtes Gestell auseinander und stützte sich auf ihre beiden Stöcke. »Wenn Sie nach Hause gehen, um die Gendarmen anzurufen«, fragte Adamsberg, »erlauben Sie mir, sie zu begleiten?« »Ihr im Gegenteil, ich bin gern in Gesellschaft, aber ich laufe nicht sehr schnell. Wenn wir die Abkürzung durch den Wald nehmen, sind wir in einer halben Stunde da. Früher, zu Lebzeiten von der Armee, hatte ich den Hof zu einer Erberge gemacht. Wir boten Übernachtung und Frühstück an. Zu der Zeit, ja, da waren immer Leute um uns herum, Junge vor allem. Es ging fröhlich zu, ein ständiges Kommen und Gehen. Vor zwölf Jahren habe ich dann aufhören müssen, und jetzt ist es sehr viel eintöniger. »Wenn ich also Gesellschaft finde, sage ich nicht nein. Keinen zum Reden zu haben, ist nicht gut.« »Es heißt, die Normanen reden nicht gern«, wagte Adamsberg sich vor, während er hinter der Frau herlief. »Nicht, dass Sie nicht gern redeten.« »Sie antworten nicht gern.« »Das ist nicht dasselbe.« »Was macht man also, wenn man eine Frage stellen will?« »Wann weiß ich zu helfen?« »Kommen Sie mit mir bis zur Erberge?« »Der Hund hat nämlich jetzt Hunger.« »Ich begleite Sie.« »Um wie viel Uhr geht der Abendzug?« »Der Abendzug, junger Mann, ist schon vor einer guten Viertelstunde durch.« »Zwar gibt es noch den von Lisieux, aber der letzte Bus dahin fährt in zehn Minuten, und den kriegen Sie auf keinen Fall.« Adamsberg hatte nicht geplant, über Nacht in der Normandie zu bleiben. Er hatte nichts weiter bei sich als etwas Geld, seinen Ausweis und seine Schlüssel. Das wütende Heer nagelte ihn auf der Stelle fest. Die Alte kümmerte das nicht. Mit flinken Bewegungen schlüpfte sie zwischen den Bäumen hindurch immer auf ihre Stöcke gestützt. Man hätte meinen können, eine Heuschrecke, die in Sprüngen über die Wurzeln setzte. »Es gibt doch vielleicht ein Hotel in Olnebeck.« »Das ist kein Hotel, das ist ein Kaninchenstall«, versicherte die Alte mit ihrer kräftigen Stimme. »Aber es wird renoviert. Sie haben hier sicher Bekannte, bei denen Sie schlafen können, nehme ich an.« »Nein, ich kenne niemanden mehr.« »Dann könnten Sie in der Chileo übernachten, wenn es sich mit dem, was Sie vorhatten, vereinbaren lässt. Chileo, das ist bei mir. Es war der Name meiner Herberge.« Der Appell der alten Frau, die sich langweilte, war unüberhörbar, obwohl Adamsberg nicht recht wusste, wie er sich entscheiden sollte. Doch, wie er zu Veran gesagt hatte, »Entscheidungen fallen lange, bevor man sie ausspricht.« Er hatte nirgendwo eine Bleibe für die Nacht, und die ruppige Alte gefiel ihm. Selbst wenn er sich ein bisschen reingelegt fühlte, so als hätte Leo alles von vornherein so geplant. Fünf Minuten später kam Chileo in Sicht, ein langgestrecktes, eingeschossiges altes Haus, das sich seit mindestens zwei Jahrhunderten auf seinen Balken hielt. Und in seinem Innern schien sich seit Jahrzehnten nichts verändert zu haben. »Setzen Sie sich auf die Bank«, sagte Leo. »Wir werden Emery anrufen.« »Er ist kein schlechter Kerl, ganz im Gegenteil. Manchmal bläst er sich ein bisschen auf, weil er einen Vorfahren hat, der Marschall war unter Napoleon. Doch insgesamt mögen wir ihn ganz gern. Allerdings hat der Beruf ihn mit der Zeit deformiert. Wenn einer den Leuten ständig misstrauen muss, wenn er immerzu strafen muss, das macht den Charakter nicht besser. Ihnen geht das genauso, nehme ich an.« Zweifellos Leo zog einen Hocker an das große alte Telefon heran. »Nun ja«, seufzte sie, während sie die Nummer wählte. »Es teilt ein notwendiges Übel, die Polizei.« »Wir werden uns ein Feuerchen machen. Es wird kühl. »Das können Sie sicher, nehme ich an. Den Holzschuppen finden Sie, wenn Sie aus dem Haus rauskommen, gleich links.« »Hallo, Louis!« »Hier spricht Leo!« Als Adamsberg mit einer Ladung Holz auf dem Arm zurückkam, war Leo immer noch am Reden. Und es war eindeutig zu erkennen, dass Emery der Unterlegene war. Mit entschiedener Geste streckte sie den Kommissar, die alte Hörmuschel hin. »Na, weil ich dem heiligen Antonius immer mal ein paar Blumen hinbringe, das weißt du doch. Wenn du deinen Hintern ein bisschen bewegt hättest, hättest du ihn von allein gefunden. Und das hätte mir allerhand Ärger erspart.« »Hör dich nicht auf, Leo. Ich glaube dir.« »Sein Mufo ist auch dort. Es liegt im Rasenmuskelhals.« »Ich gehe hin, Leo. Danach komme ich bei dir vorbei.« »Um acht bist du doch noch nicht im Bett.« »Um acht beende ich gerade mein Abendessen. Und ich mag es nicht, wenn man mich dabei stört.« »Acht Uhr dreißig?« »Das passt mir nicht. Ich habe Besuch. Und außerdem bin ich müde. Im Wald rumlaufen, das ist nichts mehr für mein Alter.« »Darum frage ich mich ja auch, warum du bis zur Kapelle gelaufen bist. Das habe ich dir gesagt, um Blumen hinzubringen. Du sagst immer nur ein Viertel von dem, was du weißt.« »Der Rest würde dich nicht interessieren. Du tätest besser daran, dich auf die Socken zu machen, bevor die Tiere ihn fressen. Und wenn du mich sprechen willst, dann morgen.« Adamsberg legte den Hörer zurück und begann, das Feuer anzuzünden. »Louis Nicolas vernahm überhaupt nichts gegen mich«, erklärte Leonie. »Ich habe ihm das Leben gerettet, als er ein kleiner Knirps war. Der dumme Bengel war kopfüber in den Jean-Lennteich gefallen, ich habe ihn am Hosenboden herausgezogen. Mir kann er nicht mit seinem kaiserlichen Marschall kommen.« »Er stammt hier aus der Gegend?« »Er ist hier geboren.« »Wie hat er dann hierher beordert werden können?« »Man setzt wohl nie in ihre Heimatregion ein.« »Das weiß ich, junger Mann.« »Aber er hat Ordebeck mit elf Jahren verlassen, und seine Eltern waren hier nicht wirklich verwurzelt.« »Er war lange Zeit in der Nähe von Toulon, dann in der Gegend von Lyon.« »Er kennt die Leute hier gar nicht mehr richtig.« »Aber er wird vom Grafen protegiert, da läuft's von allein.« »Dem hiesigen Grafen?« »Rémy?« »Dem Grafen von Ordebeck?« »Sie essen mit von der Suppe, nehme ich an.« »Danke«, sagte Adamsberg und reichte seinen Teller hin. »Es ist Moorrübe. Danach gibt es Braten mit Sahnesoße.« »Emily sagt, die Selina sei total verrückt.« »Das stimmt nicht«, sagte Leo. »Sie ist ein lebhaftes und anständiges Mädchen, da gibt's gar nichts.« »Außerdem hat sie ja nicht Unrecht gehabt mit dem, was sie gesagt hat.« »Er ist tatsächlich tot, Herbie.« »Louis Nicola wird ihn finden, so viel steht jedenfalls fest.« Adamsberg wischte seinen Suppentellern ein Stück Brut aus, wie Leo, und trug den Braten herein, Kalb mit grünen Bohnen und mit ihm den Geruch von Holzfeuer. »Und da sie nicht so sehr beliebt sind, sie und ihre Brüder«, fuhr Leo fort, »wird's einen schönen Schlamassel geben.« »Denken Sie nicht, dass sie nicht nett wären, aber die Leute haben immer Angst vor dem, was sie nicht begreifen.« »Und Lina mit ihrer besonderen Gabe und ihre Brüder, die auch nicht gerade angepasst sind, das trägt nicht zu ihrem guten Ruf bei.« »Im Zusammenhang mit dem wütenden Herr.« »Damit und mit anderen Dingen.« »Die Leute sagen, dass sie den Teufel im Haus haben.« »Hier ist es wie überall. Es gibt eine Menge Hohlköpfe, die füllen sich schnell mit irgendwas, wenn möglich mit dem Schlimmsten. Denn das mögen sie alle, das Schlimmste. Man langweilt sich ja so.« Leo unterstrich ihre Erklärung mit einer Kinnbewegung und verschlang einen großen Bissen Fleisch. »Sie haben Ihre Meinung zum wütenden Herr. Nehme ich an«, sagt Badomsberg, »Leos Methode folgend, um sie auszufragen.« »Das kommt darauf an, wie man sie sieht. In Ordebeck denkt so manch einer, dass der Senieur Alcan im Dienst des Satans steht. Denn die in Alcans Gefolge sind allesamt böse Menschen. Wissen Sie das?« »Ja. Und darum werden sie ergriffen. Andere wieder meinen, dass die arme Lina Visionen hat, dass sie krank ist im Kopf. Sie war schon bei Ärzten, aber sie haben nichts gefunden. Wieder andere sagen, dass ihr Bruder Satansröhrlinge ins Pilzomelett mischt und sie davon Halluzinationen kriegt. »Sie kennen den Satansröhrling, nehme ich an. Der mit dem roten Fuß.« »Ja, tatsächlich«, sagte Leo ein wenig enttäuscht. »Er verursacht allenfalls schwere Bauchschmerzen.« Leo trug die Teller in die dunkle kleine Küche und machte sich schweigender den Abwasch, ganz in ihrer Aufgabe vertieft. Adams Berg trocknete ab. »Mir ist das alles egal«, hob Leo wieder an, während sie ihre großen Hände trocknete. »Es geht ja nur darum, dass Lina das Heer sieht. Und das? Das ist sicher. Ob dieses Heer wahr ist oder falsch, darüber kann ich nicht urteilen. Doch jetzt, wo Rabie tot ist, werden die anderen über sie herfallen. Schließlich sind sie ja auch deswegen hier.« Die alte Frau griff wieder zu ihren Stöcken und kehrte zu ihrem Platz am Tisch zurück. Aus der Schublade zog sie eine Zigarrenkäste von beachtlichem Format. Sie nahm eine Zigarre heraus, führte sie unter ihrer Nase entlang, reckte über das Ende und zündete sie mit Sorgfalt an, Adams Berg, die offene Schachtel hinschiebend. »Die schickt mir ein Freund. Er hat sie aus Kuba. Ich habe zwei Jahre in Kuba gelebt, vier in Schottland, drei in Argentinien und fünf auf Madagascar. Mit Ernie haben wir überall Restaurants aufgemacht. Wir haben etwas von der Welt gesehen. Und Küche vom Feinsten. Seien Sie doch so freundlich und geben Sie uns den Kalverdoss heraus, unten aus dem Wandschrank, und schenken Sie uns zwei Gläschen ein. Sie trinken doch einen Schluck mit mir, nimm mich an.« Adams Berg folgte ihrer Bitte. Er begann sich allmählich sehr wohl zu fühlen, in diesem schlecht beleuchteten kleinen Raum, mit dieser Zigarre, diesem Glas, diesem Feuer und dieser großen alten Leo. »Warum bin ich hier, Leo?« »Wenn ich sie so nennen darf.« »Um Lina und ihre Brüder zu schätzen. Ich habe keine Kinder, und sie ist ein bisschen wie eine Tochter für mich. Sollte es noch mehr Tote geben, ich meine, wenn die, die sie im Heer gesehen hat, auch sterben, dann ist hier was los.« Die gleiche Geschichte ist in Eurebeck schon mal passiert, kurz vor der Revolution. Leo nahm einen Kalver, spülte sich den Mund, schluckte geräuschvoll und genießerisch, dann tat sie einen langen Zug an ihrer Zigarre. »Alle hier, die eine Untat auf dem Gewissen haben, sind schon starr vor Entsetzen. Da können sie sicher sein, vor Angst ergriffen zu werden und davor, dass es herauskommt.« »Eine schwere Untat?« »Ein Mord?« »Nicht unbedingt, ein niederträchtiger Raub, eine Verleumdung oder falsche Rechtsprechung. Es würde sie sehr beruhigen, wenn sie Lina beseitigen und ihr Geschwitz zum Schweigen bringen könnten, weil das die Verbindung zum Heer unterbricht. Verstehen Sie?« »So sagen Sie, genau wie früher. Wir haben uns nicht groß weiterentwickelt, Kommissar.« »Ist Lina seit der Revolution die Erste, die das Heer wieder gesehen hat?« »Natürlich nicht, Kommissar«, sagte sie mit ihrer heiseren Stimme in einer Wolke von Qualm. »Wir sind in Eurebeck. Es gibt wenigstens einen Passeur in jeder Generation hier. Der Passeur, der Fährmann, ist der, der sie sieht, das Verbindungsglied zwischen den Lebenden und dem Heer. Aber der Unterschied ist, dass dieses Mal Lina vier Männer gesehen hat, doch nur drei hat benennen können. Erbier, Glaiue und Mortembeau. Den vierten nennt sie nicht. Wenn also Glaiue und Mortembeau auch sterben, wird die Angst in der ganzen Stadt umgehen. Weil man nicht weiß, wer der Nächste ist, wird sich niemand mehr sicher fühlen. Schon die Ankündigung der Namen von Glaiue und Mortembeau hat einen mächtigen Wirbel ausgelöst. »Warum?« »Wegen der Gerüchte, die schon lange über sie im Umlauf sind. Es sind bösartige Männer.« »Was machen sie?« Glaiue baut Finster für alle Kirchen in der Region. Er ist handwerklich sehr begabt, aber kein besonders lebenswerter Mensch. Er hält sich für was Besseres und lässt das alle Welt auch gerne wissen. Mortembeau ist Pflanzenzüchter an der Straße nach Livaro. Er ist ein schweigsamer Mensch. Es leuchtet ein, dass sie, seitdem das Gerücht umläuft, beide ein Problem haben. Die Kundschaft in der Baumschule macht sich rar. Man geht ihnen aus dem Weg. Und wenn erst bekannt wird, dass Erbie tot ist, wird es noch viel schlimmer werden. Darum sage ich ja, Lina hätte besser geschwiegen. Aber die Fährleute haben von jeher dieses Problem. Sie fühlen sich verpflichtet zu reden, um den Ergriffenen eine Chance zu geben. Sie verstehen, vermute ich, was die Ergriffenen sind. »Ja.« »Die Fährleute reden, denn es könnte ja sein, dass es den Ergriffenen gelingt, ihr Unrecht wiedergutzumachen. Darum also ist Lina in Gefahr, und sie könnten sie schützen.« »Ich kann überhaupt nichts tun, Leo.« »Es ist Emerys Fall.« »Aber«, Emery macht sich keine Gedanken um Lina. »Diese ganze Geschichte mit dem wütenden Heer nervt ihn.« »Sie widert ihn an.« Der Kapitän führte seinen Kollegen durch schmale Gassen, zwischen allen Lehmauern und niedrigen Häusern, mit morschen Gebäck, an verlassenen Scheunen und krumm gebogenen Apfelbäumen vorbei. »Leo ist da anderer Ansicht«, sagte Adamsberg. »Sie zweifelt nicht daran, dass Erb je umgebracht wurde.« »Und erklärt sie es?« Adamsberg zuckte die Schultern. »Nein.« »Sie scheint es zu wissen.« »Weil sie es weiß.« »Basta, das ist das Problem mit ihr. Sie ist so schlau, dass sie mit den Jahren zu der Ansicht gekommen ist, dass sie immer recht hat. Aber je älter sie wird, desto weniger erklärt sie sich. Ihr Ruf gefällt ihr, und sie pflegt ihn. Sie hat wirklich keine Einzelheit genannt?« »Nein. Sie sagte, dass Erbis' Verschwinden kein Verlust wäre, dass sie auch nicht schockiert war, als sie ihn fand, weil sie ja wusste, dass er tot war. Sie hat mir von ihrem Hund erzählt, von der Hündin auf dem Hof nebenan, vom heiligen Antonius, von ihrer Harberge, von Lina und ihrer Familie, von ihnen, als sie sie aus dem Teich gefischt hat.« »Stimmt«, sagte Emery lächelnd. »Ich verdanke ihr mein Leben, und das ist meine früheste Erinnerung. Man nennt sie meine Wassermutter, weil sie mich ein zweites Mal hat auf die Welt kommen lassen. Meine Eltern haben Leo seit diesem Tag abgärtisch verehrt, und mir war eingeschärft worden, ihr niemals ein Haar zu krümmen. Es war tiefer Winter, und Leo ist bis auf die Knochen erstarrt mit mir aus dem Teich gestiegen. Man erzählt, dass sie drei Tage gebraucht hat, um wieder warm zu werden. Dann bekam sie eine Rippenfüllentzündung, bei der sie beinahe draufgegangen wäre. Von der Kälte hat sie mir nichts erzählt. Sie hat mir auch nicht gesagt, dass sie mit dem Grafen verheiratet war. Sie rühmt sich niemals. Sie begnügt sich damit still, ihre Überzeugungen zu verbreiten. Und das ist schon viel. Haben Sie vor, die Nächsten ergriffen, den überwachen zu lassen? Den Glaser? Er ist kein Glaser. Er ist Glaskünstler. Stimmt. Leo sagt, dass er sehr begabt ist. Glahieu ist ein Dreckskerl, der nicht zu niemanden fürchtet. Er ist nicht der Typ, der wegen eines wütenden Heeres unruhig würde. Sollte er bedauerlicherweise doch in Panik geraten, könnten wir nichts dagegen machen. Wir werden einen Kerl nicht daran hindern, sich umzubringen, wenn er es will. Und wenn Sie sich nun irrten, Kapitän? Wenn man Erbier ermordet hätte? Dann könnte man auch Glahieu ermorden. Das meine ich. Sie verrennen sich, Adamsberg. Sie auch, Kapitän. Weil Sie keine andere Lösung haben. Ein Selbstmord wäre das kleinere Übel. Emery verlangsamte seinen Schritt. Schließlich blieb er stehen und holte seine Zigaretten heraus. Das müssen Sie mir näher erläutern, Kommissar. Das Verschwinden von Erbier wurde vor über einer Woche festgestellt. Außer einem Kontrollbesuch in seinem Hause, auf dem nichts weiteres folgte, haben Sie nichts unternommen. So ist das Gesetz, Adamsberg. Wenn Erbier weggehen wollte, ohne irgendjemandem etwas davon zu sagen, hatte ich kein Recht, ihm nachzuspionieren. Nicht mal nach dem Durchzug des wütenden Heeres? Für diese Art Warnwitz ist kein Platz in den Ermittlungen einer Sondermarie. Doch, wenn Sie gleichzeitig einräumen, dass von diesem Heer alles seinen Ausgang nimmt. Ob man ihn oder er sich selbst getötet hat. Sie wussten, dass er von Lina benannt worden war. Und doch haben Sie nichts unternommen. Wenn man die Leiche erst entdeckt, ist es zu spät, um noch darauf zu hoffen, dass man irgendwelche Hinweise findet. Sie denken, es wird mir an den Kragen gehen? Ja. Warum haben Sie nichts getan, um Erbier zu suchen? Wegen der Wundermos, wegen Lina und ihrer schwachsinnigen Brüder, wir verstehen das nicht besonders. Ich wollte nicht auf Ihr Spiel eingehen. Ich repräsentiere die Ordnung, Sie die Unvernunft. Ich habe Martin mehrmals bei nächtlicher Willerei erwischt, auch den Ältesten, Hippolit. Er hat auch eine Gruppe von Jägern angelegt, hat sie gezwungen, ihre Sachen auszuziehen, hat sämtliche Gewehre einkassiert und alles in den Fluss geschmissen. Die würden mich gerne hochgehen sehen. Darum habe ich mich nicht gerührt und gar nicht in Frage, dass ich denen in die Falle gehe. Was für eine Falle! Sehr einfach! Lina behauptet, dass sie eine Vision gehabt hat, dann verschwindet Erbier. Sie stecken unter einer Decke. Ich mache mich auf die Suche nach Erbier und Sie erstatten auf der Stelle Anzeige wegen Amtsmissbrauchs und Angriffs auf die persönliche Freiheit. Lina hat Jura studiert, mit dem Gesetz kennt sie sich aus. Angenommen, ich behare darauf und suche weiter nach Erbier. Die Anzeige nimmt ihren Lauf bis rauf zur Generaldirektion. Eines schönen Tages taucht Erbier gesund und bunter wieder auf, schließt sich den anderen an und erstattet Strafanzeige gegen mich. Ich handel mir einen Verweis oder eine Versetzung ein. Warum hätte in diesem Fall Lina dann die Namen von noch zwei weiteren Geiseln des wütenden Heeres genannt? Auskündender Glaubwürdigkeit! Das hier greift sich oft mehrere Lebende zugleich, das weiß sie. Mehrere Namen zu nennen war ein geschicktes Ablenkungsmanöver. An all das habe ich gedacht. Ich war überzeugt davon. Aber das war's nicht. »Verdammt«, sagte Emery und schlug einen lauteren Ton an. »Was willst du von mir? Du hast keine Ahnung von der Geschichte. Du weißt nichts von den Leuten her. Ich werde dir sagen, was passieren wird, Adamsberg. Du wirst deinen Zug nehmen, ich werde die Akte über dem Selbstwort schließen und in drei Tagen ist alles vergessen. Es sei denn, natürlich, du hast die Absicht, mich fertig zu machen, mit deinem Mordverdacht, der nichts weiter ist als Wind. Ich habe nicht die Absicht, dich fertig zu machen, Emery. Ich sage nur, dass ich an deiner Stelle den nächsten Mann unter Polizeischutz stellen würde, den Glaskünstler. Wenn ich das tue, Adamsberg, liefere ich mich selbst aus. Verstehst du nicht? Damit würde ich sagen, dass ich nicht an Herbiers Selbstmord glaube. Und ich glaube daran. Soll ich dir sagen, was ich denke? Lina hatte allen Anlass, diesen Typ in den Selbstmord zu treiben. Sie hat es vielleicht sogar absichtlich getan. Und darüber, ja, darüber könnte ich eine Ermittlung führen. Amtsstiftung zum Suizid. Die Vondermore-Kinder haben allen Grund, Herbiers zum Teufel schicken zu wollen. Ihr Vater und er, das waren brutallos. Die sahen immer noch zu, wie sie einander an Rohheit übertreffen konnten. Emery lief weiter, die Hände in den Taschen, was die Eleganz seiner Uniform etwas verbeulte. Freunde! Die zwei Finger einer Hand. Es heißt, der alte Vondermore hatte aus dem Algerien-Kick noch eine Kugel im Kopf. Der hat man alle seine Anfälle von Gewalt zugeschrieben. Aber er und dieser Sadist Amier, die haben sich gegenseitig noch aufgestachelt. So viel steht fest. Amier zu terrorisieren, ihn in den Selbstmord zu treiben, das wäre eine gelungene Rache für Lina. Ich hab dir ja gesagt, das Mädchen ist gerissen, ihre Brüder im Übrigen auch. Aber sie haben alle eine Macke. Sie waren auf der höchsten Erhebung von Ordebeck angekommen, von wo man das Städtchen und die umliegenden Felder überschauen konnte. Der Kapitän wies mit dem Arm auf einen Punkt im Osten. »Das Haus der Vondermose«, so erklärte er. »Die Fensterläden stehen offen. Sie sind aufgestanden. Die Zeugenaussage von Leo kann warten. Ich werde immer noch ein Wort bei denen vorbeigehen. Wenn Lina nicht zu Hause ist, ist es leichter, die Brüder zum Reden zu bringen, vor allem den aus Ton.« »Aus Ton?« »Du hast ganz richtig gehört. Aus brüchigem Ton. Glaub mir. Steig in deinen Zug und vergiss sie. Wenn eines stimmt, was den Pfad von Bonnwall angeht, dann, dass er die Leute verrückt macht.« Auf der Anhöhe über Ordebeck suchte Erdomsberg sich ein sonnenbeschiendes Bäuerchen und setzte sich im Schneidersitz darauf. Er zog Schuhe und Socken aus und betrachtete das blassgrüne Gefälle der Hündel, die Kühe, die wie Statuen in den Wiesen standen, wie um als Orientierungspunkte zu dienen. Schon möglich, dass Emery recht hatte, schon möglich, dass Erbier in Panik geraten durch die Ankunft der schwarzen Reiter, sich eine Kugel in die Stirn geschlossen hatte. Doch das Gewehr aus einem Abstand von mehreren Zentimetern auf sich zu richten, war ziemlich unnatürlich. Sicherer und wahrscheinlicher war es, sich den Lauf in den Mund zu stecken. Es sei denn, um Emerys Analyse zu folgen, Erbier hätte diese Sühnehandlung bewusst gewählt, um sich den Tod zu geben, wie er es bei den Tieren tat, indem er direkt auf ihre Stirn ziehrte. Sollte dieser Kerl zu einer Wiederkehr von Gewissen, zu Reue fähig gewesen sein? Fähig vor allem, die Vergeltung durch das wütende Heer in einem solchen Maße zu verrichten? Ja. Diese verstimmelte, stinkende, schwarze Reiterorde fraß an dem Land hier seit zehn Jahrhunderten. Sie hatte Abgründe gegraben, in die jeder, selbst der Vernünftigste, plötzlich in Abstürzen und in denen er gefangen bleiben konnte. Retancourt sandte eine alarmierendere Nachricht, geschrieben in Großbuchstaben. »Momo im Verhör. Belastungsmaterial ausreichend für Anklage. Verkohlter alter Mann identifiziert. Riesiger Aufruhr. Dringende Bitte um Rückruf.« Adamsberg verspürte ein Kribbeln im Nacken. Ein Gefühl heftigen Unnutz. Er rieb sich den Hals, während er Douglas Nummer wählte. »Warum sind Sie noch dort?« fragte Dungla in seinem morgendlichen, sehr mürrischen Ton. »Man hat gestern die Leiche des Jägers gefunden.« »Habe ich gelesen.« »Und das ist nicht unsere Angelegenheit.« »Reißen Sie sich von diesem verdammten Grimm-Welt los, bevor er Sie einholt.« »Es gibt Neuigkeiten hier.« Emery ist in der Lage, allein damit klarzukommen.« »Und scharf darauf.« »Er ist ein anständiger Typ, kooperativ, aber empfiehlt mir den nächsten Zug zurück.« »Er optiert für Selbstmord.« »Gute Nachricht für ihn. Das käme ihm entgegen.« »Gewiss, aber die alte Leo, bei der ich übernachtet habe, war sich sicher, dass es sich um einen Mord handelt.« »Sie ist für die Stadt Oldenberg das, was ein Schwamm fürs Wasser ist.« »Sie nimmt alles auf, und das seit achtundachtzig Jahren.« »Und wenn Sie draufdrücken?« »Sagt sich's dann?« »Gut draufdrücken.« »Auch diese Leo.« »Wir auf einen Schwamm.« »Nein, sie bleibt auf der Hut.« »Sie ist kein Klatschweib.« »Und was soll Momo in einem Verhör?« »Wir haben ihn heute Morgen festgenommen, das verwendete Benzin könnte dementsprechend das er benutzt.« »Exakt.« »Nein, nicht genügend Öl, aber es ist Mofa-Treibstoff.« Momo hat kein Alibi für die Brandnacht, niemand hat ihn gesehen. Er hatte angeblich eine Verabredung mit einem Typen in einem Park, der mit ihm über seinen Bruder reden wollte. Momo will zwei Stunden vergeblich gewartet haben, dann sei er nach Hause gegangen. »Es reicht nicht aus, um ihn zu verhaften, Langla.« »Wer hat das entschieden?« »Retancourt.« »Ohne Ihren Rückhalt?« »Mit. Um den Wagen herum gibt es Spuren benzingetränkter Turnschuhsohlen. Die Sportschuhe wurden heute früh bei Momo gefunden, eingewickelt in einen Plastikbeutel. Kein Zweifel möglich, Kommissar. Momo wiederholt stupide, dass es nicht seine sind. Seine Verteidigung ist eine einzige Katastrophe. Sind seine Fingerabdrücke auf den Beutel und den Schuhen? Das Resultat liegt noch nicht vor. Momo sagt, dass welche drauf sein werden, weil er sie angefasst hat. Angeblich, weil er diesen Beutel in seinem Bandschrank gefunden und nachgesehen hat, was drin ist. Haben Sie seine Größe? Ja, dreiundvierzig. Das will nichts heißen. Es ist die Durchschnittsgröße bei Männern. Aber schlimmer noch, fuhr Don Laffort, der alte meinem Wagen war nicht zusammengesackt, als er schlief. Er saß noch sehr aufrecht auf seinem Sitz, als der Wagen Feuer fing. Also hat der Brandstifter ihn zwangsläufig gesehen. Damit sind wir schon weg von fahrlässiger Tötung. »Neue?« fragte Arnomsberg. »Neue was?« »Die Turnschule.« »In der Tat. Warum?« »Sagen Sie mir, Kommando, warum sollte sich Momo ein paar neue Schuhe versauen, wenn er ein Auto abfackeln geht? Und wenn er es denn getan hätte? Warum hat er dann hinterher nicht zugesehen, dass er sie los wird? Und seine Hände? Haben Sie überprüft, ob Benzinspuren dran sind? Der von der Spurensicherung wird jeden Augenblick hier sein. Wir haben Weisung gehalten, den Fall unter allerhöchster Dringlichkeit einzustufen. Ein Name genügt, um zu begreifen, wo wir da reingeraten sind. Der Alte, der verbrannt ist, war Antoine Clermont Brasseur. Nichts weiter ist das?« sagte Arnomsberg nach längerem Schweigen. »Ja«, sagte Douglas Ernst. »Und Momo sollte rein zufällig an ihn geraten sein?« »Wieso zufällig?« »Indem er einen Clermont Brasseur umbringt, trifft er den Kapitalismus mitten ins Herz.« »Vielleicht war das Momos Ehrgeiz.« Adamsberg ließ Dungler eine Weile allein weiterreden, während er sich daran machte, mit einer Hand seine Strümpfe und seine Schuhe wieder anzuziehen. »Der Richter ist noch nicht eingeschaltet.« »Wir warten die Analyse der Hände ab.« Dungler, »was auch immer diese Analyse ergibt, stellen Sie noch keinen Schuldantrag.« »Warten Sie auf mich.« »Ich sehe nicht, wie.« »Wenn der Richter erfährt, dass wir die Sache hinausgezögert haben, bei einem Namen wie Clermont Brasseur, haben wir binnen einer Stunde den Minister auf dem Hals.« »Der persönliche Referent des Präfigten hat bereits angerufen, um erste Ergebnisse zu erfahren.« »Er will, dass der Mörder noch heute eingebuchtet wird.« »Wer hat bei der Clermont-Gruppe heute die Fäden in der Hand?« »Der Vater besaß noch immer zwei Drittel der Anteile.« »Er hat zwei Söhne, die sich den Rest teilen.« »Vereinfacht«, ausgedrückt. In Wirklichkeit verfügte der Vater über zwei Drittel des Bausektors und der Metallindustrie. Der eine der Söhne ist mehr als Eigner in der Informatikbranche, der andere im Immobiliensektor. Aber in der Summe herrschte der Alte, und er hatte nicht die Absicht, seinen Söhnen die alleinige Befehlsgewalt zu überlassen. Seit einem Jahr kursierten Gerüchte, wonach der Alte bereits etliche Fehlentscheidungen getroffen hätte, und Christian, der ältere Sohn, erwägen würde, ihn zur Sicherung des Konzerns unter Vormundschaft stellen zu lassen. Aus Wut darüber hatte der Alte beschlossen, im nächsten Monat seine Haushälterin zu heiraten. Ein Mädchen von der Elfenbeinküste, vierzig Jahre jünger als er, die ihm seit zehn Jahren auf sonst manchen kleinen Dienst erweist und seine Gespielen im Bett ist. Sie hat einen Sohn und eine Tochter, die der alte Antoine anschließend zu adoptieren gedachte. Vielleicht eine Provokation, aber die Entschlossenheit eines alten Mannes kann hundertmal unbeugsamer sein als das Feuer der Jugend. Haben Sie die Anibis der beiden Söhne überprüft? Absolutes Vito, knurrte Dongla zwischen den Zähnen. Sie stehen zu sehr unter Schock, um die Polizei empfangen zu können. Wir wurden gebeten, zu warten. Dongla, wer ist der Techniker, den das Laboren schickt? Enzo Lalonde. Ein sehr guter Mann. Machen Sie das nicht, Kommissar. Uns fängt der Boden unter den Füßen schon an beiden Enden anzubringen. Mit offenen Schnürsenkeln rannte Adamsberg sehr schnell die Gästchen von Ortebeck hinunter, geradewegs auf eine Telefonzelle zu, die er auf dem Weg zwischen Leos Herberge und dem Stadtzentrum bemerkt hatte. Er rief das Labor an und verlangte Enzo Lalonde zu sprechen. Keine Sorge, Kommissar, entschuldigte sich Lalonde sofort. In 45 Minuten spätestens bin ich bei Ihnen in der Brigade. Ich beeile mich. Im Gegenteil, eilen Sie nicht. Sie werden noch einen Augenblick im Labor aufgehalten. Danach haben Sie die größten Probleme, Ihren Wagen zu starten. Schließlich stehen Sie in einem Stau, sind womöglich in einen Unfall verwickelt. Ich überlasse das Ihrer Improvisation. Es heißt, Sie sind gut. Irgendwas ist nicht in Ordnung, Kommissar? Ich brauche Zeit. Zögern Sie Ihre Probenentnahme so weit wie möglich hinaus. Dann teilen Sie mit, dass bei einer Versuchsabweichung die Analyse verdorben wurde, dass man sie morgen wird wiederholen müssen. Kommissar, sagte Lalonde nach einem Moment des Schweigens, ist Ihnen klar, was Sie da von mir verlangen? Nur ein paar Stunden, nicht mehr. Auf Weisung eines Vorgesetzten und im Interesse der Ermittlung. Der Angeklagte geht in jedem Fall in den Knast. Sie können ihn doch wohl einen Tag mehr lassen. Ich weiß nicht, Kommissar. Und vor allem, rufen Sie mich nicht in der Brigade oder auf meinem Mobiltelefon an. Ich habe gestanden, Kommissar. Ich kann es so einrichten, dass ich die Schlussfolgerung erst morgen liefere. Aber ich werde die Ergebnisse einer Analyse nie fälschen. Verlangen Sie das nicht von mir. Wenn der Typ erledigt ist, kann ich nichts machen. Von Fälschung ist nicht die Rede. Auf jeden Fall werden Sie Benzinspuren an seinen Fingern finden. Und es wird dasselbe Benzin sein, wie auf den Schuhen, denn er hat sie in der Hand gehabt. Und dasselbe wie am Ort des Brandes. In den Knast kommt er. Darauf können Sie sich verlassen. Alle Welt wird zufrieden sein. Schloss Adonsberg, als er aufliegte. Das Leben von Mumu wird auf sein Schicksal zurollen, das schon festgeschrieben, schon besiegelt ist. Leos Hof kam in der Ferne in Sicht. Und Adonsberg blieb plötzlich stehen, lauschte. Die reine Luft trug ihm eine langgezogene Klage zu. Das durchdringende Geräule eines Hundes, ein großer Bedrängnis. Die Tür des Esszimmers stand weit offen. Adonsberg traut schweißüberströmt in den dunklen kleinen Raum und blieb wie angewurzelt stehen. Der lange, magere Körper von Leo lag ausgestreckt auf den Fliesen. Den Kopf in einer Blutlache. Neben ihr, auf die Seite geworfen, der winselnde Flemmen, seine mächtige Pfote auf der Taille der alten Frau. Adonsberg spürte, wie vom Nacken herab bis in seinen Bauch etwas wie eine Wand in ihm einstürzte und in die Beine hinabfuhr. Neben Leo am Boden kniend, legte er seine Hand auf ihren Hals, auf die Handgelenke, ohne das geringste Pulsieren wahrzunehmen. Leo war nicht hingefallen. Jemand hatte sie getötet. Hatte ihr brutal den Kopf auf die Fliesen geschmettert. Er hörte sich aufholen wie den Hund, fassungslos schlug er mit der Forst auf den Boden. Der Körper war warm. Der Überfall konnte erst wenige Minuten her sein. Vielleicht hatte er den Mörder sogar aufgestört, als er im Laufschritt angerannt kam, die Kieselsteine auf dem Weg knirschten. Er öffnete die Hintertür, überflog mit raschem Blick die verlassene Umgebung, dann lief er zur Nachbarin, um sich die Nummer der Gendarmerie geben zu lassen. Armsberg wartete im Schneidersitz neben Leo auf die Ankunft der Polizisten. Wie der Hund hatte er seine Hand auf sie gelegt. »Wo ist Emery?« fragte er den Brigadier, der den Raum in Begleitung einer Frau betrat, die die Ärztin sein musste. »Bei den Bekloppten. Er kommt. Frankenwagen,« befehlte die Ärztin mit schneller Stimme, »sie hebt noch, vielleicht noch für ein paar Augenblicke. Koma!« Armsberg hob den Kopf. »Ich habe keinen Puls gefühlt,« sagte er. »Überaus schwach,« bestätigte die Ärztin. »Wann ist es passiert?« fragte der Brigadier, der auf das Eintreffen seines Chefs lauerte. »Vor wenigen Minuten,« erwiderte die Ärztin, »necht mehr als fünf. Sie ist im Fallen mit dem Kopf auf den Boden gestoßen. »Nein,« sagte Armsberg, »jemand hat hier den Kopf auf den Boden geschlagen. Haben Sie sie berührt?« fragte die Frau. »Wer sind Sie?« »Ich habe sie nicht berührt, und ich bin Bulle. Untersuchen Sie den Hund, Frau Doktor. Er kann nicht wieder aufstehen, vermutlich hat der Neo verteidigt, und der Mörder hat auf ihn eingedroschen.« »Ich habe den Hund untersucht, er hat nichts, ich kenne Femm. Wenn er sich nicht erheben will, kann man nichts machen. Er wird sie nicht von der Stelle rühren, solange man seine Herren nicht weggebracht hat. Und selbst dann.« Die Ambulanz hielt vor dem Haus. Türen schlugen. Armsberg erhob sich und ging hinaus. Er wartete, bis die Krankenpfleger die Trage behutsam in den Wagen schoben und strich mit dem Handrücken sanft über das Haar der alten Frau. »Ich komme wieder, Leo,« sagte er zu ihr. »Ich werde da sein.« »Regadier, bitten Sie Kapitän Emery, dass er Sie Tag und Nacht bewachen lässt.« »Überflüssig«, sagte die Ärztin kalt, als sie ihn der Ambulanz Platz nahm. »Sie wird den heutigen Abend nicht erleben.« Adamsberg hatte Murm und zwei Jahre lang nicht gesehen. Er musste inzwischen dreiundzwanzig sein. Zu alt, um noch mit Streitwölzern zu spielen, zu jung, um den Kampf aufzugeben. Seine Wangen verschattete erst ein Bart, doch diese neue, männliche Note machte ihn nicht beeindruckender. Man hatte den jungen Mann in den Vernehmungsraum geführt, ohne Tageslicht, ohne Ventilator. Adamsberg beobachtete ihn durch die Glasscheibe. Er saß gebeugt auf seinem Stuhl, den Blick zu Boden gerichtet. Die Litenants Noël und Morel verhörten ihn. Die Vernehmung dauerte nun schon seit dem Morgen, und Kommandant Danglar hatte noch nichts getan, um sie zu unterbrechen. Momo hielt seit Stunden an derselben Version fest. Er hatte allein im Park von Frenet gewartet, er hatte diese neuen Turnschuhe in seinem Wandschrank gefunden, er hatte sie aus dem Beutel herausgenommen. Wenn er Benzin an den Händen hatte, zerrührte es von diesen Schuhen her. Wer Antoine Clermont-Brasseur war, wusste er nicht. Keine Ahnung. Hat man ihm was zu essen gegeben? fragte Adamsberg. Ja. Zu trinken? Zwei Cola. Verdammt, Kommissar, was glauben Sie? Wir sind nicht dabei, ihn zu foltern. Der Präfekt persönlich hat angerufen, schaltete Danglar sich ein. Momo muss bis heute Abend alles ausgespuckt haben. Oh, vom Innenminister. Wo sind diese berühmten Turnschuhe? Dort, sagte Danglar und wies auf einen Tisch. Sie stinken immer noch nach Benzin. Adamsberg prüfte sie, ohne sie anzurühren, und nickte. Durchtränkt bis in die Enden der Schnürsenkel, sagte er. Brigadier Estalère stürzte herein. Kommissar, japste Estalère, es hat eine Katastrophe im Labor gegeben. Der junge Mann unterbrach sich, um auf seinen Notizzettel zu schauen. Die Proben, die bei Momo entnommen wurden, sind unbrauchbar. Sie wurden am Ort der Lagerung durch Fremdeinwirkung verunreinigt. Ärgerlich, murmelte Adamsberg. Adamsberg betrat den Vernehmungsraum, mit den Fingerspitzen die Turnschuhe tragend, und bedeutete, Noel durch ein Zeichen hinauszugehen. Über Momos Gesicht ging ein erleichtertes Lächeln, aber der Kommissar schüttelte den Kopf. Nein, Mo, dies ist das Ende deiner Heldentaten als Bandenchef. Weißt du, wen du diesmal angezündet hast? Weißt du, wer das ist? Sie haben's mir gesagt. Der Typ, der Immobilien und Metalle herstellt. Clermont. Mit anderen Worten, du hast vorher im Land schlecht hingelegt. In diesem Augenblick, wo ich mit dir rede, ist man bei Clermont-Brasseur total verunsichert, und die europäischen Börsen beginnen, unruhig zu werden. Ist dir das klar? Erzähl mir nicht deine Geschichten von nebulösen Verabredungen im Park, von dir unbekannten Sportschuhen. Was ich wissen will, ist, ob du ihn zufällig getötet hast, oder ob du es speziell auf Clermont-Brasseur abgesehen hattest. Fahrlässige oder vorsätzliche Tötung, das macht einen großen Unterschied. Bitte, Kommissar. Hattest du es auf ihn abgesehen? Wolltest du mit deinem Namen in die Geschichte eingehen? Wenn ja, bist du erledigt. Zieh diese Schuhe an. Einer genügt mir. Sie gehören mir nicht. Zieh einen an, sagte Adamsberg in etwas lauterem Ton. Noël, der, um zuzuhören, hinter der Scheibe stehen geblieben war, zuckte entrüstet die Schultern. Er bringt den Kerl noch zum Heulen, so hart, wie er rangeht, und dann heißt es immer, der Unmensch in der Brigade bin ich. Adamsberg kam aus dem Vernehmungsraum und reichte Esther Lea die Schule. Er begegnete den vielsagenden Blicken seiner Mitarbeiter, insbesondere dem von Kommandant D'Angla. Übernehmen Sie, merke er den. Ich habe noch mit der Normandie zu tun. Jetzt, wo Mo das Vertrauen in mich verloren hat, wird er ziemlich schnell aufgeben. Sobald der Techniker seine erneuten Proben genommen hat, schicken Sie ihn zu mir rein. Ich glaubte immer, Sie wären gegen eine Anklage, der merkte D'Angla in etwas gespreiztem Ton. Aber seitdem habe ich seine Augen gesehen. Er hat es getan, D'Angla, so traurig es ist. Aber er hat es getan. Wildlich oder nicht, das müssen wir noch herausfinden. Wenn es etwas gab, was D'Angla mehr als alles andere an Adamsberg missbilligte, so war es diese Art, seine Empfindungen als erwiesene Tatsachen zu betrachten. Es geht nicht darum, zu sehen oder nicht zu sehen, Kommissar, sondern zu wissen. Und wir wissen, D'Angla? Mo hat den Alten auf dem Altar seiner Überzeugungen geopfert. Heute Morgen hat in Ordebeck ein Kerl eine alte Dame erschlagen, so wie man einen Wurm auf dem Boden zertritt. Ich bin nicht in der Stimmung, Mörder mit Glacier-Anschuhen anzufassen. Adamsberg wählte auf seinem Telefon die Nummer des Krankenhauses von Ordebeck. Er machte D'Angla ein Zeichen mit der Hand, wie ein gleichmäßiges Abwinken. Gehen Sie nach Hause, Herr Kommandant, das ist das Beste, was Sie tun können. Ich brauche nur zwei Männer hier bei Mo. Werker D. und erst ein Herr. Dergestalt verabschiedet, zerstreute sich die Gruppe schreiend, sprachlos oder voller Missbilligung. Adamsberg, der sich in sein Büro eingeschlossen hatte, hörte die Tür der Brigad zuschlagen. Jedes Mal, wenn einer seiner verstörten Mitarbeiter diesen von Unbehagen und Gräuel vergifteten Ort verließ. Er hatte getan, was getan werden musste und machte sich keinerlei Vorwurf. Er war es ein bisschen grob angegangen, aber die Dringlichkeit hatte ihm keine Wahl gelassen. Gegen zwanzig Uhr hörte er den schleppenden Schritt von Merker D., der Mo zu ihm brachte. In einer Stunde würde das Schicksal des jungen Brandstiftes entschieden sein, und morgen würde er sich den Reaktionen seiner Kollegen stellen müssen. Die einzige, die er wirklich fürchtete, war Rétancourt. Er konnte nicht zögern, was auch immer Rétancourt oder D'Angla denken mochten. Er hatte in Momos Augen gelesen, und damit war der Weg vorgezeichnet, den er unweigerlich gehen musste. Er stand auf, um die Tür zu öffnen, und steckte sein Handy ein. Leo in Ordebeck war noch immer am Leben. »Setz dich«, sagte er zu dem eintretenden Mo, der den Kopf senkte, um seine Augen zu verbergen. Adamsberg hatte ihn weinen hören. Die Verteidigungswelle brachen ein. »Er hat nichts gesagt«, berichtete Merker D. in sachlichem Tun. »Es wird gleich vorüber sein«, sagte Adamsberg und drückte den jungen Mann auf die Schulter, damit er sich setzte. »Merker D., legen Sie ihm die Handschellen an, und gehen Sie nach oben, sich ausholen.« Nach oben, das hieß in den kleinen Raum mit dem Getränkeautomaten, wo der Liebtenant ein paar Kissen auf den Boden gelegt hatte, auf denen er seine Siesten hielt. Das Telefon klingelte bei Kapitän Emery mitten beim Abendessen. Beärgert nahm er an. Die Zeit des Abendessens war für ihn eine luxuriöse und wohltuende Unterbrechung im Tagesablauf, an der er in einem relativ bescheidenen Leben nahezu mit Besessenheit festhielt. In seiner dreizimmer Dienstwohnung war der größte Raum dem Speisezimmer vorbehalten und die Verwendung eines weißen Tischtuchs verbindlich. Auf diesem Tuch glänzten zwei aus dem Erbe des Marschalls Tabu gerettete silberne Gegenstände, eine Bonbonniere und eine Hubschane. Beide geprägt mit dem kaiserlichen Adler und den Initialen des Vorfahren. Emerys Haushälterin drehte das Tischtuch unauffällig auf seine bekleckerte Seite, um Wäsche zu schwaren, denn sie hatte keinerlei Respekt vor dem alten Fürsten von Eckmühl. Emery war kein Dummkopf. Er wusste, dass seine Verbeugungen vor dem Ahnen ein Leben kompensierten, das er als mittelmäßig ansah, und einen Charakter, der nicht die berühmte Verwegenheit des Marschalls besaß. Er von ängstlicher Natur hatte Emery die Militärkarriere seines Vaters ausgeschlagen und sich in puncto Armee für das Chor der Nationalen Gendarmerie, in puncto Eroberungen, für den weiblichen Körper entschieden. Er urteilte sehr streng über sich, außer in der glanzvollen Stunde des Diners, während der er sich eine nachsichtige Pause gönnte. An diesem Tisch gestand er sich gewandtes Auftreten und Autorität zu, und diese tägliche Dosis Narzissmus hatte etwas sehr Belebendes für ihn. Man wusste, dass man ihn, außer in dringenden Fällen, im Augenblick des Essens nicht stören durfte. Die Stimme des Brigadiers Bleriot klang darum auch ein wenig zögernd. »Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Kapitän, doch ich glaubte, Sie informieren zu müssen.« »Leo?« »Sie liegt immer noch im Koma. Dr. Mernon rechnet damit, dass sich das innere Himmantrum zurückbilden wird.« »Rechnet er wirklich damit?« »Nein, Kapitän, nicht wirklich.« »Haben Sie schon zu Atem gegessen, Bleriot?« »Ja.« »Dann kommen Sie in einer halben Stunde zu mir.« Emery warf sein Telefon auf das weiße Tischtuch und setzte sich finster wieder vor seinem Teller. Er hatte zu Bleriot, der älter war als er, eine widersprüchliche Beziehung. Er verachtete ihn, und seine Ansichten interessierten ihn in keiner Weise. Bleriot war nur ein simpler Brigadier, dick, devot und ungebildet. Gleichzeitig machten ihn sein umgängliches Temperament, seine Geduld und seine Diskretion zu einem nützlichen Vertrauten. Er arbeitete mit ihm seit sechs Jahren. »Es sieht nicht gut aus, Bleriot«, sagte er zu dem Brigadier, als er ihm die Tür öffnete. »Für Leo?« fragte Bleriot. »Für uns, für mich.« »Durch meine Schuld ist der ganze Anfang der Ermittlung im Arsch. Wenn Leo überfallen wurde, dann ist auch Abier umgebracht worden. Ein Typ, der eine alte Dame zu Boden schlägt, ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Mit anderen Worten, ein Barbar, ein Dämon, den ich seit Tagen frei herumlaufen lasse. Was erzählt man sich noch in der Stadt?« »Ich sagte doch, Kapitän, ich weiß es nicht.« »Das stimmt nicht, Bleriot.« »Was sagt man über mich? Was ich meine Arbeit nicht ordentlich gemacht habe, so ist es doch.« »Das geht vorüber. Die Leute reden, und sie vergessen auch wieder.« »Nein, Bleriot, weil sie nämlich recht haben. Erbier ist vor elf Tagen verschwunden, vor neun Tagen habe ich es erfahren. Ich hatte beschlossen, es zu ignorieren, weil ich gedacht habe, dass die Vorn der Moos mir eine Falle stellen wollten. Und als man seine Leiche fand, habe ich beschlossen, dass er sich umgebracht hat, denn das kam mir gelegen. Ich war verbohrt wie ein Stier und habe keinen Finger gerührt. Wenn Sie sagen, dass ich für Leos Tod verantwortlich bin, haben Sie recht. Als der Mord an Erbier gerade erst geschehen war, hätte man noch die Chance gehabt, die Spur zurückzuverfolgen. Man konnte es nicht ahnen. Du nicht, ich schon. Und jetzt findet sich kein einziges Indiz mehr. Es ist immer das Gleiche. Je mehr man sich zu schützen sucht, desto verwundbarer wird man. Merkt ihr das?« Emery reichte dem Brigadier eine Zigarette, und sie hauchten beide schreigend. »Und warum ist das so schwerwiegend, Kapitän? Was kann auf uns zukommen?« »Eine Generalinspektion der Gendarmerie, nicht mehr und nicht weniger. Lassen Sie sich helfen, Kapitän. Vom Grafen. Sein langer Arm reicht bis in die Hauptstadt. Und bis zur Generalinspektion. Er kann mit vollem Recht annehmen, dass ich verantwortlich bin für das, was Leo zugestoßen ist. Und mich folglich zum Teufel schicken. »Kommissar!« Fählte Mo wieder. »Halt den Mund!« Und erbrach ihn Adamsberg. »Du hast schon den Strick um den Hals und nicht mehr viel Zeit.« »Ich töte niemanden! Ich töte nichts! Höchstens die Kakerlaken zu Hause!« »Halt den Mund!« »Verdammt!« Wiederholte Adamsberg mit einer gebieterischen Geste. Mo schwieg überrascht. Irgendwas am Kommissar war verändert. »So ist es schon besser,« sagte Adamsberg. »Wie du gehört hast, bin ich nicht in der Stimmung, Mörder laufen zu lassen.« Das Bild von Leo zog an seinem Auge vorüber. Mo schüttelte den Kopf. Er verstand nicht. In deinem Fall, Mo, haben wir es mit einem zynischen, berechnenden und überaus mächtigen Mörder zu tun. Das ganze Gegenteil von dem triebhaften, blindwütigen Wahnsinnigen, der Norddeböck sein Unwesen treibt. »Kenne ich nicht.« Murmitte Mo. Unwichtig. Irgendjemand hat diesen Antoine Clermont-Brasseur sauber liquidiert. Was du wissen musst, ist, dass du die Rechnung bezahlen wirst. Das ist seit Beginn der Operation so vorgesehen. In 22 Jahren wirst du wegen guter Führung entlassen. Vorausgesetzt, du zündest nicht deine Zöller an. 22 Jahre? Der Tod ist ein Clermont-Brasseur. Nicht irgendein Kneipier. Die Justiz ist nicht blind. Aber wenn Sie wissen, dass ich es nicht war, könnten Sie es denen doch sagen. Und ich gehe nicht in den Knast. Davon darfst du träumen, Mo. Der Clermont-Brasseur-Clan wird nie zulassen, dass einer der Seilen verdächtigt wird. Man kriegt sie nicht mal für eine simple Befragung. Und was auch immer geschehen ist, unsere Regierenden werden den Clan schützen. Dass du nicht zählst, und ich auch nicht, wäre schwach ausgedrückt. Du bist nichts. Sie sind alles. So kann man es eher nennen. Und dich haben sie sich ausgesucht. Sie haben keine Beweise, flüsterte Mo. Ich kann nicht ohne Beweis verurteilt werden. Ich kann dir zwei Jahre Gefängnis anbieten, statt 22. Nimmst du an? Wie das? In diesem Augenblick klingelte sein Telefon. Auf dem Display leuchtete eine Nummer auf, die er nicht kannte. Adamsberg sah auf seine Uhr. 22.05 Uhr und runzelte die braun. Adamsberg, sagte der Kommissar mit Vorsicht. Louis-Nicolas Emery, antwortete der Kapitän mit hohler Stimme. Habe ich dich geweckt? Nein. Einer meiner Verdächtigen ist entkommen. Na wunderbar, sagte Emery, ohne zu begreifen. Ist Leo gestorben? Nein. Noch hält sie durch. Aber ich nicht. Ich bin meines Postens enthoben, Adamsberg. Offiziell? Noch nicht. Ein Kollege von der Generalinspektion hat mich im Voraus verständigt. Es soll morgen geschehen. Es war vorauszusehen, Emery. Suspendiert oder versetzt? Nein. Vorübergehend, suspendiert in Erwartung des Berichts. Warum rufst du mich an? Ich will lieber krepieren, als mit Ansehen, wie der Kapitän von Lisieux die Leitung der Ermittlung übernimmt. Selbst die heilige Thérèse würde ihn ohne Zögern dem wütenden Herr vorwerfen. Eine Sekunde, Emery. Adamsberg legte die Hand auf sein Telefon. Dank klar. Der Kapitän von Lisieux. Dominique Bafon. Ein richtiger Scheißkerl. Was willst du tun, Emery? Sagte Adamsberg, indem er sich wieder einschaltete. Ich will, dass du den Fall übernimmst. Schließlich ist es ja auch deiner, seit du den Weg von Bonn-Wall gegangen bist, aber noch nicht die leiseste Ahnung hattest. Ich war da lang gegangen, um Luft zu schnappen. Ich habe Brombeeren gegessen. Das kannst du anderen Leuten erzählen. Es ist deine Ermittlung, bekräftigte Emery. Und wenn du sie leitest, kann ich dir unter der Hand mehr hilflich sein. Und du wirst nicht auf mir rumhacken. Tut mir leid, Emery. Du weißt, dass ich dich nicht einfach beherben kann. Ich habe keinerlei Motiv. Ich spreche nicht von Motiv. Ich spreche von Beziehungen. Ich kann meine zum Grafen von Ordebeck spielen lassen. Sieh zu, dass du von deiner Seite eine nutzen kannst. Warum sollte ich das tun? Um mir Ärger mit den Bullen von Lisieux einzuhandeln? Ich habe hier schon massenhaft Ärger am Hals, Emery. Aber du bist nicht kaltgestellt. Was weißt du davon? Ich sagte dir doch gerade, dass mir ein Tragverdächtiger abgehauen ist, aus meinem eigenen Büro, mit der Waffe von einem meiner Beamten. Ein Grund mehr, dir woanders einen Erfolg zu verschaffen. Nicht ganz falsch, dachte Adamsberg. Dein Influner-Verdächtiger, ist das der aus der Mordsache Clermont-Brasseu? Der Garne-Marie wieder. Genau der. Du siehst, das Schiff läuft voll Wasser, und ich werde aus dem Schöpfen nicht herauskommen. Die Clermont-Erben interessieren die dich? Sehr, aber die sind unerreichbar. Nicht für den Grafen von Ordebeck. Dem alten Antoine hat er seinerzeit seine Stahlhütten verkauft. In den Fünfzigerjahren haben sie zusammen Afrika unsicher gemacht. Der Graf ist ein Freund. Als Leo mich am Hosenboden aus dem Teich gefischt hat, war sie noch mit ihm zusammen. Lass mich darüber nachdenken, sagte Adamsberg. Als er sich zu Fuß auf den Weg nach Hause machte, dachte Adamsberg, hatte Emery vielleicht sogar recht. Das der Fall seiner war. Er machte einen Abstecher zum Zehenufer hinunter und warf Mercadés Telefon in den Fluss. Um 6.30 Uhr erhielt Adamsberg in Hannover vom Generalsekretär des Direktors der Präfektur. Darauf den des Direktors selbst, dann den vom Sekretär des Innenministers und um neun Uhr fünfzehn schließlich den des Ministers. Im selben Augenblick betreut der junge Mo seine Küche, bekleidet mit einem viel zu großen T-Shirt, das Särk ihm geliehen hatte, und bat Schüchtern, um etwas zu essen. Mit zwei Gesten gebot Adamsberg den beiden jungen Leuten schweigen und bat sie, den Raum zu verlassen. Nein, Herr Minister, er hat keine Chance, uns zu entkommen. Jawohl, alle Gendarmerien sind seit gestern Abend 21.40 Uhr verständigt. Ja, sämtliche Grenzposten auch. Ich glaube nicht, dass das was bringen würde, Herr Minister. Jete Norm Mercadé trifft keine Schuld. Da werden und da müssen Köpfe rollen, Kommissar Adamsberg. Das dürfte Ihnen wohl klar sein. Die Familie Clermont-Bresseur ist außer sich über die Nachlässigkeit ihrer Dienststelle, und ich ebenso, Kommissar. Man bleibt nicht allein mit einem Verdächtigen. Das gilt vor allem für Sie, Kommissar, der Sie ihn ohne einen außerdem noch anwesenden Mitarbeiter in Ihr Büro geholt haben, und der Sie sich als unfähig erwiesen haben, einen zwanzigjährigen Ganoven zu entwaffnen. Riesiger Fehler! Exakt, Herr Minister. Mit Kaffeetropfen zeichnete Adamsberg zerstreut verschlungene Formen auf das Plastiktischtuch. Christian Clermont-Bresseur hat Ihre sofortige Entlassung gefordert, sowie die Ihre zwei inkompetenten Mitarbeiter, und ich wäre versucht, dem nachzukommen. Gleichwohl sind wir hier der Ansicht, dass wir Sie noch brauchen. Acht Tage, Adamsberg! Nicht einen Tag mehr! Adamsberg versammelte alle seine Mitarbeiter im großen Konferenzsaal. Bevor er das Haus verließ, hatte er seine Verletzung am Kinn mit der rauen Seite eines Abwaschschwamms aufgefrischt, sodass seine Haut jetzt eine Reihe roter Schrammen aufwies. Es war ihm unangenehm, seine Leute auf die vergebliche Verfolgung von Mo zu schicken, während er doch bei ihm zu Hause am Tisch saß. Aber die Umstände ließen ihm keine Wahl. Er verteilte die Aufgaben, und jeder studierte schweigend seinen Routenplan. Sein Blick litt über die Gesichter seiner neunzehn anwiesenden Mitarbeiter, die äußerst perplex waren angesichts der neuen Situation. Allein Ritter und Kur schielen sich insgeheim zu amüsieren, was ihn ein bisschen beunruhigte. »Ich erinnere mich nicht, dass ich im Vernehmungsraum eingeschlafen bin«, sagte Mercadé, mit vor Schuldbewusstsein erstickter Stimme. »Es ist alles mein Feder. Aber ich erinnere mich nicht. Wenn ich jetzt schon einschlafe, ohne es zu bemerken, bin ich für den Dienst nicht mehr täglich.« »Feder gibt es viele, Mercadé. Sie sind eingeschlafen. Esther Lea hat den Raum verlassen, wir haben Mo nicht durchsucht, und ich bin allein mit ihm in meinem Büro geblieben.« »Selbst wenn wir ihn vor Ablauf von acht Tagen finden, wird man sie feuern, um ein Exempel zu statuieren«, meinte Noël. »Schon möglich, Noël. Und... Mercadé, Sie bleiben noch einen Moment. Kommen Sie mit mir.« Er saß Adamsberg gegenüber und knetete seine kleinen Hände. Mercadé war ein anständiger Kerl, gewissenhaft, aber auch verletzlich, und Adamsberg war drauf und dran, ihn in eine Depression zu stürzen, in den Hass auf sich selbst. »Ich möchte lieber gleich entlassen werden«, sagte Mercadé und rieb sich würdevoll seine Augenringe. Der Kerl hätte Sie abknallen können. »Lieutenant«, sagte Adamsberg und beugte sich über den Tisch. »Sie sind nicht eingeschlafen. Mo hat Ihnen auch nicht Ihre Waffe abgenommen. Nett von Ihnen, Kommissar, dass Sie mir helfen wollen. Aber als ich da oben aufgewacht bin, hatte ich keine Waffe und kein Handy mehr bei mir. Beides hatte Mo. Er hatte sie, weil ich sie ihm gegeben habe. Ich habe sie ihm gegeben, nachdem ich sie Ihnen abgenommen hatte. Oben im Raum mit dem Getränkeautomaten. Verstehen Sie, was ich meine? »Nein«, sagte Mercadé und sah ihn entgeistert an. »Ich selbst, Mercadé. Ich musste Mo zur Flucht verhelfen, bevor er in Haft kam. Mo hat niemals einen Menschen getötet. Die Mittel konnte ich mir nicht aussuchen, und ich habe sie mit hineingerissen. Mo hat sie nicht bedroht? »Nein.« Sie waren es, der die Gitter geöffnet hat? Ja. Ach, du Scheiße. Adamsberg warf sich in den Stuhl zurück und wartete, dass Mercadé die Information verdaute. »Okay«, sagte Mercadé und sah auf. »Das ist mir hundertmal lieber als der Gedanke, ich wäre im Vernehmungsraum weggesagt. Und wenn Mo den Alten nicht umgebracht hat, blieb Ihnen gar nichts anderes übrig, als das zu tun.« »Und zu schweigen, Mercadé.« »Allein Danglar hat verstanden, aber Sie, Estalère und ich werden in acht Tagen sehr wahrscheinlich hochgehen. Und ich habe Sie nicht mal nach Ihrer Meinung gefragt.« »Es blieb Ihnen gar nichts anderes übrig, als das zu tun«, wiederholte Mercadé. »Wenigstens hat mein Schlaf dann zu etwas genützt.« »Aber wir werden hochgehen«, liebte nur. »Es sei denn, Sie kriegen einen der Clermont-Söhne zu fassen.« »So schätzen Sie die Lage also ein?« fragte Adamsberg. »Vielleicht. Ein junger Mann wie Mo hätte seine Schnürsenkel hinten herumgeführt und dann vornverknutet. Mir ist nicht klar, warum die Enten Benzin getränkt sind.« »Mein Kompliment. Haben Sie das auch gesehen?« »Ja. Und warum denken Sie da zunächst an einen der Söhne? Stellen Sie sich deren Verluste vor, wenn Antoine Clermont-Brasseur seine Hausleiterin geheiratet und die Kinder adoptiert hätte. Man sagt, die Söhne haben nicht das teuflische Genie des alten Antoine und hätten sich in sehr unbesonnene Operationen gestürzt. Vor allem Christian, ein kaputter Typ, ein Spieler, der gern mal die Tagesleistung eines Bootturns innerhalb von vierundzwanzig Stunden verjubelt. Mercadier schüttelte seufzend den Kopf. »Dabei wissen wir nicht mal, ob er es war, der den Magen fuhr«, sagte er abschließend und stand auf. »Lätenant«, erinnerte Adamsberg ihn, »wir brauchen absolutes Schweigen. Ein Schweigen für immer.« »Ich will lieber allein, Kommissar.« Um sechs Uhr dreißig weckte er Serb und Bogen. »Der Senior El-Karl kommt uns zur Hilfe«, sagte er. Und Serb fand sich dieser Satz, klang ein bisschen wie eine Verkündigung mit der Kirche. »Der Fall Odebeck ist mir übertragen worden. Haltet euch bereit, dass wir noch im Laufe des Tages fahren können. Reinigt das ganze Haus von Grund auf, geht mit Desinfektionslösung überall durchs Bad, wascht Momos Bettzeug, wischt alles ab, womit seine Finger in Berührung gekommen sein könnten.« »Wir nehmen ihn in meinem Dienstwagen mit und verstecken ihn dort.« »Serb, du holst mein eigenes Auto aus der Werkstatt. Kommst du dann mit? Ich könnte dich dort gebrauchen, um Mo in seinem Versteck mit Nahrungsmitteln zu versorgen.« Serb nickte. Eine neuerliche Sitzung versammelte die Mitarbeiter der Brigade. Es war Sonntag, aber die Dringlichkeitsorder des Ministeriums hatte jede Pause und jeden Urlaub bis zur Lösung des Falls Mohammed, also Moos, annulliert. Adamsberg hatte Zeit gehabt, so zu tun, als lese er die Berichte über die Razzia in der Cité de Büt, die ohne jedes Ergebnis bis zwei Uhr zwanzig morgens genauert hatte. »Wo ist Violette?« fragte Esther Leher, während er die erste Runde Kaffee servierte. Auftragstation im Hause Clermont-Brasseur. Sie hat sich beim Personal anheuern lassen. Noelle ließ einen langen, bewundernden Pfiff hören. »Keiner von uns darf darüber reden oder Sie kontaktieren. Offiziell ist sie auf einer Weiterbildung in Toulon, auf einem vierzehntägigen Intensivlehrgang für Informatik.« »Wir stellen also das gesamte Überwachungsaufgebot ein und gehen zu anderem über.« »Aber wir verfolgen Moor doch weiter, oder?« fragte Morell. »Natürlich bleibt das unsere vorrangige Aufgabe. Aber einige von Ihnen sollten sich zur Verfügung halten. Wir gehen in die Normandie. Man hat uns mit dem Fall Ordebeck betraut.« Dann klar hob lebhaft den Kopf und sein Gesicht furchte sich vor Missfallen. »Haben Sie das durchgesetzt, Kommissar?« fragte er. »Nicht ich. Kapitän Emery ist aus dem Verkehr gezogen worden. Er hat von zwei Morden den einen als Selbstmord, den anderen als Unfall abgetragen. Er ist suspendiert. »Und warum kriegen wir das aufgebrummt?« fragte Justine. »Weil ich gerade vor Ort war, als man die erste Leiche fand, und als das zweite Opfer überfallen wurde. Weil Kapitän Emery Druck gemacht hat. Und weil sich von dort vielleicht eine Möglichkeit ergibt, in die Festung Clermont-Brasseur einzudringen.« Adamsberg log. Er glaubte nicht an die Macht des Grafen von Ordebeck. Emery hatte ihn mit diesem Nebeneffekt zu locken versucht, um ihm einen Vorwand zu liefern. Adamsberg ging in die Normandie, weil es ihn fast unwiderstehlich reizte, das wütende Heer herauszufordern. Und weil sie ein hervorragendes Versteck für Maud sein würde. »Ich sehe nicht, wo da der Zusammenhang mit den Brüdern Clermont ist,« sagte Maudan. »Es gibt dort einen alten Grafen, der uns einige Türen öffnen könnte. Er hat früher mal mit Antoine Clermont Geschäfte gemacht.« »Nimmen wir es mal an,« sagte Morell. »Und was ist das für ein Fall? Worum handelt es sich?« »Es hat einen Mord gegeben, einen Mann, und einen Mordversuch an einer alten Frau. Man glaubt nicht, dass sie überleben wird.« »Drei weitere Tode sind angekündigt.« »Angekündigt?« »Ja. Denn diese Verbrechen stehen in direkter Verbindung zu einer Art stinkenden Horde. Eine sehr alte Geschichte.« »Eine Horde von was?« »Von bewaffneten Toten. Sie zieht seit Hunderten und Aberhunderten von Jahren dort durch die Gegend und schleppt lebende Personen ab, die sich schuldig gemacht haben.« »Perfekt,« sagte Noël, »die machen gewissermaßen unseren Job.« »Schon ein bisschen mehr, denn sie töten sie.« »Dangler, erklären Sie ihnen in kurzen Worten, was das wütende Heer ist.« »Sinnlose Empfehlung.« Danglars Darstellung dauerte geschlagene vierzig Minuten und war für die Beamten eine unterhaltsame Abwechslung in der bedrückenden Wirklichkeit der Clermont-Affäre. Die Mitarbeiter der Brigade standen bereits völlig im Bann von Danglars Beredsamkeit und vor allem dem unheimlich beeindruckenden Schauspiel von Erkins Armee. »Wie ist unser Plan?« fragte Gistin. »Wie teilen wir uns auf?« »Ich fahre mit Danglars, falls er dazu bereit ist, und im Bedarfsfall werde ich auf den einen oder anderen von Ihnen zukommen.« »Wir bleiben also an Mo dran.« »So ist es. Finden Sie mir diesen Kerl wieder. Bleiben Sie in ständiger Verbindung mit allen Polizeistationen im Lande.« Adamsberg zog Danglars mit sich, nachdem er die Sitzung beendet hatte. Danglars schüttelte den Kopf. »Einer muss hierbleiben und die Brigade am Laufen halten.« »Wovor haben Sie Angst, Danglars?« »Ich habe keine Angst.« »Doch.« »Nun gut«, gab Danglars zu. »Ich glaube, dass ich meine Haut in Ordebeck lassen werde.« »Das ist alles.« »Dass dies mein letzter Fall sein wird.« »Um Himmels Willen, Danglars.« »Wie kommen Sie auf sowas?« »Also, ich selbst habe alles ausgelöst, indem ich Ihnen die Geschichte von diesem wütenden Heer erzählte. Sonst hätten Sie weiter von Ihrem Vergegenden Heer gesprochen, und dabei wäre es geblieben. Ich aber musste den verbotenen Schein öffnen, aus Vergnügen, aus Gelehrsamkeit. Damit habe ich Ilka herausgefordert, und das wird er mich mit dem Leben bezahlen lassen, dort, in Ordebeck.« »Pech gehabt«?« Danglars musste lächeln, und als er aufsah, war sein Blick verändert. Diese Antwort sagte ihm zu. Sie beendete mit einem Schlag seine Klage, als hätte Adamsberg auf eine Stopptaste gedrückt und seine Ängste gelöscht. »Um wieviel Uhr?« »Seien Sie in zwei Stunden bei mir zu Hause. Versorgen Sie zwei neue Mobiltelefone und suchen Sie den Namen eines guten Restaurants heraus.« Als der Kommissar sein Haus betreibt, war alles blitzsauber, die Taschen waren fast fertig gepackt. Serg war dabei, in die von Moe Zigaretten Bücher, Stifte, Kreuzwort Rätsel hineinzustecken. Moe sah ihm zu. »Wo werde ich untergebracht sein?« »In einer Hütte, etwas außerhalb des Ortes. Die Bewohner ist gerade ermordet worden. Also wurde sie von der Gendarmerie versiegelt, einen besseren Unterschlupf kannst du gar nicht finden.« »Und was machen wir mit den Siegeln?« fragte Serg. »Wir machen sie ab und bringen sie wieder an. Ich zweiz dir.« Jedenfalls hat die Gendarmerie keinerlei Grund mehr, dort aufzukreuzen. »Warum ist der Typ ermordet worden?« fragte Moe. »So ein widerlicher Hühnel dort aus der Gegend ist über ihn hergefallen, ein gewisser Elbkerl. Aber lass dich davon nicht beeindrucken, auf dich hat das nicht abgesehen.« »Mo fährt mit mir«, erklärte Adams Backweiter, »im Kofferraum des Dienstwagens. Die Fahrt wird ungefähr zwei Stunden dauern und es wird sehr heiß da drin sein. Wasser kriegst du mit. Wirst du durchhalten?« »Ja.« »Du wirst die Stimme noch eines zweiten Mannes hören, die von Kommandant d'Angla.« »Keine Sorge, er weiß, wie deine Flucht abgelaufen ist.« »Oder vielmehr, er hat's erraten. Ich konnte es nicht verhindern.« »Aber er weiß noch nicht, dass ich dich dabei habe.« »Ich setz dich in dem leeren Haus ab, bevor wir nach Ordebeck reinfahren.« »Du, Särk, kommst mit dem anderen Wagen und dem übrigen Gepäck hinterher. Da du mit einer Kamera umgehen kannst, werden wir im Ort erzählen, dass du ein informelles Praktikum in Fotografie machst. Und gleichzeitig arbeitest du frei beruflich für eine, sagen wir, schwedische Zeitschrift, wofür du in der Gegend umherstreifen musst. »Wir brauchen eine Erklärung für deine Abwesenheiten.« »Es sei denn, du weißt was Besseres.« »Nein«, sagte Särk schlicht. »Was könntest du denn fotografieren?« »Landschaften? Kirchen? Schon viel zu oft fotografiert. Denk dir was anderes aus. Ein Thema, das deine Anwesenheit auf Feldern und in Wäldern erklärt, was man dich dort antreffen sollte. Denn da wirst du durchgehen, um zu Moot zu gelangen.« »Vermodertes Laub«, schlug Särk vor. »Wie kommst du auf vermodertes Laub?« »Wann es sich bestens eignet. Weißt du, was es alles da drin gibt in dem modrigen Laub? In nur zehn Quadratzentimetern modrigem Laub? Insekten, Würmer, Larven, Gase, Pilzsporen, Vogeldreck, Wurzeln, Mikroorganismen, Samenkörner? Ich mache eine Reportage über das Leben in modrigem Laub.« »Gut«, erwiderte Adamsberg und sah auf seine Uhr. »Sobald Ganglar eingetroffen ist, gebe ich dir Bescheid, dass wir aufbrechen.« Zwanzig Minuten später fuhr Adamsberg über die Autobahn West aus Paris heraus, den Kommandant zu seiner Rechten, der sich mit einer Frankreich-Karte Luft zufächelte, und Mo im Kofferraum, mit einem Kissen unterm Kopf. Nach einer Dreiviertelstunde rief der Kommissar Emery an. »Ich komme jetzt erst hier los«, sagte er zu ihm. »Früher als in zwei Stunden brauchst du nicht mit mir zu rechnen.« »Freue mich, dich hier zu haben. Der Kapitän in Lisieux ärgert sich schwarz.« »Ich gedenke mich, in Leos Herberge einzukwartieren.« »Spricht was dagegen?« »Durchaus nicht.« »Sehr gut. Ich werde ihr Bescheid sagen. Sie hügt dich doch gar nicht. Ich sage ihr trotzdem Bescheid.« Adamsberg steckte den Apparat wieder ein und gab Gas. »Müssen wir unbedingt so schnell fahren?« fragte Danglar. »Es kommt auf eine halbe Stunde mehr oder weniger nicht an.« »Wir fahren schnell, weil es heiß ist.« »Warum haben Sie Emery über unsere Ankunftszeit belogen?« »Stellen Sie nicht zu viele Fragen, Kommandant.« Fünf Kilometer vor Ordebeck verlangsamte Adamsberg die Fahrt. Bevor wir nach Ordebeck einfahren, Danglar, habe ich noch was zu erledigen. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie hier auf mich warten. In einer halben Stunde hole ich Sie wieder ab. Nein, ich fahre mit Ihnen. Was jetzt kommt, wird Ihnen vermutlich nicht gefallen. Mir gefällt schon Ordebeck nicht. Haben Sie aber Unrecht. Der Ort ist nämlich wunderhübsch. Die Felder ringsum sind in allen erdenklichen Grüntönen gemalt, und auf dieses Grün hat man eine Menge regloser Kühe gestellt. Adamsberg bog links auf einen heutigen Feldweg ein. Wir fahren von hinten ran, durch den kleinen Wald. Woran? An das Haus, in dem der erste Tote gewohnt hat, der Jäger. Wir machen schnell und kein großes Aufheben. Adamsberg nahm die letzten Meter über einen kaum befahrbaren Pfad und hielt im Schutz der Bäume. Rasch ging er um den Wagen herum und öffnete den Kofferraum. Du hast es überstanden, Mo, gleich bist du in der frischen Luft. Die Hütte liegt dreißig Meter von hier durchs Gehölz. D'Anglache schüttelte schweigend den Kopf, als er den Jungen aus dem Kofferraum steigen sah. Er hatte ihn irgendwo in den Pyrenäen oder schon im Ausland mit falschen Papieren gewähnt. Aber es war ja viel schlimmer. Momo im Handgepäck mit sich zu führen, erschien ihm noch unvernünftiger. Adamsberg brachte Siegel auf, stellte Momos Gepäck ab und besichtigte hastig das Haus. Ein helles Wohnzimmer, ein kleiner, fast aufgeräumter Schlafraum und eine Küche, von der aus man ins Grüne sah und auf sechs oder sieben Kühe. »Schön ist es hier«, sagte Mo, »der erst einmal in seinem Leben und nur sehr kurz auf dem Land gewesen war und noch nie am Meer. Ich kann Bäume sehen, den Himmel und Felder.« »Scheiße«, sagte er plötzlich, »sind das Kühe da drüben?« »Du wirst alle Zeit haben, sie zu betrachten.« »Ja, sogar sich bewegen zu sehen.« »Aber bleib einen Meter vom Fenster entfernt. Abends machst du natürlich kein Licht an. Und wenn du eine rauchst, setzt du dich auf den Boden. Eine glimmende Zigarette sieht man aus großer Entfernung. Du kannst dir was Warmes zu essen machen, der Herd ist vom Fenster aus nicht zu sehen. Serg wird in Kürze mit ein paar Vorräten hier sein.« Mo lief durch sein neues Zuhause, ohne bei dem Gedanken an sein Eingeschlossensein allzu große Angst erkennen zu lassen, wobei sein Blick immer wieder zum Fenster ging. »Ich werde hinter dir die Siegel wieder anbringen.« »Benutz das Telefon, nur im alleräußersten Notfall.« »Selbst wenn du dich langweilst wie eine Ratte, ruf keinen Menschen an. Wehrt nicht schlach. Deine sämtlichen Bekannten werden abgehört.« Adamsberg vergewisserte sich, dass das Wäldchen verlassen lag, dann verabschiedete er sich von Mo und öffnete lautlos die Tür. Er nahm eine Wachspistole aus der Tasche und brachte in aller Ruhe die Siegel wieder an. Danglar sah sich nervös um. »Ich mag sowas überhaupt nicht«, murmelte er. »Später, Danglar.« Wieder auf der Hauptstraße rief Adamsberg Kapitän Emery an, um ihm mitzuteilen, dass er gleich in Ordebeck eintreffen werde. »Vorher fahre ich noch beim Krankenhaus vorbei«, sagte er. »Sie wird dich nicht erkennen, Adamsberg. Kann ich euch zum Abendessen erwarten?« »Ich habe meinem Sohn ein Abendessen in der rasenden Lützau versprochen. Kommen Sie doch dazu, Emery.« Vor dem Krankenhaus traf er mit Särk zusammen. Der junge Mann hatte alle Einkäufe schon erledigt. Adamsberg umarmte ihn zur Begrüßung und ließ dabei die Wachspistole, das Siegel und den Lageplan von R. P. Sütte in seine Tasche gleiten. »Wie hast du das Haus vorgefunden?« fragte Särk. »Schauber. Die Gendarmen haben alles Wildbrett weggeräumt. War der Kommandant dabei, als du Mo abgesetzt hast?« »Ja.« »Wie hat er es aufgenommen?« »Ziemlich übel. Er denkt noch immer, dass es eine Straftat und der blanke Wahnsinn ist.« »Ach wirklich? Dabei ist es doch eher vernünftig«, meinte Särk und nahm seine Einkaufstaschen hoch. Adamsberg setzte sich auf den Rand des Bettes und legte seine beiden Hände auf Leos Wangen. »Leo, ich bin wieder da. Ich bin der Kommissar aus Paris. Wir haben zusammen zu Abend gegessen. Es gab Suppe und Kalbfleisch und danach haben wir einen Kalver getrunken vor dem Wollsfeuer und eine Havanna geraucht. »Sie rührt sich nicht mehr«, sagte der Arzt, der soeben ins Zimmer getreten war. »Wer kommt sie besuchen?« fragte Adamsberg. »Die kleine Vendermont und der Kapitän Emery. Aber sie bleibt starr wie ein Brett. Klinisch gesehen müsste sie Lebenszeichen von sich geben, aber nichts. Sie liegt nicht mehr im Koma. Das innere Hämatom hat sich recht gut zurückgebildet. Das Herz arbeitet zufriedenstellend. Sie ist in der physischen Verfassung, die Augen aufzumachen, mit uns zu reden. Aber nichts passiert. Und schlimmer noch, ihre Körpertemperatur ist zu niedrig. Man könnte meinen, die Maschine ist in eine Art Winterstarre gefallen. Kann sie lange so da liegen? Nein. In ihrem Alter? Eine Angelegenheit von wenigen Tagen. »Leo«, wiederholte Adamsberg, »ich bin es. Ich bin da, und ich bleibe da. Ich werde mich in ihre Herberge einquartieren, mit einigen meiner Leute. Gestatten Sie mir das? Wir bringen auch nichts durcheinander.« Adamsberg nahm einen Kamm vom Nachttisch. Und eine Hand immer noch auf ihrem Gesicht begann er, sie zu frisieren. Danklar setzte sich auf den einzigen Stuhl im Arm. Er richtete sich auf eine lange Sitzung ein. Adamsberg würde die alte Dame nicht so leicht aufgeben. Schulterzuckend verließ der Arzt das Zimmer. Doch nach eineinhalb Stunden kam er wieder, beeindruckt, mit welcher Beharrlichkeit dieser Polizist sich mühte, Leo ins Leben zurückzuholen. Leos Wange unter seiner Hand war noch immer genauso kalt, aber ihre Lippen hatten sich bewegt. Er bedeutete, Dunglar näher zu kommen. Und wieder eine Lippenbewegung. Dann ein Laut. »Dunglar, haben Sie auch ein »Ello« gehört?« »Sie hat doch »Ello« gesagt, nicht wahr?« Das hörte sich so an. Das ist ihre Art zu grüßen. »Ello«, »Leo«, »ich bin's.« »Ello«, wiederholte die Frau nun deutlicher. Adamsberg umschloss mit den Fingern ihre Hand, schüttelte sie ein wenig. »Ello«, »ich höre Sie, Leo«. »Flemm«, »Flemm geht es gut. Er ist bei Brigadier Blerio.« »Flemm«, »es geht ihm gut. Er wartet auf Sie.« »Super«, »ja, der Brigadier gibt ihm jeden Tag Fächen. Der sicherte Adamsberg, obwohl er keine Ahnung hatte. Er hat es sehr gut bei ihm. Er wird gut gehandelt.« »Ello«, sagte die Frau noch einmal. Das war alles. Ihre Lippen schlossen sich wieder. Adamsberg begriff, dass sie am Ende ihrer Kräfte angekommen war. »Herrhoffen Sie sich nicht allzu viel«, sagte der Arzt. »Das war vielleicht Ihr letztes Aufflackern.« »Sie hören nicht auf, Doktor, Sie vor der Zeit zu begraben«, sagte Adamsberg, während er zur Tür ging. »Sie haben es doch wohl nicht heilig, oder?« »Ich bin Gueriata.« »Ich kenne mein Metier«, antwortete der Arzt mit verknittenem Mund. Adamsberg notierte sich den Namen, der auf seinem Anstecker stand, »Jacques Melland«, und verließ die Einrichtung. Schweigend ging er zum Auto und übergab Danglar das Steuer. »Hol fahren wir«, fragte Danglar und startete. »Biegen Sie dort rechts ab. Wir fahren zur alten Herberge.« Danglar hatte einen runden Tisch reservieren lassen, an dem er sich nun mit Befriedigung niederließ. Diese erste Mahlzeit in Bordebec, in einem alten Restaurant unter niedrigen Deckenbalken, markierte eine Pause in seinen Ängsten. Serg gesellte sich pünktlich zu ihnen und ließ sie durch ein feines Augenzwinkern wissen, dass im Haus am Wald alles in Ordnung war. Adamsberg hatte noch einmal darauf bestanden, dass auch Emery dazu käme, und schließlich hatte der Kapitän zugesagt. »Da kommen Sie. Der Dicke mit den dunklen Haaren, der ihn begleitet, ist Brigadier Blériot.« »Wie geht es Flynn?« fragte Adamsberg den Brigadier. »Leo hat heute ein paar Worte mit mir gesprochen. Sie macht sich Sorgen um ihren Hund.« »Sie hat gesprochen?« Emery war erstaunt. »Ja, ich war fast zwei Stunden bei ihr, und sie hat gesprochen. Der Arzt schien darüber noch nicht mal erfreut.« »Reden Sie, mein Gott, was hat sie denn gesagt?« sagte Emery. »Sehr wenig. Sie hat mehrmals »Guten Tag« gesagt, außerdem »Flemm« und »Zucker«. Das ist schon alles. Ich habe ihr versichert, dass der Brigadier dem Hund jeden Tag ein Stück Zucker gibt.« »Von dem Augenblick an, wo sie sprechen wird,« sagt Adamsberg, zu Emery gewandt, »halte ich es für klug, einen Posten vor ihre Zimmertür zu stellen.« »Du lieber Gott, Adamsberg, haben Sie gesehen, wie viele Leute ich hier habe?« »Hin und noch einen halben anderen.« »Wie soll ich das bewerkstelligen?« »Man könnte eine Überwachungskamera an ihrem Zimmer installieren,« schlug der Brigadier vor.« »Zwei Kameras«, sagte Dondra, »eine, die jede hereinkommende Person aufnimmt, die andere an Leos Bett.« »Sehr gut«, meinte auch Emery, »aber die Techniker dafür müssen aus Lisille kommen. Erwarten Sie nicht, dass die Anlage vor morgen fünfzehn Uhr einsatzbereit ist.« »Was den Schutz der beiden anderen Ergriffenen angeht,« fügte Adamsberg hinzu, »des Glasers und des Pflanzenzüchters, so können wir zwei Leute aus Paris herbeordern.« »Zunächst der Glaser.« »Ich habe mit Glaser schon darüber gesprochen,« sagte Emery und schüttelte den Kopf. »Er lehnt jede Überwachung strikt ab. Das ist keiner, der den Kopf einzieht.« »Couragiert?« fragte Dondra. »Eher gewalttätig, kampflustig, dabei sehr gut erzogen, einfallsreich und ohne jeden Skrupel. Sehr talentiert in seiner Glaskunst, das muss man ihm lassen. Er ist kein sympathischer Mensch, das sagte ich Ihnen schon, Sie werden es selber sehen. Und das sage ich nicht, weil er homosexuell ist, aber er ist homosexuell. Weiß man das in Ordebeck? Er verbirgt es nicht. Sein Freund wohnt auch hier. Er arbeitet bei der Zeitung, das ganze Gegenteil von Glayue, sehr zuvorkommend, sehr beliebt. »Leben Sie zusammen?« fragte Dondra weiter. »Oh nein, Glayue wohnt mit Mortonbo zusammen, dem von der Baumsschule. Die beiden nächsten Opfer des wütenden Heers leben unter einem Dach? Seit Jahren. Sie sind Cousins und unzertrennlich seit ihrer Jugend. Aber Mortonbo ist nicht homosexuell. War Erbier es auch?« fragte Dondra. »Sie denken an eine homophobe Mordserie?« Könnte man in Erwägung ziehen. »Erbier war nicht homosexuell, ganz bestimmt nicht, eher ein bestialischer Hetero, mit einem Hang zum Vergewaltiger. Vergessen Sie nicht, es war Lina, die die ergriffenen Opfer benannt hat, und ich habe keinen Grund zu der Annahme, dass sie irgendetwas gegen Schwule hätte. Lina führt, wie soll ich sagen, in sexueller Hinsicht ein eher freizügiges Leben.« »Wahnsinns Busen«, meinte der Brigadier, »zum Reinbeißen.« »Ist ja gut, Blerio«, sagte Hemmery. »Diese Art Kommentar bringt uns nicht weiter.« »Alles zählt«, sagte Adersberg. »Emmery, da die von der Armee bezeichneten Opfer, wie es heißt, boshafte Menschen sind, würde das auch auf den Glaser und seinen Cousin zutreffen?« »Es trifft nicht nur perfekt zu, es ist auch allgemein bekannt.« »Was wirft man Ihnen vor?« Im Umfeld von Glaiue und Mortembeau gab es zwei gewaltsame Tode, begann Emery, während er einschenkte. Vor sieben Jahren stürzte an der Kirche von Louverin Glaiues Kollege vom Gerüst. Sie hockten beide dort in gut zwanzig Metern Höhe, wo sie Restaurierungsarbeiten an den Fenstern des Kirchenschiffs ausführten. Und vor vier Jahren kam die Mutter von Mortembeau im Lagerraum der Baumschule ums Leben. Sie rutschte von einer Trittleite und klammerte sich im Fallen an das Metallgestell mit den Blumentöpfen und den kiloschweren Pflanzkübeln voller Erde drauf, das über ihr zusammenbrach. Zwei eindeutige Unfälle. Und in beiden Fällen eine ähnliche Ursache, ein Sturz. Ich habe im einen wie im anderen Fall Ermittlungen eingeleitet. Beide habe ich in die Zange genommen, soweit ich konnte, mit Polizeigewahrsam bei Schlafentzug und all dem üblichen Kram. Glaiue hat nur verächtlich gegrinst und gewartet, bis es vorüber war. Mortembeau hat nicht mal den Anstand besessen, so zu tun, als trauere er um seine Mutter. Er war nun mit einem Schlag alleiniger Besitzer der Baumschule und ihrer Niederlassungen, eines riesigen Unternehmens. Er ist eher der phlegmatische Typ, ein gutmütiger Klotz. Dem konnte keine Provokation und keine Drohung aus der Ruhe bringen. Ich habe nichts erreicht. Und dennoch sind in meinen Augen beide Mörder von der eigennützigsten und zynischsten Sorte. Und wenn es den Senior Elquin wirklich gäbe, ja, dann würde er sich Männer wie diese holen. Wie nehmen Sie die Bedrohung durch das wütende Heer auf? Wie Sie auch die Ermittlungen aufgenommen haben, es ist Ihnen scheißegal. Lina ist in Ihren Augen eine hysterische Spinnerin, wenn nicht keine Mörderin. Was vielleicht auch nicht ganz falsch ist, meinte Denglar mit halbgeschlossenen Augen. Sie werden die Familie ja kennenlernen. Seien Sie nicht allzu überrascht, die drei Brüder sind ebenso verrückt. Ich sagte dir ja, Adamsberg, Sie haben jede Menge Gründe dafür. Ihr Vater hat Sie regelrecht massakiert. Aber wenn du keinen Ärger willst, dann tritt niemals sehr plötzlich an Antonin heran. Er glaubt, er zerbreche, wenn er einen zu heftigen Stoß abkriegt. Abgesehen davon scheint er normal zu sein. Wundere dich auch nicht, wenn du nicht alles verstehst, was der Älteste sagt. Hippolit, den alle Welt Hippo nennt. Wenn ihm danach ist, spricht er seine Sätze verkehrt herum. Sie meinen, er spricht Verlats? Dreht also die Silben innerhalb der Wörter um? Nein, er dreht die Wörter Buchstabe für Buchstabe um. Emery unterbrach sich, um nachzudenken. Dann, als wollte er das Thema wechseln, zog er ein Blatt Papier und einen Stift aus der Tasche. Nimm mal an, er will sagen, geht es Ihnen gut, Kommissar? Dann kommt Folgendes heraus. Und Emery schrieb Buchstabe für Buchstabe auf das Papier. Texineni tuk, Rassimok. Aber man muss ein Genie sein, um das hinzukriegen, sagte Adamsberg mit gerunzelter Stirn. Hippolit ist ein Genie. Alle in der Familie sind es, auf ihre Art. Darum respektiert man sie hier auch. Und man kommt ihnen nicht zu nahe. Und der dritte Bruder? Martin ist längst nicht so imponierend, aber trau nicht dem Schein. Er sammelt auf Wiesen und im Wald alle Sorten von Insekten zum Essen. Heuschrecken, Raupen, Schmetterlinge, Ameisen, was weiß ich. Es ist widerlich. Und die Tochter? Außer, dass sie die Gabe besitzt, das wütende Hehl zu sehen? Sonst nichts weiter, was erwähnenswert wäre. Empfangen Sie Besucher? Sie sind sehr gastfreundlich gegenüber Leuten, die bereit sind, zu Ihnen zu kommen. Mich mögen sie nicht, aus den Gründen, die ich dir nannte. Und weil ich sie für verrückt halte, aber du brauchst mich ja nicht zu erwähnen, dann dürfte alles klargehen. Wer war so intelligent in der Familie? Der Vater? Die Mutter? Weder noch. Die Mutter hast du in Paris ja schon gesehen, wenn ich mich nicht irre. Sie ist sehr unscheinbar und ein eher stiller Mensch. Wenn du ihr eine Fröhne machen willst, bring ihr ein paar Blumen mit. Das mag sie sehr. Denn der Folterknecht, ihr Mann, hat ihr nie welche geschenkt. Adamsberg wartete vor dem Anwaltsbüro. Der Kanzlei des Champs-Époulins. In einer der hochgelegenen Gassen von Ordebeck. Seltsam. An welchem erhöhten Punkt der kleinen Stadt auch immer man sich befand, man sah zu Statuen erstarrte Kühe im Schatten der Apfelbäume. Jeden Augenblick würde Lina herauskommen, mit der er verabredet war. In der Zeit würde er noch nicht mal eine Kuh sich bewegen sehen. Sein Telefon Nummer zwei meldete eine Nachricht. Er drehte sich in den Schatten, um sie lesen zu können. Rétancourt! Endlich! Der Gedanke an Rétancours einsamen Tauchgang in die Untiefen des Clermont-Brasseur-Clans hat ihn am Abend zuvor noch lange beschäftigt, bevor er eingeschlafen war. Abend des Verbrechens. Erlöser 1 und Erlöser 2 und Vater waren auf Gala der Vier, Verband Stahlindustrie. Mercedes wurde von Erlöser 2 gefahren, hat auch Polizei gerufen. Erlöser 1 schon vorher mit eigenem Wagen nach Hause gefahren. Er ist später informiert. Anzüge Erlöser 1 und 2 nicht in der Reinigung. Habe sie untersucht. Kein Benzingeruch. Ein Anzug Erlöser 1 chemisch geheimt, aber nicht der von der Gala. Angehängte Fotos, Anzüge getragen auf Gala 1 und Fotos der beiden Brüder. Sehr unfreundlich gegenüber Personal. Adamsberg öffnete die Fotos. Ein dunkelblauer Anzug mit feinen Streifen, den Christian Erlöser 1 getragen hatte, und das Jackett von Christoph Erlöser 2, im Marinelock eines Yachtbesitzes. Es folgte ein Halbprofil von Christian, sehr elegant, diesmal mit kurzen Haaren, und ein Foto von seinem Bruder. Fett und ohne jeden Charme. Danke, dass sie bereit war, mich zu treffen, sagte Adamsberg professionell zur Begrüßung und drückte Lina die Hand. Lina war bei weitem kein vollkommenes Geschöpf. Sie hatte eine zu große Brust für zuschlage Beine, ein wenig Bauch, einen leichten Rundrücken, etwas vorstehende Zähne. Doch der Brigadier hatte recht, man hatte große Lust, diese Brust zu verschlingen und alles übrige gleich mit, ihre straffe Haut, ihre runden Arme, ihr klares, etwas breites Gesicht mit den sehr normannischen, hohen Wangenknochen, deren leichte Röte überzog, das alles mit Sommersprossen übersät, die sie wie mit goldenen Pünktchen schmückten. Adamsberg hatte sich keinen ersten Satz zurechtgelegt, er wollte seine Gesprächspartnerin erst sehen und sich dann etwas einfallen lassen. Und jetzt, wo Lina strahlend in all ihrem blonden Pflaumen vor ihm saß, gelang es ihm nicht mehr, sie mit dem schwarzen Gespenst des wütenden Heeres in Verbindung zu bringen, mit der Person, die das Entsetzliche sieht und es weitergibt, die sie aber ja war. Sie gaben ihre Bestellung auf und warteten einen Augenblick schweigend. »Es wird wohl bald regnen«, sagte er schließlich. »Ja. Da zieht von Westen was auf. Vielleicht kommt es in der Nacht herunter. Oder noch heute Abend. Alles ging von Ihnen aus, Mademoiselle Vendermont. Sagen Sie, Lina. Alles ging von Ihnen aus, Lina. Ich meine nicht den Regen, sondern den Sturm, der über Ordebeck tobt. Und dieser Sturm, kein Mensch weiß, bis wohin er gehen wird, wie viele Opfer erfordern wird, ob er drehen und auf sie zukommen wird. »Nichts ist von mir ausgegangen«, sagte Lina und zupfte an ihrem Schal. »Alles ging von der Miss Nielle K. aus. Sie ist durchgezogen, und ich habe sie gesehen. Was hätte ich Ihrer Meinung nach dagegen tun sollen? Es waren vier Ergriffene darunter, also wird es vier Tote geben. Aber sie waren es, die darüber geredet haben. Wer das hier sieht, ist verpflichtet, es zu sagen. Er ist dazu verpflichtet. Und diejenigen, die man darin gesehen hat, können versuchen, sich zu retten. »Die Ergriffenen?« »Ja, und eben darum muss man reden. Es ist selten passiert, dass ein Ergriffener sich hat befreien können, aber vorgekommen ist es. Glaiu und Mortonbo verdienen es nicht zu leben. Aber noch haben Sie eine Chance, da herauszukommen. Diese Chance steht Ihnen zu. Haben Sie einen persönlichen Grund, Sie zu hassen?« Lina wartete mit ihrer Antwort, bis die Teller aufgetragen waren. Sie hatte ganz offensichtlich Hunger oder doch Lust zu essen, und warf einen geradezu leidenschaftlichen Blick auf die Speisen. »Einen persönlichen Nein,« sagte sie und widmete sich nun sofort ihrem Gericht. »Man weiß, dass Sie alle beide Mörder sind. Man sieht zu, dass man nichts mit Ihnen zu tun hat. Und es hat mich nicht verwundert, Sie in den Händen der Mess nie zu sehen. Wie Herbier? Herbier war ein abscheulicher Mensch. Er musste immer irgendwo reinschießen, aber er war ein völlig kaputter Typ. Glaiu und Mortonbo sind nicht kaputt, Sie töten, wenn es von Vorteil für Sie ist. Zweifellos schlimmer als Herbier. Adamsberg zwang sich schneller zu essen, als er es gewöhnt war, um dem Tempo der jungen Frau zu fuhren. Aber es heißt, um das wütende Herb zu sehen, muss man selber ein bisschen kaputt sein. Oder lügen. Denken Sie, was Sie wollen. Ich sehe das Herb, und dafür kann ich nichts. Man könnte auch sagen, dass es sich um eine Vision handelt, hob Adamsberg wieder an. Eine Vision, in der Sie Menschen in Szene setzen, die Sie hassen. Glaiu und Mortonbo. Ich habe Ärzte aufgesucht, wissen Sie, sagte Lena, ihren Wissen genüsslich auskostend. Im Krankenhaus von Lisieux haben Sie zwei Jahre lang einen Haufen Untersuchungen mit mir angestellt. Sie waren der Meinung, dass ich ausgeglichen bin, von stabiler Gesundheit und sogar ziemlich vernünftig. Und was sollte man daraus schließen, Lena? Dass das wütende Heer existiert, dass es tatsächlich über den Weg von Bonnwald zieht, und dass Sie es wirklich sehen? Ich kann nicht versichern, dass es existiert, Kommissar, aber ich bin sicher, dass ich es sehe. Soweit man zurückdenken kann, hat es immer irgendeinen Menschen gegeben, der das Heer durch Ordebecker ziehen sehen. Und wie sieht er aus, dieser Seigneur Hercan? »Brendend«, erwiderte Lena sehr schnell, »ein Gesicht ernst und vornehm, schmutzige blonde Haare, die bis zu den Schultern über seine Rüstung fallen. Aber auch schaurig. Also, weil«, fügte sie zögernd und sehr viel leiser hinzu, »weil seine Haut nicht normal ist.« Lena unterbrach sich und aß hastig ihren Teller leer, mit einem großen Vorsprung vor Adamsberg. Dann lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück, strahlender noch und entspannter als zuvor durch die erfolgte Sättigung. Hat es geschmeckt? »Fantastisch«, sagte sie treuherzig. »Ich war noch nie hier. Das können wir uns nicht leisten.« »Wir werden uns noch Käse und ein Dessert bestellen«, fügte Adamsberg hinzu, der sich wünschte, dass die junge Frau sich vollends entspannte. »Wann haben Sie diesen Seigneur Hercan zum ersten Mal gesehen?« »Als ich elf Jahre alt war. Es war genau zwei Tage, nachdem eine Axt den Schädel meines Vaters in zwei Teile gespalten hatte. »Ich nehme einen Vanillepudding mit Eischnee«, sagte sie zu der Kellnerin, »und mit sehr viel gehobelten Mandeln.« »Eine Axt«, sagte Adamsberg entsetzt. »So ist Ihr Vater uns Leben gekommen?« »In zwei Hälften gespalten, wie ein Schwein.« »Genau«, sagte Rina, und ahmte den Vorgang seelenruhig nach, indem sie mit der Handkante hart auf den Tisch schlug. Ein Hieb in den Schädel und einer ins Brustbein. Danach hatte ich lange Zeit Albträume. Nicht wegen meines in zwei Teile gespaltenen Vaters, sondern weil die Vorstellung mich entsetzte, ich könnte die Reiter wieder einmal sehen. »Sie sind schon halb verwest, verstehen Sie, wie das Gesicht des Senor El-Kar.« »Vermodet«, fügte sie mit leichten Schauder hinzu. »Menschen wie Tiere haben nicht mehr alle ihre Gliedmaßen. Sie machen einen grauenvollen Lärm. Aber die Schreie der Liebenden, die sie mit sich schleppen, sind noch vier schlimmer.« Zum Glück ist aber acht Jahre lang nichts passiert, und ich glaubte, mich befreit von diesem Nervenlein, das ich nur in meiner Kindheit einmal gehabt hätte. Doch mit neunzehn sah ich sie wieder. »Sie sehen, Kommissar, das ist keine amüsante Geschichte. Das ist keine Geschichte, die ich erfinden würde, um damit zu prallen.« Macht es Ihnen etwas aus, mir noch mehr von Ihrem Vater zu erzählen? Hat man herausgefunden, wer ihn getötet hat? »Nie. Hat man jemanden verdächtigt? Ja, sicher. Wen? »Mich«, sagte Lina und lächelte schon wieder. Als ich die Schreie hörte, bin ich nach oben gerungen, da lag er im Schlafzimmer in seinem Blut. Mein Bruder Ippo, der damals erst acht Jahre alt war, hat mich mit der Axt gesehen und hat's den Gendarmen erzählt. Er meinte nichts Böses zu tun, er hat eben auf ihre Fragen geantwortet. Was heißt »Sie« mit der Axt? Ich hatte sie aufgehoben, und die Gendarmen haben gedacht, ich hätte den Stiel abgewischt, weil sie keine Fingerabdrücke außer meinen darauf fanden. Am Ende, nachdem Leo und der Graf sich eingeschaltet hatten, haben sie mich in Ruhe gelassen. Das Fenster in dem Zimmer stand offen, es war ein leichtes für den Mörder dahin durchzuentkommen. Niemand mochte meinen Vater, ebenso wenig wie er wie. Jedes Mal, wenn er einen seiner Tobsuchtsanfälle bekam, sagten die Leute, das sei die Kugel, die sich in seinem Kopf mal wieder bewege. Als ich klein war, verstand ich das nicht. Ich auch nicht. Was bewegte sich? Die Kugel. Meine Mutter versichert, vor dem Algerienkrieg, als sie ihn geheiratet hat, sei er ein anständiger Kerl gewesen. Dann aber hat er diese Kugel in den Kopf bekommen, die man nicht trat herausholen können. Ich lasse sie einen Moment allein. Ich gehe mal nach draußen, eine rauchen. Adamsberg gesellte sich wenig später zu ihr und zog eine halb zerdrückte Zigarette aus seiner Tasche. Er sah ihr Haar mit dem Gugelhutf-Honigton nun ganz aus der Nähe. Es war sehr voll für eine Frau aus der Normandie. Und auch die Sommersprossen auf ihren Schultern sah er, wenn ihr Schal verrutschte, die sehr beschnell wieder darüber zog. Hat er sie geschlagen? Mich hat er nie angerührt. Aber meine Brüder hat er zu Brei geschlagen. Als Antonin noch ein Baby war, hat er ihn an einem Fuß gepackt und die Treppe runtergeschmissen. Einfach so. Vierzehn Brüche. Er hat ein ganzes Jahr in Gips gelegen. Und Mathe? Der aß nicht gern. Also hat er sein Essen heimlich in den Hohlraum des metallenen Tischbeins gestopft. Eines Tages hat mein Vater das bemerkt. Da hat er ihn das ganze Zeug mit einem Angelhaken aus dem Tischbein rausholen lassen und ihn gezwungen, das alles zu essen. Es war natürlich längst verfault. Solche Sachen eben. Lina trat ihre Zigarette auf den Boden aus und stieß die Kippe in den Rindstein. Adamsberg zog sein Mobiltelefon heraus. Das zweite Konspirative, das in seiner Tasche vibrierte. Gibt es Probleme? Ein Kollege, der hierher unterwegs ist, entgegnete Adamsberg und steckte den Apparat ein. Also gingen wir immer zu Leo, fuhr Lina ohne jede Logik fort. Praktisch war sie es, die uns großgezogen hat, sie und der Graf. Das heißt, Leo wird nicht durchkommen, die Maschine sei kaputt. Sie waren es ja wohl, der sie gefunden hat. Und mit ihnen soll sie auch ein bisschen gesprochen haben. Eine Minute lang, sagte Adamsberg und streckte den Arm aus. Er zog einen Kugelschreiber aus der Tasche und schrieb das Wort Maschine auf seine Papierservierte. Ein Wort, das schon der Arzt ausgesprochen hatte. Ein Wort, das sich mit einem Nebel vor seine Augen legte. Und vielleicht eine Idee in dem Nebel. Aber was für eine? Das wusste er nicht. Es ging auf halb fünf, als Adamsberg zu Fuß wieder in Leos Haberge eintraf. Von Zeit zu Zeit holte er die Papierservierte heraus, betrachtete das Wort Maschine und steckte es wieder ein. Es sagte ihm überhaupt nichts. In der Küche stand Dongla, mit hochgekrempelten Ärmeln, und kochte und redete, und Sarg sah und hörte ihm anlächtig zu. »Wie war's?« fragte Dongla. »Sie hat mich verstrahlt.« »Gefährliche Wellen?« »Nein, goldene.« »Sie ist ein bisschen zu dick, sie hat vorstehende Zähne, aber sie hat eine starke Ausstrahlung.« »Also gefährlich.« meinte Dongla in missbilligendem Ton. »Schon möglich. Man merkt es ihr nicht an. Sie ist gleichzeitig selbstbewusst und kindisch, schwarzhaft und vorsichtig. Ich bin um sieben Uhr mit ihren Brüdern verabredet. Wer reinkommt heute Abend, Kommandant?« Dongla nahm sich die Zeit, ein halbes Glas Wasser über die Hühnerschenkel zu gießen, die Kasserole zuzudecken und das Gas herunterzudrehen. »So lässt du es eine Stunde lang köcheln«, sagte er zu Särk. Dann wandte er sich zu Adamsberg um. »Wir brauchen Wirra nicht. Warum lassen Sie ihn herkommen?« Er hat sich ganz allein und ohne ersichtlichen Grund eingeladen. »Was meinen Sie, Dongla? Warum legt sich eine Frau einen Schal um die Schultern bei diesem Wetter?« »Falls es regnet«, sagte Särk, »im Westen ziehen Wolken auf.« Um einen Makel zu verbergen, konntete Dongla. Eine Warze oder ein Teufelszeichen. Rina warg ihn in dem großen Wohnraum, wo drei Männer ihn erwarteten. Sie standen Seite an Seite an einem langen Tisch und sahen ihn prüfend an. Adamsberg hatte Dongla gebeten, mitzukommen, damit er sich selbst von besagter Strahlkraft überzeugte. Er erkannte leicht den Mittleren der Brüder, Martin, hoch aufgeschossen, mager und braun wie ein dörrer Ast, der das verdorbene Essen aus dem Tischbein hatte schlucken müssen. Hippolit, der Älteste, ein Mann um die vierzig, hatte einen breiten, blonden Schädel und war seiner Schwester sehr ähnlich, wenn auch ohne das Strahlungsprinzip. Er war hochgewachsen und kräftig gebaut und streckte ihm eine große, etwas missgestaltete Hand entgegen. Ganz am Ende des Tisches stand Artona und sah ihnen furchtsam entgegen. Braun und schmächtig wie sein Bruder Martin, doch besser proportioniert, hielt er die Arme wie zu seinem Schutz auf seinen hohlen Bauch gepresst. Er war der Jüngste, der mit den tönernen Knochen. Etwa fünfunddreißig Jahre alt, vielleicht noch betont durch sein schmales Gesicht, in dem die angstvollen Augen viel zu groß erschienen. Die Mutter in ihrem Lehnstuhl, ganz im Hintergrund des Raums, legte zum Gruß nur kurz mit dem Kopf. Sie hatte die geblümte Bluse gegen einen verwaschenen grauen Kittel getauscht. »Emmerie hätten wir nicht reingelassen«, erklärte Martin mit den schnellen und ruckartigen Bewegungen einer langweinigen Heuschrecke. »Aber bei Ihnen ist das was anderes. Wir haben Sie zum Aperitif erwartet.« »Das ist nett von Ihnen«, sagte Dungla. »Wir sind nett«, bestätigte Hippolit etwas ruhiger, während er die Gläser auf den Tisch stellte. »Wer von Ihnen beiden ist Adansberg?« »Ich«, sagte der Kommissar und setzte sich auf einen alten Stuhl, »und er ist mein Stellvertreter, Kommandant Dungla.« Das Haus war groß, kommöbliert, armselig mit seinem abgebetterten Putz, den Sperrholzmöbeln, dem Luftzug unter den Türen, den fast kahlen Wänden. Und es war ein derartiges Zirken im Raum, das Adansberg instinktiv einen Finger aufs Ohr drückte, so als wäre sein Tinnitus aus den vergangenen Monaten wiedergekehrt. Martin stürzte zu einem geschlossenen Weidenkorb. »Den bring ich mal raus«, sagte er. »Sie machen ja doch einen halben Lärm, wenn man nicht daran gewöhnt ist.« »Es sind Grillen«, erklärte Lina leise. »Etwa dreißig Stück sind in dem Korb.« »Wird Martin die heute Abend wirklich essen? Er verarbeitet sie zu Pastete, mit einer Füllung aus Ei und Petersilie. Aber ich mag's lieber, wenn eine Kiste ausmacht. Das Fleisch der Grillen härtet den Lehm in meinen Knochen«, ergänzte Antonin. »Auch die Sonne. Aber man muss sich vor dem Austrocknen hüten.« »Verstehe.« Hippolit entkorkte eine Flasche und koste Portwein in die Gläser. Einst trug er seiner Mutter hin, die sich nicht aus ihrem Winkel wegbewegt hatte. »Sedrief Nox, Redeif tuk Nedriff«, sagte er mit einem breiten Lächeln. »Es wird schon wieder gut werden«, er besetzte Lina. »Wie machen Sie das?«, wollte Dandlar wissen. »Die Buchstabenfolge umkehren?« »Man braucht das Wort im Kopf nur rückwärts zu lesen.« »Wie ist Ihr vollständiger Name?« »Adrien Danglar.« »Leider dreiengenatt.« »Das klingt hübsch.« »Dreiengenatt.« »Sie sehen, es ist nicht schwer.« »Was erwarten Sie von uns, Kommissar?« fragte Ippolit mit seinem breiten Lächeln, was irgendwie anziehend wirkte. Ja, sogar fröhlich, aber dennoch etwas Unheimliches hatte. »Dass wir Ihnen sagen, was wir am Abend des Todes von Javier gemacht haben?« Die drei Brüder und die Schwester sahen sich an, als hätte man Ihnen eine idiotische Frage gestellt. »Aber was soll das beweisen?« fragte Martin. »Wenn wir Sie belügen, was fangen Sie dann damit an?« »Ich hätte gern, dass Antoineur als erster spricht.« »Gut«, sagte der junge Mann, seine Arme noch fester auf den Bauch pressend. »Ich gehe fast nie aus dem Haus. Es ist gefährlich für mich draußen, will ich damit sagen. Ich mache Heimarbeit für einen Internethandel mit Trüdel und Antiquitäten. Keine große Arbeit, aber eine Arbeit trotzdem. Dienstags gehe ich nie raus. Das Markttag und das Gedränge groß, bis spät in den Nachmittag. Er war nicht draußen, unterbrach ihn die Polit und füllte Don Glasglas noch einmal nach. Ich auch nicht. Wir waren alle hier. Aber das stimmt nicht, Ippo, sagte Lina. Ich war an dem Abend noch lange in der Kanzlei, um eine Akte abzuschließen. Zur Vorbereitung des Abendessens bin ich dann nach Hause gegangen. Martin kam am Nachmittag im Büro vorbei, um Honig zu liefern. Er hatte seine Grabe dabei. »Stimmt«, sagte Martin und zog an seinen langen Fingern, dass die Gelenke knackten. »Dann bin ich zum Sammeln in den Wald, wo ich wahrscheinlich bis gegen sieben Uhr geblieben bin. Nach dem Essen, wenn es im Fernsehen nichts Besonderes gibt, spielen wir auf Domino, oder wir würfeln«, sagte Antonia. »Das mag ich«, fügte er treuherzig hinzu. An dem Abend aber konnte Lina nicht mit uns spielen. Sie saß noch über ihrer Akte. Adamsberg betrachtete alle fünf, die Mutter, die sich in ihrem Lenkstuhl verschanzt hatte, die strahlende Schwester, die sie alle ernährte, und die drei spinnenden Genies, ihre Brüder. »Der Kommissar weiß«, sagte Hippolit, »dass Erbier umgebracht wurde, weil er ein Dreckskerl war, und auch, dass er der Busenfreund unseres Vaters war. Er wurde getötet, weil die Messlie beschlossen hatte, sich ihn zu holen. Wir hätten ihn, wenn wir gewollt hätten, schon lange vorher töten können. Was ich nicht verstehe, ist, warum der Seigneur Elquin unseren Vater vor einunddreißig Jahren geholt hat und Erbier erst so viele Jahre später. Aber es steht uns nicht zu, Elquins Pläne zu beurteilen. Werden die anderen drei Ergriffenen sterben? »Aber sicher«, sagte Martin und stand auf. »Entschuldigen Sie, es wird Zeit für Antonins Massage.« Er begann, den knochigen Oberkörper seines Bruders sanft mit der Salbe einzureiben, und aus den wenigen Blicken, die gewechselt wurden, schloss Adamsberg, dass keiner von ihnen wirklich glaubte, dass Antonin zur Hälfte aus Leben bestand. Aber sie ließen ihren Bruder in dem Glauben, gaben ihm ein Gefühl der Sicherheit und pflegten ihn, der einst in tausend Stöcke zerbrochen war, als sein Vater ihn als Baby die Treppe hinuntergeworfen hatte. »Wir sind nett«, wiederholte Ippolit, während er sich mit einer Hand durch seine langen, blonden, ein wenig schmutzigen Locken fuhr. »Aber wir werden unserem Vater keine Träne nachweinen. Und auch den Dreckskerl nicht, die Lina in der Mess nie erkannt hat.« »Haben Sie meine Hände gesehen, Kommissar?« »Ja.« »Ich bin mit sechs Fingern an jeder Hand geboren. Mit einem kleinen Finger zusätzlich. Ein Teufelszeichen«, sagte Ippo und lächelte noch breiter. »So haben Sie hier immer gesagt. Als wenn einer solchen Quatsch glauben könnte. Mein Vater schämte sich sehr für meine sechsfingrigen Hände. Eines Abends, ich war acht Jahre alt, habe ich meine beiden Hände auf den Tisch gelegt, und der Vater kam rein mit einer Wut schwäcklicher als Elcarsson. Er nahm seine Axt, dieselbe Axt, die ihn später in zwei Teile zerhacken sollte. Das war die Kugel in seinem Kopf, die sich mal wieder drehte, sagte plötzlich mit beinahe wimmernder Stimme die Mutter im Hintergrund. »Ja, Maman, sicher war es die Kugel«, sagte Ippo etwas ungehalten. Er griff meine rechte Hand und hackte den Finger ab. Lina sagt, ich sei ohnmächtig geworden. Maman habe geschrien, der Tisch war voller Blut, und Maman warf sich auf den Vater. Aber da hatte er schon meine linke Hand gepackt, und der andere Finger musste auch dran glauben. Die Kugel hatte sich gedreht. »Ja, ganz gewaltig gedreht, Maman«, sagte Martin. »Maman hat mich auf ihre Arme genommen und ist mit mir zum Krankenhaus gerannt. Ich wäre unterwegs verblutet, wenn der Graf sie nicht gesehen hätte, der gerade von einer Abendgesellschaft nach Hause fuhr. Stimmt's? »Der Graf ist ein guter Mensch«, bestätigte Antonin, »den wird sich die Miss Niemals holen. Jeden Tag hätte er unsere Mutter zum Krankenhaus gefahren, damit sie Ippo besuchen konnte. Aber der Dr. Malin hat ihn nicht gut genäht, sagte Martin voller Bitterkeit. Er hat ihm die Hände regelrecht massakriert. Erzähl auch, was danach kam. Zwei Monate, nachdem mein Vater mir die Finger abgehauen hatte, hat er mich in die Zimmerecke geschickt. Ich musste mich zur Strafe auf den Boden setzen. Es war an dem Abend, an dem er Martin gezwungen hatte, alles aufzuessen, was er in das Tischbein gestopft hatte, und ich hatte ihn verteidigt. »Ich weiß, Maman, die Kugel hatte sich wieder mal gedreht.« »Ja, mein Junge, sie hatte sich gedreht.« »Mehrmals um sich selbst, Maman!« Ippo hockte da in der Ecke, fuhr Lina fort, den Kopf an Zwift gedrückt. Dann hatte dem Hund was ins Ohr gemurmelt, worf Zwift, wie eine Furie aufgesprungen ist, unserem Vater an die Gurgel. »Ich wollte, dass er ihn tötet«, erklärte Ippo mit aller Ruhe. Ich hatte ihm den Befehl dazu gegeben, aber Lina machte mir ein Zeichen, ich sollte aufhören, also habe ich Zwift befohlen, ihn loszulassen und alles aufzufressen, was noch in dem Tischbein war. Später dann«, sagte Ippo Lied etwas düsterer. »Als unser Vater mit wieder zugenitter Kiel aus dem Krankenhaus kam, hat er ein Gewehr genommen und Zwift erschossen, während wir an der Schule waren. Er hat den Kadaver direkt vor die Haustür gelegt, damit wir ihn bei unserer Rückkehr schon von Weitem sahen. Aber ist der Graf gekommen und hat mich mitgenommen. Er fand, dass ich hier nicht mehr sicher wäre und hat mich einige Wochen lang auf dem Schloss gehalten. Er hat mir einen Welpen gekauft. Aber sein Sohn und ich, wir haben uns nicht verstanden. »Niri, Kixert, Rini, Toidi!« Adamsberg sah fragend zu Lina hin. »Ein dreckiger, kleiner Idiot«, übersetzte sie etwas zögert. »Ein Toidi, das passt irgendwie«, meinte Denglar mit einem Ausdruck intellektueller Befriedigung. »Wegen dieses Toidi bin ich nach Hause zurückgekehrt. Und meine Mutter hat mich unter Linas Bett versteckt. Ich lebte inkognito hier, und Maman wusste schon nicht mehr, wie sie es anstellen sollte. Aber Elkan hat die Lösung gefunden. Er hat den Alten in zwei Stücke gehauen. Und kurz danach hatte Lina das erste Mal die Vision. »Ich verstehe«, sagte Adamsberg. Ihr Vater ist wie lange nach ihrer Rückkehr aus dem Schloss zu Tode gekommen? »Dreizehn Tage danach.« »Durch einen Axtieb in den Schädel. Und ins Brustbein«, präzisierte die Polit fröhlich. »Die Bestie war tot«, bestätigte Mutter. »Es war diese Kugel«, murmelte die Mutter. »Letztendlich«, fasste Epoli zusammen, »hätte Lina mich nie bitten sollen, Swift zurück zu pfeifen. Alles wäre schon an dem Abend erledigt gewesen.« »Nun, was meinen Sie, Kommandant?« fragte Adamsberg, während sie langsam den Weg zu Leos Herberge zurückgingen. »Eine potenzielle Mörderfamilie«, sagte Danda bedächtig. »Mit großem Zusammengehörigkeitsgefühl, abgeschottet gegen die Außenwelt. Alle sind verrückt, durchgeknallt, schwer misshandelt, hochbegabt und wahnsinnig sympathisch. Ich meine die Strahlung. Haben Sie es bemerkt? Obwohl Lina sich im Gegenwart ihrer Brüder zurückhält.« »Ich habe es bemerkt«, gab Dunglar widerstritten zu. »Aber es ist eine unheimliche Strahlung.« »Eine Sekunde«, sagte Adamsberg und liebstehen. Nachricht von Rittoncourt. Erlöser 1 in der Brandmacht spät nach Hause gekommen. Stimmung nahezu normal, war aber nervös. »Nervös inwiefern?« tippte Adamsberg ein. »Hat ein Zimmermädchen gefeuert.« »Warum?« »Umständlich zu erklären, unwichtig.« Erlöser 1 hat dem Labrador bei Rückkehr Zucker gegeben. Labrador lehnt ab. Zimmermädchen nimmt Tier mit, hebt nochmal Zucker, wieder abgelehnt. Zimmermädchen kritisiert Zucker. Erlöser 1 feuert sie noch am selben Abend. Also nervös.« Sirk kam mit großen Schritten auf sie zu, die Fotoapparate über der Schulter hängend. »Der Graf ist da gewesen. Er will dich nach dem Essen sehen. So ging zehn. Ist es dringend? Hat er nicht gesagt. Er hat es eher befohlen. Was für ein Typ ist er. Man erkennt, dass er der Graf ist. Er ist alt, elegant, kahlköpfig und trägt eine abgewürzte Arbeitsjobbe aus blauen Leinen. Das Huhn ist fertig gegart, Kommandant. Hast du Sahne und Kräuter dazugegeben, wie sie es gehört? Ja, in letzter Minute. Wer ist denn schnell dieses Huhn da? Dann gehen wir. Beeindruckt der Nacht hielt Adamsberg mit dem Wagen vor dem Gittertor des Schlosses, das auf der Anhöhe gegenüber der Orde Becker-Altstadt lag. Mit ungewohnter Wündigkeit fädelte Denglar seinen großen Körper aus dem Fahrzeug. Adamsberg las auf seinem Gesicht den Ausdruck reinen Entzückens. Ich hatte Ihnen ja gesagt, es würde Ihnen hier gefallen. Rémy-François de Valéry, Graf von Ordebeck, erwartete Sie ganz unzeremoniell in der Bibliothek. Er trug immer noch seine blaue Leinenjacke, in der er wie ein Landarbeiter aussah. Aber Denglar verzeichnete, dass jedes der gravierten Gläser, die schon auf dem Tisch standen, locker eines seiner Monatsgehälter kostete. Und dass der Tropfen, der Ihnen daraus serviert werden würde, allein an seiner Farbe gemessen, die Reise von Paris hierher wert war. Die Bibliothek musste an die tausend Bände umfassen, und die Wände waren in ihrer ganzen Höhe mit etwa vierzig Bildern behängt, die Kommandant Denglar in helle Erregung versetzten. Meine Herren, sagte der Graf, indem er seinen Stock abstellte und ihnen die Hand reichte, ich danke Ihnen, dass Sie meinem Ruf gefolgt sind. Graf war er, ohne jeden Zweifel, im Tonfall, im Gebieterischen seiner Gesten, im Blick leicht von oben herab, ja, selbst in seinem natürlichen Recht, sich in Bauernjoppe zu zeigen. Während man gleichzeitig auf Anhieb die normannischen Landadligen in ihm erkannte, am gerühteten Tag, den ein wenig schwarz gerenderten Nägeln, dem insgeheim hamisierten Blick, den er auf sich selbst warf. Mit einer Hand füllte er die Gläser, während er sich mit der anderen auf seinen Stock stützte, und lud mit einer Armbewegung zum Sitzen ein. Ich hoffe, Sie werden diesen Kalverdoss zuschätzen wissen. Es ist derselbe, den ich auch Leo gebe. Komm rein, Denis. Darf ich Ihnen meinen Sohn vorstellen? Denis, die Herren sind von der Brigade Kriminell aus Paris. Ich ahnte nicht, dass ich dich stören würde, sagte der Mann und grüßte sie achtlos und ohne ein Lächeln. Weiße Finger mit gepflegten Nägeln, stämmiger Körper, wenn auch leicht verfettet, nach hinten gestrichenes, graues Haar. Der berühmte, dreckige, kleine Teudi also, wie die Wondermos meinten, der Schuld daran war, dass der junge Hippolit sein Refugium im Schloss vorzeitig verlassen hatte. Und in der Tat, so fand Adamsberg, der Mann sah echt nach einem Idioten aus. Hängebatten, schmale Lippen, verschlagener, distanzierter Blick, oder einer, der zumindest eine Distanz deutlich zu machen suchte. Mehr als Höflichkeit, denn aus dem Wunsch zu bleiben, rote er sich ein Glas ein. Seine ganze Haltung besagte, dass die Gäste ihn nicht interessierten. Ich bin auch kurz vorbeigekommen, um dir zu sagen, dass der Wagen morgen aus der Reparatur kommt. Man sollte Georges bitten, ihn entgegenzunehmen. Ich werde den ganzen Tag im Verkaufssalon sein. Gut, ich kümmere mich darum. Danke, sagte Denis und stellte sein Glas hin. Der Graf schnitt eine kleine Grimasse, dass er die Tür ins Schloss fallen hörte. Tut mir leid, meine Herren, mein Verhältnis zu meinem Stiefsohn ist nicht das Allerbeste, zumal er weiß, worüber ich mit Ihnen reden will, und das gefällt ihm nicht. Es geht um Leo. Ich mag Leo sehr, sagt Adamsberg, ohne seine Antwort recht bedacht zu haben. Das glaube ich. Und dabei haben Sie sie nur ein paar Stunden lang erlebt. Sie waren es, der sie gefunden hat, als sie verletzt am Boden lag. Und Sie waren es, der sie wieder zum Sprechen gebracht hat. Was uns vermutlich davor bewahrt hat, dass Dr. Merlon sie für ihren Tod erklärte. Ich bin mit diesem Arzt aus eben dem Grund aneinander geraten. Das überrascht mich nicht. Er kann mitunter ein richtiger Teuli sein, ist es aber nicht immer. Sie mögen Hippolyts Wörter, Graf? fragte Danglar. Nennen Sie mich Valerai. Das kommt uns allen entgegen. Ich kenne Hippolyts seit seiner Geburt, und ich finde diesen Begriff recht zutreffend. Wann hat er angefangen, die Buchstaben umzukehren? Mit dreizehn. Er ist eine Ausnahmeerscheinung, und dasselbe gilt für seine Brüder und die Schwester. Von Lina geht ein ganz ungewöhnliches Licht aus. Das ist dem Kommissar nicht entgangen, bemerkte Danglar, dem das süffige Aroma des Calvados, wie zuvor schon der Anblick des Schlosses, zutiefst besänftigte. Ihnen aber wohl? fragte Valerai erstaunt. Nein, musste Danglar zugeben. Sehr gut. Und mein Calva? Vorzüglich. Der Graf tauchte ein Stück Zucker in sein Glas und saugte es ganz ungreiflich aus. Adamsberg hatte flüchtig den Eindruck, allseits von Zuckerstückchen unzingelt zu sein. Mit Leo habe ich immer diesen Calva getrunken. Sie müssen wissen, dass ich diese Frau leidenschaftlich geliebt habe. Ich habe sie geheiratet, aber meine Familie, in der es einen ganzen Haufen Trudis gibt, glauben Sie mir, hat mir das Rückgrat gebrochen. Ich war jung, willensschwach. Ich habe nachgegeben. Wir wurden zwei Jahre später geschieden. Es wird Ihnen seltsam vorkommen, fuhr er fort, aber gleichwohl, wenn Leo den Anschlag dieses infarmen Mörders überlebt, werde ich sie noch einmal erraten. So habe ich es beschlossen, wenn sie annimmt. Ich will Leo wieder zu einem würdigen Leben verhelfen. Glauben Sie nicht, dass dies der kürzige Einfall eines alten Mannes ist? Ich denke schon über ein Jahr darüber nach. Ich hatte gehofft, ich könnte meinen Stiefsohn dazu bringen, es zu verstehen, aber es ist hoffnungslos. Also werde ich es ohne seine Zustimmung tun. Der Graf erhob sich mühsam, ging auf seinen Stock gestützt zu dem riesigen steinernen Kamin und warf zwei große Rollschalter ein. Er hatte noch Kraft, der alte Herr. Genügend zumindest, um diese ungewöhnliche Hochzeit zwischen den beiden fast neunzigjährigen zu beschließen. Mehr als sechzig Jahre nach ihrer ersten Verbindung. »Schockiert Sie eine solche Heirat?« fragte er, zu Ihnen zurückkehrend. »Im Gegenteil,« erwiderte Adomsberg. »Ich werde sogar gern kommen, wenn Sie mich einladen.« »Das werde ich, Kommissar, wenn Sie sie da rausholen. Und Sie werden es schaffen. Leo hat mich eine Stunde vor dem Überfall angerufen. Sie war entzückt von Ihrem Abend mit Ihnen. Ihre Meinung genügt mir. Das Ganze hat etwas Schicksalhaftes. Wenn Sie mir diese etwas simpler Einschätzung verzeihen. Wir sind alle ein wenig schicksalsgläubig, hier im Weg von Bonnwall. Sie war Hörnes, Sie allein, der Sie aus Ihrer Aphasie herausgeholt und Sie wieder zum Reden gebracht hat. Drei ganze Wörter. Ich kenne Sie. Wie lange haben Sie an Ihrem Bett gesessen? An den zwei Stunden, glaube ich. Zwei Stunden, in denen Sie mit ihr gesprochen, ihr das Haar gekämmt, ihre Hand auf ihre Wange gelegt haben. Ich weiß. Worum ich Sie bitte, ist, dass Sie zehn Stunden am Tag bei ihr sitzen. Fünfzehn, wenn nötig. Bis Sie sie da rausgeholt haben. Was schaffen Sie, Kommissar Adamsberg? Veran erwartete Sie mit Zerk vor der Tür von Léos Herberge. Wir haben verlaufen. Die Wolken hatten sich schließlich verzogen, um sich woanders abzuregnen. Die beiden Männer hatten Stühle nach draußen getragen und rauchten in der Nacht. D'Angla gab Veran kurz die Hand, verschwand dann aber im Haus. Es war nach ein Uhr morgens. Machen wir eine Runde über die Felder, schlug Veran vor. Lass deine Telefone hier. Du willst sehen, wie die Kühe sich bewegen? fragte Adamsberg und stahl ihm eine Zigarette. Du musst wissen, im Gegensatz zu dem, was bei uns vor sich geht, bewegen sich die Kühe hier sehr wenig. Veran bedeutete Serk, sie zu begleiten, wartete aber, bis sie weit genug entfernt waren, um an einer Filtumzäunung stehen zu bleiben. Es gab wieder einen Anruf vom Ministerium, einen, der mir nicht gefallen hat. Was genau hat dir daran nicht gefallen? Er hatte den Ton dieser Leute drauf, die ihre Genugtuung darüber, dass sie etwas wissen, nicht verbergen können. Was zum Beispiel? Zum Beispiel etwas, das sich gegen dich richtet. Ich weiß nicht genug, um mir dieses hämische Lachen, dieses Verhalten der Genüssliche erklären zu können, aber ich habe den deutlichen Eindruck, dass sie sich so einiges vorstellen. Adamsberg streckte die Hand nach dem Feuerzeug aus. Und, dass du dir auch vorstellst? Das ist unwichtig dabei. Ich weiß nur, dass dein Sohn dich hierher begleitet hat, in einem zweiten Auto. Das wissen die natürlich auch. Serk macht eine Reportage über vermodertes Laub. Ah, sehr gut. Aber warum ist Serk mit einem zweiten Wagen gefahren? War nicht genug Platz im Kofferraum für eure drei Gepäckstücke? Worauf willst du hinaus, Louis? Ich versuche, dir klarzumachen, dass die sich gewisse Dinge vorstellen, von denen du glaubst, dass sie sich die vorstellen. Zum Beispiel, dass Mo auf etwas wundersame Weise verschwunden ist. Ich glaube, Danklar weiß es. Der Kommandant kann schwer etwas verbergen. Traust du mir eine derartige Tourheit zu? Absolut. Ich habe übrigens nicht gesagt, dass es eine Tourheit ist. Worauf willst du hinaus, Louis? Ich denke, die werden hier ziemlich bald aufkreuzen. Ich weiß nicht, wo du Mo untergebracht hast, aber ich glaube, er muss noch heute Nacht von hier verschwinden. Schnell und weit weg. Und wie? Wenn auch nur einer von uns, du, ich oder Danklar, den Ort verlässt, ist dies das Signal. Im selben Augenblick werden wir auffliegen. Dein Sohn? schlug Veran vor und sah den jungen Mann an. Du glaubst doch nicht, Louis, dass ich ihn da hineinziehen werde. Das hast du schon längst getan. Nein, es gibt keinen greifbaren Beweis. Aber wenn sie ihn zusammen mit Mo im Auto fassen, wandert er auf direkten Weg in den Knast. Wenn du recht hast, sind wir gezwungen, Mo auszuliefern. Wir werden ihn hundert Kilometer von hier aussetzen, und er lässt sich schnappen. Was schlägst du vor? Serk muss noch heute losfahren. Nachts gibt es weit weniger Straßensperren, und ein Gutteil dieser Sperren funktioniert schon nicht mehr richtig. Die Jungs sind müde geworden. Ich mach's, sagte Serk. Lass, meinte er, und hielt Adamsberg zurück. Ich fahre. Und wohin, Louis? Du kennst die Kyrené so gut wie wir, und du kennst die Übergänge nach Spanien. Von dort fährst du durch bis Granada. Und dann? Versteckt euch bis zu neuer Reisung. Ich habe dir mehrere Hoteladressen mitgebracht. Zwei Kennzeichen für den Wagen, Fahrzeugpapiere, Geld, zwei Ausweise, eine Kreditkarte. Wenn ihr weit genug von hier weg seid, setzt ihr euch an einen Straßenrand und schneidet Mo die Haare ab, dass er wie ein braver Junge aussieht. Wo hast du ihn versteckt, Jean-Baptiste? Weit weg. Drei Kilometer von hier, sagte Adamsberg etwas benommen. Zwei, wenn man durch die Wälder fährt. Wir fahren jetzt gleich. Während die Jungs ihr Zeug einpacken, bringen wir die Nummernschilder an und beseitigen die Fingerabdrücke. Gerade jetzt, wo es so aussieht, als ob die Brüder Clermont aus dem Schneider sind, meinte Adamsberg. Und drückte seine Zigarette mit dem Absatz raus. Es war beinahe vier Uhr morgens, als Adamsberg und Veyron die Rücklichter des Wagens sich entfernen sahen. Ich hoffe, du hast sie nicht umsonst losgeschickt, sagte Veyron leise. Ich hoffe, sie steuern nicht geradewegs in ihr Unglück. Sie werden den Rest der Nacht und den ganzen Tag fahren müssen. Sie werden fix und fertig sein. Wie sind sie auf den Verdacht mit Mo gekommen? Du hast es zu schnell durchgezogen. Sehr gut gespielt, aber zu schnell. Ich hatte keine Zeit. Ich hatte keine Wahl. Ich weiß. Aber du hast es auch im Alleingang gemacht. Du hättest mich rufen sollen. Der Graf handelte noch in der Nacht und am frühen Morgen mit beeindruckender Durchstandskraft, seiner Zuneigung für die alte Leo gewesen. Denn der Arzt traf um elf vor dreißig in aller Diskretion im Krankenhaus von Ordebeck ein. Valéry hatte den alten Richter um sechs Uhr morgens geweckt, seinen Befehl durchgestellt, und die Gefängnistore von Fleury hatten sich bereits um neun Uhr geöffnet, um den Konvoi passieren zu lassen, der den Gefangenen in die Normandie fuhr. Zwei ganz gewöhnliche Autos fuhren auf den für das medizinische Personal reservierten Parkplatz, der von Passanten nicht eingesehen werden konnte. Eingerahmt von vier Männern und in Handschellen stieg der Arzt aus, im Anschein nach wohlgenähert, ja sogar heiter, als Annamsberg etwas entspannte. Er hatte noch keinerlei Lebenszeichen von Särk erhalten und nicht ein Wort von Rittoncourt, was möglicherweise die Hypothese des Grafen bestätigte. Wenn Rittoncourt nichts fand, dann, weil es nichts zu finden gab, außer der Tatsache, dass Christian spät nach Hause gekommen war, und an diesem Punkt klammerte er sich, erlaubte nichts, einen der beiden Brüder zu verdächtigen. Der Arzt kam mit seinem Arzt in den Gang auf ihn zu, gepflegte Erscheinung, gut gekleidet. »Vielen Dank für diesen kleinen Ausgang, Annamsberg«, sagte er und drückte ihm die Hand. »Es tut gut, mal wieder Landluft zu atmen.« »Vor allem sprechen Sie mich vor den anderen nicht mit meinem Namen an. Ich will ihn reinerhalten.« »Wie also wollen wir sagen? Dr. Elbow, wäre das was Passendes?« »Vollkommen. Erzählen Sie mir von Ihrer Kranken. Vorfall, Diagnose?« Adamsberg unterhielt sich eine Viertelstunde mit dem Arzt im Untergeschoss. Dann ging er mit ihm in den ersten Stock hinauf, wo Kapitän Emery, Dr. Merlon, der Graf von Valéry und Lina Vandermeaux vor Leos Zimmertür warteten. Er stellte ihnen Dr. Paul Elbow vor. »Wer ist diese stattliche Person da, die so überaus appetitlich aussieht?« murmelte der Arzt Adamsberg ins Ohr. »Lina Vandermeaux. Sie hatte eine unheilvolle Vision, die hat sie weitererzählt, und damit hat alles angefangen.« »Was für eine Vision?« »Das ist eine alte Lokallegende. Ein gewisses wütendes Heer, das hier seit Jahrhunderten durchzieht. Ein Heer von Halbtoten, das Lebende mit sich reißt, die sich schuldig gemacht haben.« »Die Messnie Elke?« fragte der Arzt lebhaft. »Genau. Die kennen Sie?« »Wer hat nicht von Ihnen gehört, mein Freund?« »Also reitet der alte Senior hier durch die Gegend?« »Drei Kilometer von hier entfernt.« »Herrlicher Hintergrund«, sagte der Arzt begeistert. »War die alte Dame unter den Ergriffenen?« »Nein. Aber es heißt, sie wusste etwas.« Als der Arzt in das Bett trat und Leo ansah, die nach wie vor zu bleich und zu kalt war, erlosch sein Lächeln augenblicklich. Er bat die vier Bewacher, bis zur Wand zurückzutreten und gebot ihnen zu schweigen. Adamsberg presste sein vibrierendes Telefon in der Hand, das Geheimtelefon zwei, und warf einen Blick auf das Display. »Sie sind da. Durchsuchen Leos Haus.« Diskret zeigte er die Nachricht dann klar. »Sollen Sie nur suchen«, überlegte er, und schickte L'Italant-Veron einen Gedanken voller Dankbarkeit. Der Arzt hatte seine mächtigen Hände auf Leos Schädeln gelegt, in denen er lange hinein zu räuchen schien, wies sie dann über den Hals gleiten und den Brustkorb. Schweigend lief er um das Bett herum und nahm ihre mageren Füße in seine Finger, befühlte sie, machte sich an ihnen mit Unterbrechungen mehrere Minuten lang zu schaffen. Dann kam er zu Adamsberg zurück. Alles ist tot, Adamsberg, vollkommen flach, Gehirn mit Sauerstoff unterversorgt, respiratorischer Mechanismus, dekomprimiert, Verdauungssystem abgeschaltet. Wie alt ist sie? Adamsberg hörte, wie der Graf schneller atmete. »Achtonachtzig. Gut, ich werde eine erste Behandlung von circa fünfundvierzig Minuten an ihr vornehmen, dann eine zweite, kürzere, gegen siebzehn Uhr. Ist das möglich, René? Und er wandte sich zu dem Schäftenwacher um, der nickte. Wenn sie auf die Behandlung anspricht, muss ich in vierzehn Tagen wiederkommen, um sie zu stabilisieren. Kein Problem, versicherte der Graf mit erregter Stimme. Wenn Sie jetzt bitte alle hinausgehen wollen, ich möchte mit der Patientin alleine sein. Dr. Merlon kann bleiben, wenn er es wünscht. Vorausgesetzt, er verkneift sich seine Ironie, wenn sie denn auch stumme ist. Oder ich sehe mich gezwungen, auch ihn hinaus zu bitten. Die vier Bewacher konsultierten sich, begegneten dem gebieterischen Blick des Grafen, dem zweifelnden Ausdruck von Emery, aber schließlich gab Schiffbewacher René seine Zustimmung. Wir stehen vor der Tür, Doktor. Selbstverständlich, René. Außerdem gibt es hier, wenn ich richtig sehe, zwei Überwachungskameras im Zimmer. So ist es, sagte Emery, zum Schütz der Patientin. Ich werde also nicht davonfliegen. Das habe ich übrigens auch nicht vor, der Fall fasziniert mich. Alles ist funktionsfähig. Und nichts funktioniert. Was ganz zweifellos durch ein Entsetzen ausgerisst wurde. Das in einem unbewussten Überlebensreflex die genannten Funktionen hat ersterren lassen. Sie will ihren Überfall nicht noch einmal erleben müssen. Sie will nicht ins Leben zurück, um mit ihm konfrontiert zu werden. Schließen Sie daraus, Kommissar, dass sie Ihren Aggressor kennt und dass dieses Wissen ihr unerträglich ist. Sie ist auf der Flucht. Sehr weit weg. Viel zu weit. Zwei von den Bewachern postierten sich vor der Tür. Die beiden anderen gingen die Treppe hinunter, um unterm Fenster Posten zu beziehen. Der Graf, der auf seinem Stock den Korridor entlang rumpelte, zog Adams Bert mit sich. Er wird sie ausschließlich mit seinen Fingern behandeln. Ja, Valerie, ich sagte es. Mein Gott. Der Graf sah auf seine Uhr. Es sind erst sieben Minuten vergangen, Valerie. Aber könnten Sie nicht mal reingehen und nachsehen, wie das abläuft? Wenn Dr. Ebo einen schwierigen Fall zu behandeln hat, versenkt er sich so stark in ihn, dass er meist schweißgebadet heraus hervorgeht. Man kann ihn dabei nicht stören. Ich verstehe. Sie fragen mich nicht, ob ich im Punctum Ministerium etwas erreicht habe. Sagen Sie. Es war nicht leicht, die beiden Söhne von Antoine zu überzeugen. Aber ich habe es geschafft. Sie haben acht weitere Tage, um diesen Mohammed zu fassen. Danke, Valerie. Gleichwohl kam mir der Kabinettschef des Ministers etwas seltsam vor. Als er sein Einverständnis gab, fügte er hinzu, falls wir ihn nicht bereits heute finden. Er sprach von diesem Mohammed. Ein bisschen so, als amüsierte er sich. Führen die eine parallele Ermittlung hinter ihrem Rücken, oder was? Keine Ahnung, Valerie. Zu diesem Zeitpunkt musste die Geheimpolizei des Ministeriums schon sämtliche Orte durchsucht haben, an denen er seit seiner Ankunft in Ordebeck gewesen war. Leos Herberge, das Haus der Wondermoz. Adamsberg hoffte aus tiefster Seele, dass Hippolit die ganze Zeit rückwärts gesprochen hatte. Und die Gendarmerie? Adamsberg hoffte aus tiefster Seele, dass Phlegm ihnen an den Hals gesprungen war. Es war kaum anzunehmen, dass sie auch das Haus von Erb je durchsucht hatten. Aber ein verlassener Ort kann für Polizeischnüffler immer interessant sein. Die beiden jungen Leute hatten sich aufs Steuer abgelöst, sodass abwechselnd jedermal ein wenig schlafen konnte. Mo hatte kurz geschnittene Haare und trug eine Brille und ein Bärtchen. Eine recht pauschale Veränderung, aber doch beruhigend, denn so sah er auf dem Foto des neuen Personalausweises aus, den Veran mitgebracht hatte. Mo war fasziniert von diesem falschen Dokument. Er drehte es bewundernd in alle Richtungen und sagte sich, dass in Ungesetzlichkeiten von hohem Niveau die Bullen doch um einiges gewitzter waren, als seine Amateurbande in der Cité-Debüt. Sark hatte nur Straßen ohne Maut genommen, und auf ihre erste Sperre stießen sie auf der Umgehungsschnellstraße von Saumur. »Stell dich schlafen, Mo«, nuschelte er zwischen den Zähnen. »Wenn sie mich anhalten, weck ich dich. Du krankst in deinen Sachen, holst deinen Ausweis raus. Tu wie einer, der nicht versteht, was los ist, der überhaupt nie groß was versteht. Liegt nur verschlafen mit dem Kopf.« Zwei Gendarmen kamen langsam auf das Fahrzeug zu. Wie zwei tödlich gelangweilte Typen, die erleichtert sind, endlich mal was in die Finger zu kriegen. Der eine ging mit seiner Stablampe gemächlich um den Wagen herum, der andere leuchtete den beiden Männern kurz ins Gesicht, wenn er sich ihre Papiere geben ließ. »Die Nummernschilder sind neu«, bemerkte er. »Ja«, sagte Särk, »ich habe sie vor zwei Wochen anbringen lassen. Der Wagen ist sieben Jahre alt und die Schilder sind neu.« »Was ist Paris?« erklärte Särk. »Stuhlstangen vorn und hinten eingedrückt, Nummernschilder verbeut. Ich habe sie auswechseln lassen.« »Warum? Waren die Ziffern nicht mehr lesbar?« »Ach schon, aber Sie wissen doch, Brigadier, wie es in dieser Stadt läuft. Wenn Ihre Nummernschilder erst im Eimer sind, dann siniert sich beim Einparken niemand mehr, Ihnen auch nur ein paar Beulen reinzufahren.« »Sie sind nicht aus Paris?« »Aus den Pyrenäen.« »Ach, das ist auf jeden Fall besser als die Hauptstadt«, erwiderte der Gendarm mit einem Anflug von Lächeln, als er die Papiere zurückgab. Sie fuhren schweigend ein paar Minuten, solange bis ihr Herzrhythmus sich wieder normalisiert hatte. »Du warst spitze«, sagte Mo, »ich wäre auf sowas nicht gekommen.« »Wir müssen anhalten und die Nummernschilder ramponieren, mit ein paar Fußtreppen.« »Und ein bisschen Ruß, aus dem Auspuff.« »Aber werden wir einen Happen essen. Steck deinen Ausweis in die Hosentasche, damit er sich ein bisschen verbiegt. Wir sehen zu neu aus.« Um elf Uhr vormittags passierten sie eine zweite Sperre bei Angoulême. Um vier Uhr nachmittags. Hielt Serk auf einer Gebirgsstraße bei La Rue. »Wir machen noch eine letzte Pause von einer Stunde, Mo. Aber nicht länger. Wir müssen rüber. Sind wir schon an der Grenze?« »Fast. Wir fahren nach Spanien über die Paschstraße am Sock. Und weißt du, was wir als erstes machen? In der kleinen Herberge in Ouse-de-Jacques werden wir uns den Bauch vollschlagen und uns wie die Fürsten fühlen. Schlafen werden wir in Berdun. Und morgen Granada. Zwölf Stunden Fahrt. Und abschrubben würden wir uns auch mal. Ich hab den Eindruck, wir stinken. Klar stinken wir. Und zwei Typen, die stinken, die fallen sofort rauf. Vielleicht sollten wir jetzt besser ein Stündchen schlafen. Jeder drückte sich in eine Wagen-Ecke und suchte eine geeignete Schlagposition. Im Krankenhausflur hatte die Unruhe die einfachsten Formen der Höflichkeit vergessen lassen. Niemand redete mit einem anderen. Lina überlief ein Schauer. Er schalte ihn wieder einmal auf den Boden. Granada war schneller als Adamsberg, mit zwei seiner ungelenken großen Schritte war er hinter ihr und legte ihn ihr über die Schultern. Mit etwas altväterlicher Bedächtigkeit und Sorgfalt. Auch schon verstrahlt, dachte Adamsberg, während Emery, die blunden braun gerunzelt, die Szene zu missbilligen schien. Alle verstrahlt, schloss Adamsberg. Alle in ihrer Hand. Sie erzählt, was sie will, sie angelt sich, wen sie will. Dann kehrten die Blicke in ihre gehabte Position zurück, sie richteten sich wieder auf die geschlossene Zimmertür. In der Erwartung, dass die Klinke zucken werde, so wie man darauf lauert, dass der Vorhand sich über einem außergewöhnlichen Schauspiel hebt. Er wurde erst wieder angesprungen, er schlurrt, verkündete der Doktor schlicht, als er herauskam. Er zog ein großes weißes Taschentuch aus seiner Tasche, trocknete sich mit Methode die Stirn, aber behielt die Tür noch in der Hand. »Sie können hineingehen«, sagte er zum Graf, »aber sagen Sie kein Wort. Versuchen Sie nicht, sie zum Reden zu bringen, jetzt noch nicht. Frühestens in vierzehn Tagen. Diese Zeit wird sie mindestens brauchen, um ihre Situation zu akzeptieren. Vorher darf man auf gar keinen Fall in sie dringen, sonst taucht sie wieder ab in den Limbus. Wenn Sie alle mir das versprechen können, dürfen Sie sie jetzt sehen.« Die Köpfe neigten sich zustimmend. »Wer bürgt mir mit seinem Wort dafür, dass die Anordnung gefolgt wird?« Beharrte Doktor Elbow. »Ich«, sagte Merlon, den niemand bemerkt hatte und der ein wenig gebeugt vor Fassungslosigkeit hinter Elbow stand. Elbow nickte und ließ den Grafen ans Bett treten. Tanglar stützte seinen zitternden Arm. Er blieb einen Moment reglos und mit offenem Mund vor einer Leo stehen, deren Wangen sich leicht gerötet hatten, die ruhig atmete und ihn lächelnd und mit einem lebhaften Blick begrüßte. Der Graf legte seine Finger auf die Hände der alten Frau, die wieder warm durchpulst waren. Er drehte sich nach dem Arzt um, ratlos, wie er ihm danken sollte. Da schwankte er plötzlich an Danglars Arm. »Vorsicht«, sagte Elbow mit erschruckener Mille, »Schock! Anwarnung eines Schwächernfalls! Setzen Sie ihn hin! Ziehen Sie ihm das Hemd aus! Sind die Füße blau?« Valerie sackte auf den Stuhl und Danglars hatte alle Mühe, ihn auszuziehen. Der Graf wehrte sich in seiner Verwirrung, so gut er konnte, als weigerte er sich mit aller Macht, nackt und gedemütigt, in einem Krankenhauszimmer zu stehen. »Er hasst das«, bemerkte Dr. Mellon lakonisch. »Bei sich zu Hause hat er einmal dasselbe Theater veranstaltet. Zum Glück war ich dabei. Hat er öfter solche Schwächereinfälle?« fragte Ardons Berg. »Überhaupt nicht. Der letzte liegt jetzt ein Jahr zurück. Zu großer Stress, nichts Ernstes im Grunde. Mehr Angst als wirkliche Gefahr. Warum fragen Sie mich das, Kommissar?« »Wegen Leo.« »Da machen Sie sich mal keine Gedanken.« »Der ist robust.« »Leo wird ihn noch viele Jahre haben.« Kapitän Emery trat mit aufgelöster Miene ins Zimmer und fasste Ardonsbergs Arm. Mottembeau hat zu ihm seinen Cousin Blailleu ermordet aufgefunden. Wann? Vermutlich letzte Nacht. Die Gerichtsmedizinerin ist auf dem Weg. Und das Schlimmste kommt noch. Man hat ihm den Schädel gespalten, mit einer Axt. Der Mörder greift auf seine erste Methode zurück. Du sprichst vom alten Vendermont? Ja, sicher. Er ist der Anfang von allem. Wer die Grausamkeit sieht, wird die Bestialität ernten. Du warst doch gar nicht hier, als der Mann umgebracht wurde. Trotzdem. Frag dich lieber, warum man seinerzeit niemanden verhaftet hat. Warum man vielleicht niemanden hat verhaften wollen. Wer ist Mann? Wer hier das Gesetz macht, Ardonsberg, sagte Emery etwas gewunden, während Dandard den halb entkleideten Valerien ausführte. Das wahre Gesetz, das einzig gültige Gesetz, das ist der Graf von Malerien, Dordedeck. Der gebietet über Leben und Tod auf seinem Grund und Boden und weit darüber hinaus, wenn du wüsstest. Ardonsberg zögerte. Er erinnerte sich an die Weisungen, die er am Abend zuvor auf dem Schloss erhalten hatte. Denk doch mal nach, fügte Emery hinzu. Er braucht deinen Gefangenen, um Leo behandeln zu lassen. Schon kriegt er ihn. Du brauchst einen zeitlichen Aufschub für deine Ermittlung. Er setzt ihn durch. Woher weißt du, dass ich einen Aufschub gehalten habe? Er selbst hat es mir gesagt. Er zahlt gern, wie weit seine Macht reicht. Wen hätte er schützen wollen? Man hat immer vermutet, dass eins der Kinder den Vater getötet hat. Vergiss nicht, dass man Lina dabei angetroffen hat, wie sie die Axt abwischte. Das verheimlicht sie auch nicht. Sie kann es nicht verheimlichen, wann es in der Ermittlungsakte steht. Aber vielleicht hat sie die Axt gesäubert, um Ippo zu schützen. Hat man dir erzählt, was sein Vater ihm angetan hat? Ja, zwei Finger abgehakt. Mit der Axt. Aber ebenso gut könnte Valéry es übernommen haben, dieses Ungeheuer zu töten, um die Kinder zu schützen. Nimm an, Herbie hätte das gewusst. Nimm weiter an, er hätte Valéry damit erpresst. Dreißig Jahre danach. Vielleicht blecht der schon seit Jahren. Und Laiel? Reines Ablenkungsmanöver. Du glaubst also, dass Lina und Valéry unter einer Decke stecken? Dass sie den Durchzug des wütenden Heeres ankündigt, damit Valéry sich Erbiers entledigen kann? Was alles weitere, Glaiue, Montembeau, nichts als Kulisse ist, um dich auf die Spur eines Verrückten zu lenken, der an die Messenie Elkern glaubt und die Willensbekundung von deren Senior ausführt? Das passt doch, oder? Vielleicht, Emery. Ich aber glaube vielmehr, dass es einen Wahnsinnigen, der das Heer fürchtet, tatsächlich gibt. Sei es einer der Ergriffenen, der seine Haut zu retten sucht, sei es ein zukünftiger Ergriffener, der sich die Gunst dieses Elkern erwerben will, indem er sich ihm andient. Warum glaubst du das? Ich weiß nicht. Weil du die Leute hier nicht kennst. Was hat dir Valéry versprochen, wenn du Leo da rausholst? Ein Kunstwerk vielleicht? Rechne nicht zu sehr damit, so was macht er ständig. Und warum will er Leo um jeden Preis retten? Hast du dich das mal gefragt? Weil er an ihr hängt, Emery. Das weißt du doch. Oder um zu erfahren, was sie weiß. Mensch, Emery. Er ist eben fast ohnmächtig geworden. Er will sie heiraten, wenn sie durchkommt. Das triefe sich gut. Die Aussage einer Ehefrau gilt nichts vor dem Gesetz. Entscheide dich, Emery. Ob du Valéry verdächtigst oder die Wondermos. Wondermos. Valéry. Leo. Alles eine Bagage. Der alte Wondermos und Hermier, die sind das teuflische Antlitz. Der Graf und die Kinder, das unschuldige Antlitz. Tu alles zusammen und du erhältst eine verdammt unkontrollierbare Brut. Er wurde am späten Abend überfallen, gegen Mitternacht etwa. Versicherte die Gerichtsmedizinerin Chassie. Es waren zwei Axtliebe. Schon der erste hatte bei weitem gereicht. Glahieu lag vollkommen bekleidet in seinem Büro, den Kopf zweimal gespalten. Sein Blut war reichlich über den Tisch und den Teppich geflossen. Es hatte selbst die Entwürfe überzogen, die er auf dem Boden ausgebreitet hatte. Man sah noch das Gesicht der Madonna durch die Flecken. »Ich scheußlich«, meinte Emery und wies auf die Zeichnungen. »Die heilige Jungfrau ganz von Blut befleckt«, sagte er voller Ekel, als stieße ihn diese Schmach mehr ab, als die Schlachtzähne, die er vor Augen hatte. Der Seigneur Ekel war ja nicht gerade zimperlich, nur mit Hadomsberg. Und die Madonna beeindruckt ihn überhaupt nicht. »Offensichtlich nicht«, sagte Emery mürrisch. Glahieu hatte einen Auftrag für die Kirche von Saint-Oubin, und er arbeitete immer bis spät in die Nacht. Der Mörder, sei es Mann oder Frau, ist hereingekommen, sie kannten sich. Glahieu hat ihn empfangen. Wenn er eine Axt am Leib versteckt hielt, muss er einen Trenchcoat getragen haben. Ziemlich seltsam bei dieser Wärme. Erinnere dich, es sah nach Regen aus. Von Westen her zogen Wolken auf. Das Schluchzen von Michel Mortonbeau war aus dem Büro zu hören, ein Geräuschen mehr als ein Weinen, wie Männer es ausstoßen, die keine Tränen haben. »So hat er noch nicht mal beim Tod seiner Mutter gejammert«, sagte Emery in gannigem Ton. »Weißt du, wo er gestern war?« Er war zwei Tage in Caen, wegen einer größeren Bestellung von Birnbaum-Flenzlingen. Das werden eine Menge Leute bestätigen. Er ist erst heute am späten Vormittag zurückgekommen. Und gestern, gegen Mitternacht, war er in der Disco, im Drunter und Drüber. Er hat die Nacht mit Mücken und Schwuchteln verbracht und hat jetzt Gewissenspässe. Wenn er fertig ist mit Flynn, wird der Brigadier ihn zur Zeugenaussage mitnehmen. Ganz ruhig, Emery. Das bringt nichts. Wann kommen deine Kriminaltechniker? Solange, wie sie von Lisieux hierher brauchen, kannst du dir ja ausrechnen. Wenn der Scheißkerl von Glahieu wenigstens meinen Rat befolgt hätte, wenn er wenigstens Personenschutz akzeptiert hätte. Ganz ruhig, Emery. Tut er dir leid? Nein, soll er kein sich holen. Was ich aber sehe, ist, dass zwei von der Messnie ergriffene ermordet sind. Weißt du, was das in Ordebeck auslösen wird? Das blanke Entsetzen. Ob auch Morton-Boo noch dran glauben wird, ist den Leuten scheißegal. Aber den Namen des vierten Opfers, den kennt man nicht. Man kann Morton-Boo schützen, aber nicht die ganze Stadt. Wenn ich wissen wollte, wer hier irgendwas auf dem Körpholz hat, wer Angst hat, dass LK ihn gezeichnet haben könnte, dann wäre das jetzt der Moment, die Augen aufzusperren. Allein, indem man die Leute beobachtet, die, die zittern und die, die gelassen bleiben. Und das würde ich mir aufschreiben. Warte einen Moment, sagte Adamsberg und klappte sein Telefon zu. Kommandant Danglar ist draußen. Ich gehe ihn mal holen. Kann er nicht allein reinkommen? Ich will nicht, dass er Glaius sieht. Und warum nicht? Er kann kein Blut sehen. Und so einer ist Bulle? Ganz ruhig, Emery. Eine kleine Menschenmenge hatte sich schon vor Glaius' Haus versammelt. Man wusste, dass er einer der vom Senior Elkern ergriffenen war. Und man hatte das Auto der Gendarmerie gesehen. Mehr brauchte es nicht, um zu verstehen. Danglar hielt sich unbeweglich im Hintergrund. Ich bin mit Antonin hier, erklärte Adamsberg. Er will Sie sprechen, Sie und Emery. Aber er traut sich nicht allein durch die Menge. Man muss ihm einen Weg bahnen. Wir gehen durch die Hintertür, sagte Adamsberg und fasste sonst Antonins Hand. Er hatte während der Massage durch den Bruder begriffen, dass die Hand fest war, das ganze Handgelenk aber zerbrechlich. Man musste also vorsichtig damit umgehen. Und wie geht es dem Grafen? fragte er. Er ist auf den Beinen und vor allem wieder angezogen. Wenn auch noch immer erbost darüber, dass man ihm sein Hemd ausgezogen hat. Wie sieht der Volk Laius aus? So, dass Sie ihn sich besser nicht anschauen sollten. Adamsberg ging um das Haus herum. Er und Danglar schützten Antonin von beiden Seiten. Er setzte sich vorsichtig auf einen der Stühle in Raius Küche und schob seine Arme unter den Tisch. »Lina ist bei der Arbeit. Ippo ist Holz kaufen gefahren. Und Martin ist im Wald,« erklärte er. »Darum bin ich gekommen.« »Wir hören Ihnen zu«, sagte Adamsberg rampft. Emery hatte sich demonstrativ abseits von der Gruppe gesetzt, um anzudeuten, dass dies nicht seine Ermittlung war und Adamsberg, so groß sein Ruf sein mochte, auch nicht mehr zu Wege gebracht hatte als er. »Es heißt, Laius sei ermordet worden.« »So ist es.« »Sie wissen, dass Lina ihn in der Mess nie gesehen und gehört hat?« »Wie er um Erbarmen schrie.« »Ja, mit Mottonbo und einem vierten, unbekannten.« »Was ich sagen will, ist, wenn die Mess nie tötet, tut sie es auf ihre Weise. Niemals mit einer modernen Waffe, das will ich damit sagen. Nicht mit einem Revolver oder einem Gewehr. Denn diese Waffen kennt Elkern nicht. Elkern ist zu alt.« »Für Abbey stimmt das nicht.« »Einverstanden.« »Aber vielleicht war der auch nicht Elkerns Werk.« »Für Laius dagegen stimmt es,« gab Adamsberg zu. »Er wurde nicht mit einer Schusswaffe getötet.« »Sondern mit der Axt.« »Woher wissen Sie das?« »Weil unsere Axt verschwunden ist.« »Das wollte ich damit sagen.« »Schau an!« sagte Emelie und lachte auf. »Du kommst bis hierher, so zerbrechlich du bist, um uns zu sagen, mit welcher Waffe das Verbrechen verübt. Das ist aber nett von dir, Antonin.« »Meine Mutter hat gesagt, es könnte von Nutzen sein.« »Hast du nicht eher Angst, dass es auf euch zurückfallen könnte?« »Es sei denn, du denkst, man wird die Waffe ohnehin finden, und dem kommst du lieber zuvor.« »Ganz ruhig, Emelie«, unterbrach ihn Adamsberg. »Wann haben Sie bemerkt, dass die Axt nicht mehr da war?« »Heute früh.« »Ach bevor ich das mit Lajeux erfuhr.« »Ich selbst benutze sie nicht.« »Das kann ich mir gar nicht erlauben.« »Aber ich habe gesehen, dass sie nicht mehr dort war, wo wir sie für gewöhnlich hinstellen, draußen gegen den Holzstapel gekeilt.« »So, dass jeder sie sich nehmen könnte.« »Ja, aber das macht niemand.« »Hat sie irgendwas Besonderes, dieser Axt?« »Etwas, woran man sie erkennen kann?« »Hippo hat ein V in den Schaft geritzt.« »Denken Sie, dass jemand sie benutzt hat, um den Verdacht aus sie und ihrer Familie zu lenken?« »Schon möglich. Aber was ich sagen will, ist, dass das nicht sehr schlau wäre. Wenn wir Lajeux hätten umbringen wollen, hätten wir doch nicht unsere eigene Axt dazu genommen.« »Stimmt's?« »Aber sicher wäre das schlau, mischte Emery sich ein. Es wäre ein so kluger Fehler, dass ihr ihn nicht begangen haben könntet. Ihr schon gar nicht, ihr Wundermos, die ihr die ausgekochtesten Schlitzohren von Ordebeck seht.« Antonin zuckte die Schultern. »Du kannst uns nicht weiden, Emery. Darum interessiert mich deine Meinung nicht. Außerdem bist du gar nicht mehr mit der Ermittlung betraut. Ich rede hier mit dem Kommissar aus Paris.« »Und da tust du gut daran,« erwiderte Emery mit seinem angriffslustigen Grinsen. »Du siehst ja, wie erfolgreich er seit seiner Ankunft schon war.« »Danglar bringt sie nach Hause, Antonin«, sagte Adamsberg und stand auf. »Danke, dass Sie uns aufgesucht haben.« »Emery, ich sehe dich heute Abend zum Essen, wenn du einverstanden bist.« »Einverstanden«, sagte Emery, nach einem kurzen Moment, »an meinem Tisch?« »An deinem Tisch. Ich überlasse dich jetzt den Technikern. Behalte Mottambu so lange wie möglich in der Zelle, unter dem Vorwand eines Polizeigewahrsams. In der Gendarmerie ist er wenigstens außer Gefahr.« »Was hast du vor?« »Mittag essen gehen? Jemanden treffen? Laufen. Ich muss laufen. Was meinst du damit? Willst du was erkunden? Darüber reden wir heute Abend.« »Die Unruhe würde größer werden in Ordebeck. Angst will umgehen. Versuchen nach einer Antwort beginnen«, dachte Adamsberg. Er wählte einen wenig begangenen Weg, auf dem ihm kaum jemand begegnen und ihn ausfragen würde. Auch wenn die Normanen ja nicht sonderlich begabt waren für direkte Fragen. Er umging Ordebeck über die Straße zum Libellentrecht, machen die Abkürzung durch den Wald der Petita Lindh und schlug unter bleierner Sonne die Richtung zum Weg von Donwall ein. Keine Gefahr, dass er zu dieser Zeit auch nur irgendeiner Menschenseele auf den verfluchten Pfad begegnen würde. Er hätte den Weg schon längst wieder und wieder gehen sollen. Denn dort und nur dort konnte Leo etwas herausgefunden oder begriffen haben. Aber da war die Sache mit Mo gewesen, da waren die Clermont-Brasseurs gewesen, Rétancourt, die auf Tauchstationen gingen, Leo in nahezu leblosem Zustand, der Auftrag des Grafen. Und er hatte nicht sehr schnell gehandelt. Keinerlei Nachricht von Sark. In diesem Punkt befolgte sein Sohn strikt sein Verbot, ihn zu kontaktieren. Denn zur Stunde und schon da nach der Razzia durch die Leute vom Ministerium war sein zweites Handy mit Sicherheit geortet und wurde abgehört. Er musste Rétancourt informieren, dass sie ihn nicht mehr anrief. Am Rande dieses Querpfads stand ein einsames Gehöft, bewacht von einem Hund, der es satt hatte zu bellen. Hier wurde das Telefon mit Sicherheit nicht abgehört. Adamsberg zog mehrmals an der alten Klingel, rief laut nach den Bewohnern. Als keine Antwort kam, stieß er die Tür auf und fand das Telefon auf einem Tisch im Eingang, mitten unter einem Wust von Briefen, Regenschirmen und schlammverkrusteten Stiefeln. Er nahm den Hörer ab, um Rétancourt anzurufen, und legte ihn wieder auf. Das harte Päckchen mit den Fotos in seiner Husentasche, die der Graf ihm am Vorabend gegeben hatte, brachte sich plötzlich in Erinnerung. Er nahm es heraus und zog sich hinter eine Scheune zurück, um die Bilder in Ruhe zu betrachten, aber noch immer nicht hörte er den durchdringenden Schrei, den sie ihm sandten. Er sah ins Blassblau des Himmels, in dem Westen eine Wolkenfront zu verdunkeln begann, steckte die Fotos wieder in den Umschlag, streichelte die Blässe einer Stute, die sich dem Mähne von den Augen schüttelte, und sah auf seine Uhr. Wenn Serg irgendetwas zugestoßen wäre, dann wüsste er es bereits. In diesem Augenblick mussten sie kurz vor Garnada sein, außer Reichweite der schärfsten Flandungsmaßnahmen. Hastig steckte er die Fotos in seine Husentasche, ging schnellen Schritt zu dem verlassenen Gehöft zurück, sah sich prüfend um und wählte Retrancours Nummer. »Violette«, sagte er, »das Foto, das du mir von Erlöser 1 geschickt hast?« »Ja.« »Da hat er kurz geschnittene Haare. Aber an dem Garnerabend trägt er längere Haare. Wann hast du es aufgenommen?« »Am Tag nach meiner Ankunft.« »Also drei Tage nach dem Brandanschlag auf den Vater. Versuche herauszufinden, wann er sich die Haare abschneiden lassen. Auf die Stunde genau. Vor oder nach seiner Rückkehr von der Garner. »Schick mir das Ergebnis. Danach benutzt diese Telefone nie mehr. Und haut dort ab.« »Problem?« fragte Retrancours gelassen. »Ein erhebliches.« »Gut.« »Wenn er sich selbst vor seiner Rückkehr die Haare geschnitten hat, könnte er auf der Kopfstütze in seinem Wagen welche zurückgelassen haben. Hat er ihn seit dem Mord gefahren?« »Nein, immer der Chauffeur.« »Suchen wir also nach winzigen Haaren auf dem Fahrersitz.« »Ohne Durchsuchungsgenehmigung, versteht sich?« »Genau, ihr Tenant. Die kriegen wir nie.« Er lief noch zwanzig Minuten, bis er den Anfang des Bonneval-Weges erreichte, in Gedanken beschäftigt und irritiert von dem so plötzlichen Haarschnitt von Christian Clermont-Brasseur. Doch nicht er hatte seinen Vater im Mercedes zurückerfahren. Er war schon früher gegangen, leicht angeheitert, und hatte noch eine Frau besucht, deren Namen man nie erfahren würde. Und nachdem man ihm die Nachricht vom Tod seines Vaters überbracht hatte, hatte er vielleicht einen seriöseren Haarschnitt gewünscht, als Ausdruck der Trauer um ihn. Vielleicht. Aber da war Mo, der sich in der Hitze seiner Zündeleien mit unter die Haare angekokelt hatte. Wenn Christian den Wagen in Brand gesetzt und wenn er sich dabei ein paar Haarsträhnen versenkt hatte, hatte er das in Eile kaschieren müssen, indem er das ganze Haar möglichst kurz schnitt. Aber Christian war gar nicht am Ort gewesen, man kam immer wieder an den Punkt zurück, und nichts nervte Adamsberg mehr, als sich im Kreise zu drehen. Er zwang sich, die Brombeeren nicht zu beachten und, immer auf den Spuren der alten Leo, seine Aufmerksamkeit auf den Weg von Bonneval zu konzentrieren. Er kam an dem dicken Baumstamm vorbei, wo er sich neben sie gesetzt hatte, dachte einen Moment intensiv an sie, verweilte lange an der Kapelle des heiligen Antonius, der einem half alles Verlorene wiederzufinden. Ihm jedenfalls half der Heilige nicht, er fand nichts auf dem Weg. Pflichtbewusst ging er ihn noch einmal in der Gegenrichtung und setzte sich auf halbem Weg auf den umbrauenen Stamm, diesmal mit einem Vorrat an Brombeeren, die er auf der Baumrinde ablegte. Er sah sich auf dem Display seines Telefons erneut die Fotos an, die Rittoncourt ihm geschickt hatte. Wer glich sie mit denen, die Valerie ihm überlassen hatte? Da gab es in seinem Rücken ein Krachen, und Flemm brach aus dem Unterholz, mit dem seligen Ausdruck eines Kerls, der der Puppe auf dem Nachbarhof gerade einen erfolgreichen Besuch abgestattet hat. Flemm legte ihm seine sabbelnde Schnauze aufs Knie und sah ihn mit jenem Flehen in den Augen an, das kein menschliches Wesen mit einer solchen Entschlossenheit hinkriegt. Adams Berg tätschelte ihm die Stirn. »Und jetzt willst du ein Stück Zucker?« »Aber ich habe keins, Kumpel.« »Ich bin nicht Leo.« Flemm ließ nicht locker. Er legte seine erdigen Pfoten auf Adamsbergs Rosenbein und verstärkte sein Flehen. »Ein Zucker, Flemm!« wiederholte der Kommissar mit Nachdruck. »Der Brigadier gibt dir eins, nach Helung sechs.« »Ellst du eine Brombeere?« Adams Berg hielt ihm eine Beere hin, die das Tier verschmähte. Als es die Vergeblichkeit seiner Bitte oder auch die Uneinsichtigkeit dieses Typen zu begreifen schien, begann es im Erdreich zu Adamsbergs Füßen zu scharren, große Mengen Laub aufwirbelnd. »Flemm! Du zerstörst den Mikrokosmos von vermoderten Laub!« Der Hund setzte sich hin und sah ihn unverwandt an. Sein Blick ging vom Boden zu Adamsbergs Gesicht. Die eine seiner Pfoten lag auf einem kleinen weißen Papier. »Ja, Flemm, das ist ein Zuckerpapier.« »Aber es ist leer! Es ist alt!« Adamsberg schob sich eine Handvoll Beeren in den Mund. Aber Flemm beharrte, setzte seine Pfote auf eine andere Stelle, führte diesen Mann, der eine Ewigkeit brauchte, ihn zu verstehen. Innerhalb einer Minute sammelte Adamsberg sechs alte Zuckerpapierchen vom Boden auf. »Alle leer, Kumpel! Ich weiß, was du mir erzählen willst. Das hier ist eine Zuckermine. Ich weiß, an dieser Stelle gab dir Leo, nachdem du da drüben auf dem Gehöft deine Nummer gemacht hattest, immer dein Stückchen Zucker. Ich verstehe deine Enttäuschung. Aber ich habe nun mal keinen Zucker.« Adamsberg stand auf und ging ein paar Meter weit in der Hoffnung, Flemm seiner aussichtslosen Besessenheit zu entreißen. Der Hund folgte ihm leise winselnd. Und plötzlich machte Adamsberg kehrt, setzte sich wieder auf den Baumstamm, in genau der Position, in der er damals neben Leo gesessen hatte. Rief sich die Szene ins Gedächtnis zurück, der ersten Worte, die sie gewechselt hatten, an das Auftauchen des Hundes. Wenn Adamsbergs Verstand auch untauglich für das Speichern von Wörtern war, so erinnerte er sich doch mit äußerster Genauigkeit an alles, was Bilder anging. Klar wie einen Federstrich sah er Leos Geste vor Augen. Leo hatte den Zucker nicht aus dem Papier gewickelt, weil da gar kein Papier drum war. Sie war nicht der Mensch, der eingewickelten Zucker mit sich herumtrog. Es war ihr vollkommen egal, dass sie ihre Taschen, ihre Finger oder den Zucker beschmutzte. Sorgfältig sammelte er die sechs staubigen Papierchen auf, die Flemm ausgebuddelt hatte. Jemand anders hatte ihr Zucker gegessen. Die Papierchen mochten schon gut zwei Wochen hier liegen, dicht beieinander, als wenn sie alle mit einem Mal weggeworfen worden wären. Ja und? Was weiter? Außer der Tatsache, dass man auf dem Weg von Bonn-Weil war? Eben. Vielleicht hatte ein Jugendlicher auf dem Baumstamm gesessen in der Nacht, als er auf das Erscheinen des wütenden Heeres wartete. Denn das war die Wette, die manche untereinander eingingen, und hatte Zucker gegessen, um sich zu stärken. Oder hatte in der Mordnacht hier Station gemacht? Und hatte den Mörder vorbeikommen sehen? »Flem«, sagte er zu dem Hund. »Hast du, Leo, diese Papiere gezeigt?« »In der Hoffnung auf eine kleine Zugabe?« Adamsberg dachte an seinen Besuch am Krankenbett und deutete die drei Worte, die die alte Frau gehaucht hatte, nun in einem anderen Sinne. »Ello«, »Flem«, »Zucker«, »Flem«, wiederholte er. »Leo hat diese Zuckerpapiere gesehen, stimmt's?« »Sie hat sie gesehen.« »Und ich werde dir sogar sagen, wann sie sie gesehen hat.« An dem Tag, an dem sie Erbiers Leiche entdeckt hat. Sonst hätte sie im Krankenhaus nicht darüber gesprochen, mit der wenigen Kraft, die sie nur hatte. »Aber warum hat sie am Abend davor nichts gesagt?« »Meinst du, dass sie erst später begriffen hat?« »Wie ich?« »Mit Verzögerung?« »Am nächsten Tag?« »Aber was begriffen?« »Flem«, »was?« Adamsberg schob die Papierchen behutsam in den Umschlag mit den Fotos. »Das kann es nur sein, Flem«, »ein Zeuge, der Zucker fraß, und der die ganze Bedeutung dessen, was er gesehen hatte, erst begriffen hat, als er später von dem Mord hörte und das Datum des Mordes erfuhr.« Er war ein Zeuge, der schweigt, weil er Angst hat. Vielleicht wusste Leo ja, welcher Junge in jener Nacht seine Mutprobe auf dem Weg abgelehnt hatte. Fünfzig Schritte vor der Herberge sauste Flem los, auf ein Auto zu, das am Straßenrand stand. Brigadier Blériot kam dem Kommissar entgegen. Adamsberg lief schneller in der Hoffnung, er wäre im Krankenhaus vorbeigefahren und brächte neue Nachrichten. »Wie ist die Befragung von Mortembo ausgegangen, Brigadier?« »Er weiß nichts, wirklich nichts. Ein richtiger Waschlappen«, sagte Blériot ein bisschen traurig, während er Flem streichelte, der an ihm hochgesprungen war. »Ohne Trajö ist er nichts.« »Er will sein Stück Zucker«, erklärte Adamsberg. »Er will vor allem in seiner Zelle bleiben. Erst hat dieser Horn aufsinnig bestimmt, dann hat er versucht, mir eins in die Fresse zu hauen, in der Hoffnung, das würde ihm einen längeren Aufenthalt im Knast einbringen. Ich weiß doch Bescheid.« »Verstehen wir uns recht, Blériot«, sagte Adamsberg und wischte sich am Ärmel seines T-Shirts den Schweiß von der Stirn. »Ich wollte nur sagen, dass der Hund seinen Zucker haben will.« »Es ist noch nicht sechs.« »Ich weiß, Brigadier, aber wir waren im Wald, er war bei der Hündin auf dem Geröpf, und nun will er sein Stück Zucker.« »Wann müssen Sie es ihm schon selber geben, Kommissar? Ich habe gerade am Motor gebastelt und will meine Hände nach Benzin riechen, da ist nichts zu machen, nimmt er mir einfach nichts ab.« »Ich habe keinen Zucker, Brigadier«, erklärte Adamsberg geduldig. Wortlos wies Blériot auf seine Hemdtasche, die voll mit angewickelten Würfe Zucker war. »Bedienen Sie sich!« Adamsberg zog eins heraus, machte das Papier ab und gab den Zucker flemmen. Das also war erredigt. Endlich! Eine Kleinigkeit! »Schleppen Sie immer so viel Zucker mit Sie herum?« »Ja, und?« brummelte Blériot. Adamsberg spürte, dass seine Frage zu direkt gewesen war und an ein persönliches Problem rührte, das Blériot nicht gewillt war zu erklären. »Was machen wir mit Mortonbo?« »Das Weichein möchte heute Nacht in der Gendarmerie bleiben.« »Darauf hat er ein Anrecht, bis morgen vierzehn Uhr.« »Danach?« »Also ich weiß nicht.« »Jetzt wird das wohl bereuen, dass er seine Mutter umgebracht hat. Bei ihr wäre er in Sicherheit gewesen. Das war nicht die Sorte Frau, die sich solchen Blödsinn erzählen lässt. Und wenn er sich außerdem ruhig verhalten hätte, hätte der Elker auch nicht seine Armee auf ihn gehetzt.« »Glauben Sie an die Armee, Brigadier?« »Aber nicht doch,« brummelte Blériot. »Ich sag halt, was man so sagt.« »Was ist alles?« In der Halle eines ziemlich düsteren Hotels am Stadtrand von Granada schalteten Serg und Bo den alten Rechner aus, den sie konsultiert hatten, und gingen mit betont lässigem Schritt zum Treppenhaus. Man denkt nie darüber nach, wie man läuft, außer wenn man sich beobachtet weiß, von der Polizei oder von der Liebe. Und nichts ist dann schwieriger, als die verlorene Natürlichkeit zu imitieren. Sie hatten beschlossen, den Fahrstuhl zu meiden, weil die Fahrgäste an diesem Ort, wo es nichts anderes gibt, mehr Zeit haben als sonst wo, jemanden zu beobachten. »Morgen früh, Mo, müssen wir um acht Uhr fünfzig das Zimmer verlassen. Und das alle Tage. Wir müssen den Eindruck erwecken, dass wir einen geregelten Job haben, falls wir morgen noch hier sind.« »Ach, du hast es auch bemerkt?« fragte Mo, indem er seinen Bauch massierte. »Den Typen unten, der uns angeguckt hat?« »Ja.« »Er hat uns ein bisschen lange angeguckt, oder?« »Ja. Woran denkst du dabei?« »An einen Bullen, Mo.« Serg machte das Fenster auf, um seinen Zigarettenrauch nach draußen zu blasen. Vom Zimmer aus sah man nur einen kleinen Hof und mit dicke Abzugsrohre, Wäsche auf einer Leine und Zinkdächer. Er warf seine Kippe aus dem Fenster, sah sie irgendwo im Schatten landen. »Besser, wir hauen hier gleich ab.« Emery hatte stolz beide Flügel der Türsa des Empiresalons geöffnet, begierig auf die Reaktion seiner Gäste. Adamsberg schien überrascht, blieb aber gleichwürdig. Aber das Erstaunen von Virat und die bewundernden Kommentare von Danglar befriedigten ihn hinlänglich, um auf die letzten Spuren des vorangegangenen Zwistes zu tilgen. »Wundervoll, Kapitän!« bemerkte Danglar und nahm seinen Aperitif entgegen. Der Kommandant bestritt auch nahezu die gesamte Konversation während des Tinees mit jener ehrlichen Lebhaftigkeit, die er perfekt vorzutäuschen wusste und für die Adamsberg ihm immer dankbar war. Gleichzeitig glättete ein neuer Zug sein Gesicht. Adamsberg konnte ihn gut genug, um zu wissen, dass dieser Ausdruck von heimlichem Vergnügen nicht die gewohnte Entspannung war, die der Alkohol bei ihm bewirkte. Es war etwas Schalkhaftes, so als würde der Kommandant einen amüsanten kleinen Coup vorbereiten, den er wohlweislich für sich zu behalten gedachte. Das Drama von Ordebeck, das vom Abendessen ausgeschlossen und verbannt gewesen war, fand zur Stunde des Calvados schließlich Eingang in die Gespräche. »Was wirst du mit Mottembo machen, Emily?« fragte Adamsberg. »Wenn ich Unterstützung durch deine Leute bekomme, könnten wir ihn zu sechst oder sieb eine Woche lang überwachen. Hättest du so viele zur Verfügung?« »Ich habe einen weiblichen Liedtenor, der zehn Männer ersetzt, der aber derzeit auf Tauchstation ist. Ich kann einen oder zwei gewöhnliche Brigadiers dafür freistellen.« »Könnte dein Sohn uns nicht behilflich sein?« »Meinen Sohn, Emery, setze ich diesem Risiko nicht aus. Er ist dafür auch gar nicht ausgebildet, er kann nicht mal schießen. Und außerdem ist er auf Reisen.« »Ach so, ich dachte, er macht eine Reportage über vermodertes Laub.« »Hat er auch. Aber dann hat ein Mädchen aus Italien ihn angerufen, und er ist hin, du weißt doch, wie das ist.« »Ja«, sagte Emery, und er hob sich leicht schwankend, um eine zweite Runde Kalverdus reinzuwiesen. »Man hat die Axt gefunden«, erklärte er, ohne jeden Übergang. »Sie wurde über das Mäuerchen geworfen, das hinter Gaius' Haus verläuft und ist im Feld dahinter gelandet.« »Wenn einer von den Van der Moos ihn umgebracht hat, glaubst du wirklich, dass er dazu das eigene Werkzeug genommen hätte?« »Und wenn ja, war es doch das Einfachste, es auch wieder mitzunehmen, oder?« »Das könnte man so und so interpretieren, Adamsberg. Ich sagte es schon einmal, es entlastet sie und ist darum sehr schlau.« »Nicht schlau genug für sie. Du magst sie, nicht wahr?« »Ich habe nichts gegen sie, nichts, was einigermaßen stichäutig wäre. Aber du magst sie.« Emery verschwand für einige Augenblicke und kam mit einem alten Klassenfoto zurück, das er Adamsberg auf die Knie legte. »Hier, sieh mal«, sagte er. »Wir alle da drauf sind so zwischen acht und zehn Jahre alt. Ippo ist damals schon sehr groß. Er ist der dritte von links, in der hinteren Reihe. Noch hat er seine sechs Finger an jeder Hand. Du kennst diese grässliche Geschichte?« »Ja.« »Ich bin in der Reihe davor, der einzige, der nicht lächelt. Du siehst, ich kenne ihn nicht erst seit gestern. Und ich kann dir sagen, Ippo war der Klassenschreck, nicht der nette Kerl, den er dir gegenüber spielt.« »Wir parierten. Selbst ich, der zwei Jahre älter war als er.« Prügelte er. »Hatte er gar nicht nötig?« »Er hatte eine viel mächtigere Waffe. Mit seinen sechs Fingern, sagte er, sei er ein Soldat des Teufels, und er könne alles Unheil, das er wolle, über uns hereinbrechen lassen, wenn wir ihn ärgerten.« »Und?« »Habt ihr ihn geärgert?« »Anfang schon. Du kannst dir vorstellen, wie ein Schwulo voller Jungs reagiert, wenn da plötzlich einer mit sechs Fingern auftaucht.« »Als er fünf, sechs Jahre alt war, haben wir ihn verfolgt und nach Strich und Faden verarscht.« »Das stimmt.« Eine der Banden war besonders grausam zu ihm. Ihr Anführer war Regis Vernet. Einmal hat Regis Nägel in Ippos Stuhl geschlagen, mit den Spitzen nach oben, sodass Ippo sich aufgespießt hat. Er hatte sechs Löcher im Hintern und blutete, und der ganze Hof hat sich kaputt gelacht. Eines Tages aber ist Ippo aufgewacht und hat seine sechs Finger gegen euch gekehrt. »Genau. Sein erstes Opfer war dieser Mistkerl von Regis. Ippo hat ihn gedroht, dann hat er seine beiden Hände auf ihn gerichtet, todernst. Und du kannst mir's glauben oder nicht, fünf Tage später ist der kleine Regis von einem Auto aus Paris überfahren worden und hat beide Beine verloren.« »Entsetzlich. Aber wir Schüler, wir wussten, dass nicht das Auto daran schuld war, sondern der Fluch, den Ippo auf ihn geworfen hatte. Und Ippo widersprach auch nicht. Später hat Ippo mit seinen Kindereien aufgehört, aber ich kann dir versichern, noch heute riskiert niemand einen Streit mit ihm. Weder mit ihm, noch mit seiner Familie. Kann man ihn sprechen, diesen Regis? Er ist tot. »Ich erfinde nichts, Adamsberg. Das Unglück hat sich festgebissen an ihm. Krankheit, Entlassungen, Todesfälle und Armut. Am Ende hat er sich in der Tug ertränkt, vor drei Jahren. Er war erst sechsunddreißig. Wir Älteren aus der Schule, wir wussten, dass das Ippos Reche war, die nie aufgehört hatte, ihn zu verfolgen. »Und was denkst du heute darüber?« »Zum Glück bin ich mit elf Jahren von hier weg und habe das alles vergessen können. Wenn du den Bullen, Emery fragst, sagt er dir, dass diese Schicksalsgeschichten Blödsinn sind. Fragst du das Kind, Emery? So passiert es mir schon mal, dass ich denke, Regis ist eben verdammt gewesen. Sagen wir mal, der kleine Ippo hat sich verteidigt, so gut er konnte. Wir behandelten ihn als Satansbrut, und da hat er schließlich den Teufel gespielt. Aber er hat auf einer spektakulären Höhe gespielt, selbst nachdem ihm die Finger abgeschnitten worden waren. Er hat unter seinem Vater mehr gelitten, als wir uns vorstellen können. Aber als er seinen Mund auf ihn gehetzt hat, war war das der reine Mordversuch, und ich möchte nicht beschwören, dass ihm solche Gelüste heute vergangen sind. Wie willst du glauben, dass die Vendermot-Kinder brave kleine Engel geworden sind, bei allem, was sie durchgemacht haben?« »Antonin, wirfst du in den gleichen Topf?« »Ja. Ich glaube nicht, dass aus einem Baby, das man in tausend Stücke zerschlagen hat, ein Mensch von ruhigem Naturell werden kann. Er würde alle Handlungen von Ippo blindlings unterstützen. Man kann annehmen, dass sein Besuch heute wegen der Axt von seinem Bruder befohlen war. Dasselbe gilt für Martin, der sich wie ein wildes Tier ernährt und dem Älteren doch auf dem Fuße folgt.« »Bleibt Lina.« »Die Alecans her sieht und auch nicht viel richtiger im Kopf ist, als ihre Brüder.« »Oder die es zu sehen vorgibt, Adamsberg.« »Wichtig ist doch nur, zukünftige Opfer zu benennen, die anderen in Angst und Schrecken zu versetzen, wie Ippo es einst mit seinen Fingern machte.« Ippo übernimmt es, die so bezeichneten Opfer anschließend umzubringen, während die Familie ihm alle nötigen Alibis liefert. So steht es denn in ihrer Macht, Terror in Ordebeck zu verbreiten und als Rächer in Erscheinung zu treten, da diese Opfer ja überdies ausgemachte Schurken sind. »Ich glaube allerdings eher, dass Lina tatsächlich eine Vision hatte, was alles ausgelöst hat.« »Eine Vision, die ihre Brüder beim Wort genommen und auszuführen beschlossen haben. Sie glauben daran.« »Denn Linas erste Vision hat sich fast zu derselben Zeit ereignet, wie der Tod des Vaters.« »Davor oder danach?« »Ich weiß nicht mehr.« »Zwei Tage danach.« »Sie hat es mir erzählt.« »Sie erzählt es gern.« »Und hast du bemerkt, mit welcher Gelassenheit?« »Lina«, sagte Alonsberg, und er sah wieder Linas Handkante, wie ein Fallbeil auf den Tisch aufschlagen. »Und warum sollte Lina den Namen des letzten Opfers geheim halten?« »Entweder hat sie es wirklich nicht genau gesehen, oder sie wahren dieses kleine Geheimnis, um die Bevölkerung in Schach zu halten. Dafür sind sie begabt, das amüsiert sie, das befriedigt sie, und sie finden es gerecht, wie es auch gerecht war, dass ihr Vater stark.« »Wahrscheinlich stimmt das, Emily.« »Es sei denn, jemand macht sich die offenkundige Schuld der Vondermos zunutze, um die Morde zu verbringen. Er tötet in aller Gelassenheit, weil er sicher ist, dass man die Teufelsfamilie dafür antragen wird.« »Und was wäre sein Motiv?« »Sein panisches Entsetzen vor dem wütenden Heer.« »Du hast selbst gesagt, dass viele in Ordebeck daran glauben und einige so sehr daran glauben, dass sie nicht mal darüber zu reden waren.« »Denk doch an, Emery. Man könnte eine Liste all dieser Leute aufstellen.« »Es sind zu viele«, sagte Emery und schüttelte den Kopf. Der Bahnsteig war von allen Seiten so vollkommen einsehbar, dass Vera nur in zweihundert Metern Entfernung von Denglar, im Schutz einer Verteilerstation, einen Beobachtungspunkt hätte finden können. Der Blickwinkel war nicht besonders gut. Er sah den Mann erst, als dieser schon auf zwei Meter an den Kommandant herangekommen war. Der Lieb, den er ihm mit der Handkante auf die Halsschlagmader versetzte und Denglars Zusammenbruch, dauerten nur wenige Sekunden. Als der Mann sich daran machte, den Körper zur Bahnsteigkante zu holen, war Vera schon losgerannt. Er war noch etwa vierzig Meter entfernt, als Denglar auf die Gleise fiel. Der Mann ergriff bereits die Flucht mit wuchtigem, rigorosem Schritt. Vera sprang ins Gleisbett, hob Denglars Gesicht an, das ihm Leichenblas erschien im Augenlicht. Sein Mund stand offen, schlaff, die Augen waren geschlossen. Vera fand den Puls, hob die Lider über einen leeren Blick. Denglar war betäubt, unter Drogen oder im Begriff zu sterben. Ein großer blauer Fleck verbreitete sich seitlich auf seinem Hals um eine deutlich sichtbare Einstichstelle herum. Der Lirtenor griff ihm mit den Armen unter die Schultern, um ihn auf den Bahnsteig hochzuziehen. Aber die fünfundneunzig Kilo dieses leblosen Körpers schienen unmöglich von der Stelle zu bewegen sein. Er brauchte Hilfe. Schweißgebadet richtete er sich auf, um Adamsberg anzurufen, als er den unverwechselbaren Pfiff eines Zuges hörte, der in hohem Tempo aus der Ferne herannahte. Entsetzt sah er zu seiner Linken die tosende Masse der Lokomotive auf sich zukommen. Vera warf sich auf Denglars Körper, zog ihn unter Aufbietung all seiner Kraft zwischen die Schienen, drückte ihm die Arme an die Schenkel. Der Zug stieß ein Horn-Signal aus. Es klang wie ein verzweifeltes Schrei. Der Lirtenor hiefte sich mit einem Ruck auf den Bahnsteig hinauf und rollte seitlich weg. Grüllend rasten die Wagen vorbei. Dann entfernte sich das Getöse, wies ihn unfähig zu jeder Bewegung zurück. Sei es, dass der ungeheure Kraftaufwand seine Muskeln gesprengt hatte, sei es, dass die Vorstellung ihm unerträglich war, Denglaren sehen zu müssen. Den Kopf in den Arm gerollt, spürte er, dass Tränen ihm über die Wangen geflossen waren. Ein Satz, ein einziger, geisterte durch sein Heeresgehirn. Der Abstand zwischen der Oberseite des Körpers und der Unterseite des Zuges beträgt nur zwanzig Zentimeter. Fünfzehn Minuten später etwa richtete sich der Lirtenor schließlich auf den Ellbogen auf und zog sich an die Bahnsteigkante heran. Den Kopf in die Hände gestützt, machte er die Augen mit einem Ruck auf. Pangla, wie er so ordentlich da lag zwischen den glänzenden Schienen, sah aus wie ein zwischen die Holme eine luxusbare, gebettete Leichnam, aber er war unversehrt. Véran ließ seine Stirn auf den Arm zurücksinken, zog sein Telefon heraus und rief Alonsberg an. »Sofort kommen! Bahnhof Serené!« Dann griff er noch seinem Revolver, entsicherte ihn und installierte ihn fest in seiner rechten Hand, den Finger am Abzug. Als er hinter sich ein Laufen hörte, saß er im Schneidersitz auf dem Bahnsteig, den Blick fest auf Pangla gerichtet, als wenn diese pausenlose Aufmerksamkeit dem Kommandant die Durchfahrt eines zweiten Zuges oder das Abgleiten in den Tod hätte ersparen können. Doch jetzt sah er, wie D'Anglas schlaffe Lippen bei jedem Atemzug beten, und über dieses schwache Zucken wachte er. Sein Verstand setzte allmählich wieder ein. Der Kerl, der D'Anglas zu diesem Treffen bestellt hatte, hatte sich einen unfehlbaren Plan ausgedacht, indem er ihn unter den Schnellzug Karl Paris warf, zu einer Stunde, wo keine Gefahr bestand, dass ein Zeuge dazwischen treten würde. Man hätte ihn erst mehrere Stunden später entdeckt, wenn das Betäubungsmittel, was auch immer es war, bereits aus seinem Körper gewichen wäre. Man wäre nicht mal darauf gekommen, ein Narkotikum überhaupt zu suchen. Was hätte die Ermittlung ergeben? Dass D'Anglas' Melancholie sich in letzter Zeit sehr verstärkt hatte, dass er fürchtete, in Ordebeck sein Leben zu lassen? Dass er sich vollkommen betrunken auf diese Gleise gelegt hätte, um zu sterben? Er wandte den Blick nach der Hand, die sich auf seine Schulter legte. Adamsbergs Hand. »Steig schnell darunter«, sagte Véron zu ihm. »Ich kann mich nicht bewegen.« Emery und Blériot hatten D'Anglas' Körper schon bei den Schultern gefasst, und Adamsberg sprang auf das Gleis, um seine Beine anzuheben. »Dr. Merlon wird gleich hier sein«, sagte Emery, über D'Anglas' Brustkorb gebrügt. »Meiner Meinung nach total unter Drogen, aber außer Lebensgefahr. Das Herz schlägt langsam, aber regelmäßig.« »Was ist passiert?« »Ein Kerl«, sagte Véron mit immer noch schleppender Stimme. »Du konntest nicht aufstehen?« fragt Adamsberg. »Ich hatte einen Schock. Das ist alles. Warum bist du wach geblieben?« »Weil D'Anglas irgendeinen dummen Kuh im Alleingang im Sinn hatte.« »Du hattest das also auch bemerkt?« »Ja.« »Er wollte mir zuvor kommen, und ich fand, dass das gefährlich wäre.« »Ich habe geglaubt, er würde noch in der Nacht losgehen, aber er hat sich erst morgens um sechs Uhr dreißig weggeschlichen.« »Ich habe den anderen Wagen genommen und bin ihm nachgefahren.« »Dann sind wir hier angekommen.« Véron umriss mit einer wagen Geste den Ort. »Ein Kerl hat ihm einen Schlag auf den Hals versetzt, ihm dann, glaube ich, eine Spritze reingejagt und ihn auf die Gleise geworfen.« »Ich bin gerannt, der Kerl auch, und habe versucht, D'Anglada wegzuzerren, aber unmöglich.« »Und dann kam der Zug.« »Der Schnellzucker in Paris«, sagte Emery Düster, »der um sechs Uhr sechsundfünfzig hier durchfährt.« »Ja«, sagte Véron mit gesenktem Kopf. »Und er ist wirklich schnell, das kann man sagen.« »Scheiße«, sagte Adamsberg zwischen den Zähnen. »Warum war es Véron, der D'Anglada überwacht hatte? Warum nicht er? Warum hatte er den Liertenor durch diese Hülle gehen lassen? Weil D'Anglads Plan gegen Véron gerichtet war und Adamsberg ihn für belanglos gehalten hatte. Eine Sache unter Männern. »Ich hatte gerade noch Zeit, D'Anglada von den Schienen zu zerren und ihn dazwischen auszustrecken, wie? Weiß ich nicht. Und mich auf den Bahnsteig hochzuheben, wie? Weiß ich nicht. Ich habe noch den Wind vom Zug auf dem Rücken gespürt.« »Und der Kerl?« fragte Emery. »Könnte er das Bullige von Hippolyte gehabt haben?« »Er war stämmig, ja. Aber ich war zu weit weg, und er trug Kapuze und Handschuhe.« »Und sonst, was hatte er noch an?« »Turnschuhe und so eine Art Sweatshirt, Marineblau oder Dunkelgrün, weiß ich nicht.« »Hilf mir, Jean-Baptiste. Ich kann jetzt aufstehen.« Dr. Merlot war eingetroffen und dabei, Kommandant D'Anglads zu untersuchen. »Wahrscheinlich eine ordentliche Dosis eines Anästhetikums«, sagte er, während er aufstand und zwei Krankenpfleger herbeiwinkte. »Aber ich habe den Eindruck, die Wirkung ist bereits nach. Wir nehmen ihn mit. Ich werde das Aufwachen behutsam beschleunigen.« »Aber das Sprechvermögen wird frühestens in zwei Stunden wiederhergestellt sein. Kommen Sie also nicht vor, Herr Kommissar.« Adamsberg sah die Tage sich entfernen, und eine Woge der Verzweiflung kam im Nachhinein über ihn. »Und Leo?« fragte er Merlot. »Gestern Abend hat sie sich aufgesetzt und etwas gegessen.« Aber sie spricht nicht. Sie lächelt nur ab und zu, als machte sie sich so ihre Gedanken. Da käme sie nur nicht richtig zu fassen. »Man könnte meinen, Dr. Elbow habe ihre Sprachfunktion blockiert. Es ist, als hätte er einen Schalter umgelegt. Und dass er sie wieder in Gang setzen wird, wenn er die Zeit für gekommen hält. Das sehe ihm ähnlich.« Die Ambulanz fuhr weg und Adamsberg lief von einem Ende des Bahnsteigs A zum anderen. Eine kurze Strecke von zwanzig Metern. Denn es widerstrebte ihm, sich von Véran zu entfernen, dem Blériot, das hatte er gesehen, drei oder vier Stück Zucker verabreicht hatte. Blériot, der Zuckerer! Ungewollt verzeichnete er, dass der Brigadier die Papierchen nicht auf den Boden fallen ließ. Er knüllte sie zu einer kleinen Kugel zusammen, die er dann in seine vordere Hosentasche schob. Emery, dessen Uniform zum ersten Mal schlecht saß, so hastig hatte er sich angezogen, um zu ihnen zu stoßen, kam kopfschüttelnd herüber. »Ich finde keinerlei Spuren um die Bank herum. Nichts, Adamsberg, wir haben nichts!« Véran bedeutete Emery, ihm eine Zigarette zu geben. »Und es würde mich wundern, wenn Danglar uns helfen könnte«, sagte Véran. Der Kerl kam von hinten und hat ihm nicht die Zeit gelassen, sich umzudrehen. »Wie kommt es, dass der Zugführer ihn nicht gesehen hat?« fragte Blériot. »Zu dieser Zeit hat er die Sonne voll im Gesicht«, sagte Adamsberg. Er fuhr genau Richtung Osten. Selbst wenn er ihn gesehen hätte, ergänzte Emery, »hätte er die Maschine nicht unter mehreren hundert Metern stoppen können.« »Wie kamen Sie auf die Idee, Danglar nachzufallen? Und warum ist er allein gegangen?« »Er scheint mir doch eher ein vorsichtiger Mensch zu sein.« »Aber auch ein Einzelgänger«, fügte Adamsberg zu Danglars Rechtfertigung hinzu. »Und der, der ihn zu dem Treffen bestellt hat, hat sicherlich verlangt, dass er ohne Begleitung kommt«, seufzte Emery. »Wie immer. Wir sehen uns in der Gendarmerie, um die Wachrunden bei Montembeau zu organisieren.« »Adamsberg, hast du deine beiden Mitarbeiter aus Paris bekommen?« »Sie müssten vor vierzehn Uhr hier sein.« Ferrand fühlte sich kräftig genug, um sich wieder ans Steuer zu setzen, und Adamsberg folgte ihm in dichten Abstand bis zu Léos Herberge, wo der Létenant rasch eine Dosensuppe hinhorterschlang und sich auf der Stelle schlafen legte. An Adamsberg hatte sich erinnert, dass man Mutter Van der Moe Blumen mitbringen sollte, und so klopfte er um zehn Uhr morgens sanft an die Haustür. Es war ein Mittwoch. Die Chancen standen gut, dass Lina da sein würde. Es war ihr freier Vormittag im Austausch gegen ihren Bereitschaftsdienst am Samstag. Sie beide wollte ersprechen, Lina und Ippolit, getrennt voneinander und für eine etwas gezieltere Befragung. Er fand sie alle beim Frühstück um den großen Tisch. Keiner war schon angezogen. Er begrüßte sie einen nach dem anderen, ihre verschlafenen Minen prüfend. Ippos verknauschtes Gesicht erschien ihm überzeugend. Aber bei der Hitze, die jetzt schon herrschte, konnte man sich leicht das ungefähre Aussehen eines zerknitterten Schläfers geben. Die Mutter, die Einzige, die schon fertig angezogen war, freute sich ehrlich über die Blumen und bot dem Kommissar sofort einen Kaffee an. »Es heißt, in Serenay hat es eine Tragödie gegeben«, sagte sie. »Und es war das erste Mal, dass er sie wirklich wieder reden hörte, mit ihrer ebenso demütigen wie wohlartikulierten Stimme. Diese grausige Geschichte geht hoffentlich nicht weiter. »Es ist doch Motumbo nichts passiert.« »Woher wissen Sie es denn?« fragte Adamsberg. »Ist es Motumbo?« berate sie. »Nein, er ist es nicht.« »Was ist denn überhaupt passiert?« fragte Lina, von der Adamsberg den Blick finden musste, denn ihre Brust war allzu sichtbar unter dem Stoff ihres weißen Pyjamas. »Maman hat es dir doch erzählt«, sagte Antoinette. »Jemand hat sich unter den Schnellzug aus Karl geworfen. Es ist ein Selbstwort, das hat sie damit sagen wollen.« »Wie haben Sie es denn erfahren?« fragte Adamsberg, die Mutter. »Beim Einkaufen.« Der Bahnhofsvorsteher traf um sieben Uhr fünfundvierzig ein und sah die Polizei und den Rettungswagen. Er hat einen der Krankenpfleger gesprochen. Es ist überhaupt niemand ums Leben gekommen, der Mann lag zwischen den Schienen, und der Zug ist über ihn hinweggerauscht, ohne ihn zu berühren. »Wenn er sich umbringen wollte«, sagte Lina und sah Adamsberg an, »hätte er sich quer drüber legen müssen.« »Genau, Lina.« Er wollte sich nicht umbringen. Jemand hat ihn dahin gelegt. Es handelt sich um einen Stellvertreter, Danglar. Jemand wollte ihn umbringen.« Hippolit runzelte die Brauen. »Einen Zug als Waffe benutzen«, bemerkte er, »heißt sich die Sache nicht gerade einfach machen.« »Aber um einen Selbstmord vorzutäuschen, ist es nicht dumm«, sagte Matan. »Wenn man ein Bahngleis sieht, denkt man doch gleich an Selbstmord.« »Ja«, sagte Hippolit und zog ein zweifelndes Gesicht, »aber eine derartige Organisation kommt aus einem bleiernden Hirn, ehrgeizig, aber primitiv.« »Ippo«, sagte Adamsberg und schob seine Tasse von sich. »Ich müsste sie mal allein sprechen.« »Danach auch Lina, wenn das möglich ist.« »Es geht um den Tod ihres Vaters«, fügte er leise hinzu. »Also dann«, meinte Hippo mit einem Blick auf seine Mutter, »gehen wir besser nach draußen. Ich will mich nur noch anziehen.« Adamsberg lief auf dem kleinen Schotterweg neben Hippolit, der ihn um gut zwanzig Zentimeter überragte. »Ich weiß nichts über seinen Tod«, sagte Hippo. »Er hat eins mit der Axt in den Schädel bekommen und eins in die Brust, und das war's. Aber Sie wissen, dass Lina den Schaft abgewischt hat.« »Das habe ich damals gesagt, aber ich war klein.« Hippo, warum hat Lina den Schaft abgewischt?« »Ich weiß es nicht«, sagte Hippo ein wenig trotzig. »Nicht, weil sie ihn getötet hatte. Ich kenne meine Schwester, hören Sie? Nicht, dass sie manchmal nicht Lust dazu gehabt hätte, wie wir alle. Das Gegenteil war der Fall. Schließlich war sie es, die Suef daran gehindert hat, ihm die Kehle durchzugossen.« »Also hätte sie den Schaft abgewischt, weil sie dachte, einer von ihnen hätte ihn getötet.« »Oder weil sie einen von ihnen dabei beobachtet hat.« Martin? »Oder Antonin?« »Die waren sechs und vier Jahre alt.« »Oder Sie?« »Nein, wir hatten alle viel zu große Angst vor ihm, um uns so etwas zuzutrauen. Dem waren wir einfach nicht gewachsen.« »Aber immerhin haben Sie den Mund auf ihn gehetzt.« »Dann wäre sein Tod sich schuld gewesen, nicht meine.« »Bestehen Sie den Unterschied?« »Ja.« Emery sagt, Sie wären nicht gerade ein ängstliches Kind gewesen. Er sagt, Sie hätten in der Schule ziemlichen Terror verbreitet, als Sie klein waren.« »Ich habe den Laden ganz schön aufgemischt, ja«, erwiderte Hippolit, der sein breites Lächeln wiedergefunden hatte. »Was sagt er, der Emery?« »Dass ich ein kleiner Saattransporten war, der alle wild terrorisierte?« »So ungefähr.« »Stimmt genau.« »Aber Emery war auch kein Weisensklaube.« »Und er hatte keine Entschuldigung.« »Er war behütet und verwöhnt.« »Ja, und ich kann Ihnen sagen, dass Emery nicht der Letzte war, wenn Sie mich einkreisten, um mich zu verprügeln.« »Nein, Kommissar, ich bedauere nichts.« »Ich musste mich verteidigen.« »Ich brauchte nur meine Hände, gegen sie auszuschrecken, und schon liefen sie schreiend auseinander.« Lina hatte sich inzwischen angezogen. Sie trug ein knappsitzendes Blüschen, das Adamsbergach schauern ließ. Hippolit überließ ihr den Platz und tätschelte ihr den Arm. »Da Lina keinen Dreck zu verbergen hat, überlasse ich sie Ihnen ganz unbesorgt«, sagte Epo im Weggehen. »Riebehef! Eisnimmök! Rienira!« »Das heißt? Aber wehe, Sie krümmen ihr ein Haar«, übersetzte Lina. »Verzeihen Sie, Kommissar, das ist sein Temperament. Er fühlt sich für uns alle verantwortlich. Dabei sind wir so nette Leute. »Wir sind nett.« »Die einfältige Visitenkarte der Vendermos.« »So kindisch, so dumm, dass Adamsberg schon wieder daran glauben wollte.« »Wir sind nett.« »Um was zu verbergen?« »Hätte Emery darauf erwidert.« »Lina, ich stelle Ihnen dieselbe Frage wie Epo. »Als Sie Ihren Vater ermordet aufgefunden haben.« »Warum haben Sie da die Axt abgewischt?« »Um irgendwas zu tun, nehme ich an.« »Aus einem Reflex.« »Sie sind nicht mehr Elflina.« »Sie können sich denken, dass diese Art Antwort nicht mehr genügt.« »Haben Sie die Axt abgewischt, um die Spuren von einem Ihrer Brüder zu löschen?« »Nein.« »Es sind ja nicht der Gedanke gekommen, Epo könnte ihm den Schädel gespalten haben.« »Oder Matar.« »Nein.« »Warum?« »Wir hatten alle viel zu große Angst vor ihm, um in seinem Zimmer zu erscheinen.« »Jedenfalls wagten wir nicht mal hinaufzugehen.« »Das war verboten.« Adamsberg blieb mitten auf dem Weg stehen, wandte sich zu Lina um und strich ihr mit dem Finger über ihre sehr rosige Wange, ohne jede Anzüglichkeit. »Also, wen wollten Sie dann schützen, Lina?« »Den Mörder«, sagte sie plötzlich und hob den Kopf. Ohne, dass ich wusste, wer es war. Ich war gar nicht schockiert, als ich ihn in seinem Blut fand. Ich habe bloß gedacht, endlich hat ihn jemand erschlagen, er wird nie mehr wiederkommen. Und das war eine ungeheure Erleichterung. Ich habe die Fingerabdrücke auf der Axt beseitigt, damit man den Täter nie bestrafen würde. Wer es auch war.« Angelina. Ippo war der Schrecken in der Schule. Er beschützte uns, denn auch meine kleinen Brüder im anderen Schulhof hatten schwer zu leiden. Und als Ippo den Mut fand, seinen Peinigern die Stirn zu bieten, mit seinen Armen verkrüppelten Händen, hat man uns endlich in Ruhe gelassen. »Wir sind nett, aber Ippo hat uns verteidigen müssen. Und heute«, fügte sie düster hinzu, »müssen wir dafür zahlen?« »Mit dieser Geschichte von Ippo dem Teufel und mit Irkans her. Ich kann schon verstehen, dass meine Mutter Angst um uns hat. Ihr Stellvertreter, wüsste der etwas, dass man ihn umbringen wollte?« »Keine Ahnung.« Sie brauchen auch nichts zu suchen. Und Ihre Stimme wurde plötzlich hart. »Nicht ihn hat einer töten wollen.« »Sie!« Ihre Zeit läuft. »Kommissar!« »Machen Sie, dass Sie wegkommen.« »Rennen Sie!« »Nicht zählt den Senior noch seine Soldaten jemals auf.« »Gehen Sie ihm aus dem Weg!« »Glauben Sie mir oder nicht!« »Ich versuche, Ihnen zu helfen!« »Ich muss Morton Buu beschützen«, sagte er. »Morton Buu hat seine Mutter umgebracht.« »Hier ist es nicht wert, dass man sich um ihn bemüht.« »Das ist nicht mein Problem, Lina, das wissen Sie genau.« »Sie verstehen nicht!« »Er wird sterben, was auch immer Sie tun.« »Gehen Sie vor ihr!« »Wann?« »Sofort!« »Ich meine, wann wird er sterben?« »Das entscheidet Erdner!« »Gehen Sie!« »Sie!« »Und Ihre Leute!« »Dangla hat es abgelehnt, die Patiententreilung zu tragen.« »Und saß in seinem Anzug auf dem Bett, so schmutzig er war.« »Ich brauche einen etwas angemesseneren Aufzug«, war Danglas erster Satz.« Dr. Dr. Merlon hatte ihm in groben Zügen berichtet, was vorgefallen war, ohne eine Meinung dazu zu äußern. Und Danglas wusste nicht, wie er sich selbst noch ins Gesicht sehen sollte. Er hatte sich in keiner Weise professionell verhalten. Schlimmer noch. Wie ein Idiot. Er, Danglas? Der überlegene Intellekt. Seine primitive Eifersucht, der brennende Wunsch, Meron zu verwichten, hat nicht dem geringsten Rest Würde und Verstand mehr Raum gelassen. Und ausgerechnet der, den er demütigen wollte, hatte ihn beschützt und beinah sein eigenes Leben unter den Rädern des Zuges gelassen. Das Gesicht des Kommandanten war grau vor Hilflosigkeit. »Schmerzen?« fragte Adamsberg. »Nur, wenn ich den Kopf drehe.« »Schwein, Sie haben nichts davon mitbekommen, dass der Zug über sie hinweg fuhr«, sagte Adamsberg, ohne eine tröstliche Note in der Stimme. »Nein.« »Nein.« »Es ist ärgerlich, so etwas zu erleben, ohne sich an das Geringste zu erinnern, nicht wahr?« versuchte Danglas mit einem Körnchen Ironie. »Nicht das ist ärgerlich.« »Wenn ich wenigstens mehr gesoffen hätte als gewöhnlich.« »Nicht mal das, Danglas.« »Im Gegenteil.« »Sie haben sich bei Emery soweit unter Kontrolle gehabt, dass sie einen halbwegs klaren Kopf behielten für ihre einsame Operation.« Danglas sah zu der gelben Decke hoch und entschied sich, in dieser Position zu verharren. Er war Adamsbergs Blick begegnet und hatte den scharfen Glanz in seinen Pupillen gesehen.« »Veron, der hat den Zug verspürt,« sagte Adamsberg. »Woher wusste er es?« »Wie ich es auch wusste.« »Sie sind ein schlechter Verschwörer, Kommando.« »Die Freude über einen geheimen, aufregenden und hochmütigen Plan war, Ihnen während des ganzen Abendessens vom Gesicht abzulesen.« »Und warum ist Veron aufgeblieben?« »Wann er nachgedacht hat.« »Er hat sich gedacht, wenn etwas Sie derart erregen konnte, etwas, das Sie allein ausführen wollten, es wahrscheinlich eine Sache war, die sich gegen ihn richtete. Zum Beispiel in den Besitz einer neuen Information zu belangen.« »Denn Sie hatten doch eine Nachricht erhalten, Danglas.« »Mit Angabe eines Triffpunkts.« »Ja.« »Wo?« »Wann?« »Ich fand den Zettel in meiner Jackentasche. Der Typ hat ihn mir vermutlich in der Menschenmenge vor Glaiös Haus hineingeschoben.« »Haben Sie ihn aufgehoben?« »Nein.« »Warum nicht?« »Warum nicht?« »Weil ich nicht wollte, dass es herauskommt, dass ich eine Nachricht für mich behalten hatte.« »Was war das für eine Nachricht?« »Ich sollte pünktlich um sechs Uhr fünfzig auf dem Bahnhof von Serené sein. Ich nahm an, der Typ käme aus dem Dorf.« »Glaub ich nicht.« »Was sagt Merlau über das Betäubungsmittel?« »Nach den ersten Ergebnissen habe ich nichts mehr im Körper.« »Er vermutet ein Narkosemittel, das von Veterinärmedizinern verwendet wird und das sich schnell verflüchtigt.« »Kommissar, können wir die Sache irgendwie deizeln?« »Ich meine, können wir es so einrichten, dass die Brigade nichts von meinem Alleingang erfährt?« »Nichts dagegen einzuwenden, was mich betrifft.« »Aber wir sind drei, die darum wissen.« »Nicht mit mir müssen Sie das besprechen, sondern mit Véran.« »Schließlich könnte er versucht sein, sich zu rächen.« »Was verständlich wäre.« »Ja.« »Soll ich ihn herschicken?« »Nicht jetzt.« »Im Grunde«, sagte Adamsberg, während er zur Tür ging, »hatten Sie also gar nicht so Unrecht, als Sie meinten, Sie würden in Ordeberg Ihr Leben aufs Spiel setzen.« »Was den Grund angeht, weshalb man Sie umbringen wollte, Kommandant, da sollten Sie jetzt mal nachdenken. Alle Puzzleteilchen zusammentragen, herausfinden, was der Mörder bei Ihnen gefürchtet hat.« »Nein!« Dann klar schrie es fast, als Adamsberg die Tür öffnete. »Nicht mich, hat er gemeint.« »Nicht mich, hat er gemeint.« »Der Typ hat mich für Sie gehalten.« »Sein Brief begann mit Kommissar.« »Sie wollte er töten.« »Sie sehen nicht aus wie ein Bulle aus Paris.« »Ich schon.« »Als ich zum Haus von Bayou kam, in meinem grauen Anzug, hat der Typ geglaubt, ich wäre der Kommissar.« »Das denkt auch Lina.« »Und ich weiß nicht, warum sie es denkt.« »Ich lasse Sie jetzt allein, Daniela. Wir müssen die Posten um Morton Boos Haus einteilen.« »Sehen Sie, Vera?« »Was er bereits aufgewacht ist.« »Könnten Sie ihm etwas von mir ausrichten?« »Das bestimmt nicht, Daniela. Das müssen Sie schon selber tun.« Die Besonderheiten des Morton Booschen Hauses waren den Posten der gemischten Truppe Rodebeck Paris ausführlich erläutert worden. Das Haus war nicht sehr lang. Keine Ecke würde unbeobachtet bleiben. Es war 14.35 Uhr. Morton Boos ließ seinen massigen Körper auf dem kleinen Plastikstuhl fallen und hörte sich schwitzend die Instruktionen an. Hausarrest bis auf weiteres bei geschlossenen Fensterläden. Er hatte nichts dagegen. Man vereinbarte einen Code, der Morton Boos die Sicherheit geben würde, dass es ein Bulle wäre, der mit Verpflegung und Informationen an seine Tür klopfte. Das Programm war für drei Tage aufgestellt.« »Und nach den drei Tagen?« fragte Morton Boos, der sich wieder und wieder mit den Fingern durch seine lassen Haare fuhr. »Das werden wir dann sehen«, sagte Emery Grob. »Wir würden dich nicht wochenlang in Watte packen, wenn wir den Mörder zu fassen kriegen.« »Aber den kriegt er doch nie«, sagte Morton Boos, einer wimmernd. »Den Senior Elkern fasst man nicht.« »Wenn du daran glaubst, weißt du also auch, warum Elkern dich erwählt hat? Weißt du, warum du Angst vor ihm hast?« »Nein, nein, ich weiß es nicht.« »Willst du nicht erzählen, was mit deiner Mutter passiert ist?« »Nein, nein, ich habe sie nicht angerührt. Sie ist doch meine Mutter.« »Jetzt hast du Zeit zum Nachdenken. Komm ins Reine mit Elkern. Schreib deine Beichte nieder.« Adamsberg ging in der Herberge vorbei, wo er Vérin fand, der aufgewacht, geduscht und umgezogen war, unter dem Tisch vor einer Portion aufgewärmter Nudeln saß, die er gleich aus dem Topf raus. »Wir übernehmen die Wachrunde von drei Uhr morgens bis um neun.« »Meinst du, das geht?« »Absolut. Ich glaube, ich bin wieder fit. Bist du auch ein paar Nudeln?« »Ich esse nicht alles auf«, sagte Vérin und reichte ihm den Topf. Während Adamsberg die lauwarmen Nudeln aß, klingelte sein Telefon. Er klappte es mit einer Hand auf und las die Nachricht von Retancourt. Endlich!« Laut Aussageerlöser 1 gegenüber Major Domus, Haare abgeschnitten, Donnerstag Nacht, drei Uhr. Schocktodesnachricht. Aber laut gefeuerten Zimmermädchen Haare schon abgeschnitten, Donnerstag bei Rückkehr von Gala. Aber Zimmermädchen sehr rachsüchtig, als Zeugin Suspekt. Haue jetzt hier ab, kümmere mich um Auto.« Adamsberg zeigte den Text Vérin. Sein Herz schlug ein bisschen schneller. »Verstehe ich nicht«, sagte Vérin, »ich erklär's dir.« »Ich muss dir auch was erklären«, sagte Vérin und senkte seine langen Winkeln. »Sie sind unterwegs.« Er brach ab und zeichnete die Umrisse von Afrika auf ein Blatt Papier, das als Notizzettel für eine Liste von Einkäufen gedient hatte. »Wann hast du es erfahren?« schrieb Adamsberg. »Mitteilung empfangen vor einer Stunde«, notierte Vérin. »Von wem?« »Einem Freund, von dem dein Sohn die Nummer hat.« »Was ist passiert?« »Sind in Granada auf einen Bullen gestoßen.« »Sind wo?« »In Casares, fünfzehn Kilometer von Estepuna entfernt.« »Liegt wo?« »Gegenüber von Afrika.« »Gehen wir raus«, sagte Adamsberg und stand auf. »Ich habe keinen Hunger mehr.« »Um vier Uhr morgens kam.« »In der Küche und der Toilette.« »Das Mortembo wachte, war nicht verwunderlich.« »Aber die schlaflosen Menschen, die Adamsberg kannte, löschten doch die meisten Lichter.« »Außer in dem Raum, in den sie sich zurückgezogen hatten.« »Es sei denn, Mortembo hatte, gelähmt vor Angst, nicht gewagt, das Haus im Dunkeln zu lassen.« Um fünf Uhr ging er zu Véran hinüber. »Findest du das normal?« fragte er ihn. »Nein.« »Kontrollieren wir?« »Ja.« Adamsberg klopfte in der vereinbarten Weise an die Haustür. »Viermal lang, zweimal kurz, dreimal lang.« Er wiederholte den Code mehrmals. Er hielt jedoch keine Antwort. »Mach auf«, sagte er zu Véran. »Und halt deine Waffe bereit. Bleib draußen, solange ich nach dem Mann suche.« Die entsicherte Waffe in der Hand lief Adamsberg und die Wände gedrückt durch die leeren Zimmer. Kein aufgeschlagenes Buch, kein eingeschalteter Fernseher, kein Mortembo. In der Küche die Überreste einer kalten Mahlzeit, die er nicht die Kraft gehabt hatte, aufzuessen. Adamsberg öffnete die Toilettentür, und der große Körper fiel ihm rücklings vor die Füße. Die Hosen noch heruntergelassen. Das Blut hatte den Fußboden überschwemmt, und in Mortembo's Hals steckte ein langes, dickes Projektil aus Stahl. Der Bolzen, eine Armbrust, wenn Adamsberg sich nicht irrte. Mortembo war seit mindestens drei Stunden tot. Die Glasscheibe der Fensterluke lag zerbrochen auf dem Boden. Der Kommissar lief Véran herein, genau in die Kirle getroffen, während er pinkelte. »Und das in dieser Höhe«, sagte Adamsberg und stellte sich vor das Becken mit dem Gesicht zu dem kleinen Fenster. »Das Projektil ist geradewegs in seinen Hals hinein.« »Scheiße, Jean-Baptiste!« »Die Luke ist durch eine Eisenstange getreilt. Zu beiden Seiten sind nicht mehr als zwanzig Zentimeter Rang. Was ist das für ein Geschoss? Und ein Bogenschütze vorm Fenster? Den hätte Estalère doch gesehen, verdammt!« »Das ist ein Bolzen, ein ziemlich gewaltiger Armbrustbolzen.« Véran pfiff durch die Zähne. Vor Wut oder auch vor Überraschung? »Weiß Gott, eine mittelalterliche Waffe!« »Nicht ganz so, wie es scheint, Louis.« »Nach dem, was aus der Wunde herausragt, wette ich auf einen Jagdbolzen. Sehr modern, leicht, stabil und schussgenau.« Wenn die außerdem mit Nachtvisier ausgestattet war, konnte der Mann aus vierzig Metern sein Ziel nicht verfehlen. Das bedeutet, dass der Mörder im Wald stand, genau am Waldrand. Vollkommen lautloser Schuss. Er konnte ganz gemächlich verschwinden, bevor die Bullen den Schaden überhaupt bemerkten. »Sieh dir diese Scheibe mal genau an, Louis.« »Was ist es, was wir nicht überprüft haben?« Emery trat ins Haus, nur zwei Knöpfe seiner Uniformjacke waren geschlossen. »Tut mir leid, Emery, sagt Adamsberg. Ein Armbrustpfeil des Toilettenfensters, gerade als der Mann pinkeln war.« »Die Fensterluke? Aber die hat eine Stange in der Mitte.« »Das Geschoss ist durch Emery und direkt in seine Kehle hinein.« »Meinst du, dass der Mörder sich für ihr Kern hält?« »Keine Ahnung. Wir wissen nur, dass er ein ausgezeichneter Armbrustschützer ist.« »Haben wir doch zumindest etwas, womit wir was anfangen können.« »Wir sollten uns in den Schützenvereinen umsehen, ihre Mitglieder unter die Lupe nehmen.« Beim ersten Tageslicht fand man sehr schnell den Ort, wo der Mörder gewartet hatte. Er hatte sich, verborgen hinter einer weit ausladenden Eiche, auf einen kleinen Klapphocker gesetzt, dessen Metallfüße sich in den Laubteppich gebohrt hatten. Eine Dreiviertelstunde später ließ Emery einen Pfiff hören und versammelte die Männer wenige Meter vor dem entgegengesetzten Waldrand. »Die Armbrust«, sagte Vera. »Denk ich auch«, sagte Emery. Die Grube war nicht sehr tief, allenfalls dreißig Zentimeter, und die Brigadiers hatten bald eine Plastikhülle freigelegt. »Das ist es«, sagte Blerio. »Der Kerl wollte nicht riskieren, seine Waffe zu beschädigen. Er hat sie hier vergraben, um sie fürs Erste zu schützen. Die Grube muss er vorher ausgehoben haben.« »Wie er auch vorher die Fensterscheibe herausgeschnitten hat.« »Wie aber konnte er ahnen, dass Mortembo sich hier verkriechen würde?« »Es war nicht schwer zu erraten, dass Mortembo nach Glaiels Tod wieder in das Haus seiner Mutter ziehen würde«, meinte Emery. »Sehr schlecht eingegraben«, fügte er auf die Grube weisend, nase rümpfend hinzu, »wie er auch die Axt sehr flüchtig versteckt hat.« »Vielleicht ist er etwas beschränkt«, meinte Verand, »sehr effektiv in der unmittelbaren Aktion, aber unfähig vorauszudenken.« »Oder aber die Waffe gehört jemandem.« »Wie schon die Axt«, sagte Radomsberg, dem sich für Müdigkeit alles im Kopf zu drehen begann. »Zum Beispiel einem der von der Moos. Und der Mörder legt es darauf an, dass man sie findet.« »Sie wissen, was ich von denen halte«, sagte Emery. »Aber ich glaube nicht, dass Ippo eine Armbrust besitzt.« Drei Stunden später machte Radomsberg die Augen auf, vom Lärm einer Fliege ihn geweckt. In diesem ersten Wachenmoment dachte er weder an Mo und Serg und die Gefahr, in der sie schwebten, noch an die Toten des Senieur Aikin, noch an die alte Leo. Er fragte sich nur, warum er geglaubt hatte, dass die Jacke, die Morton Bo in der Zelle trug, blau wäre, obwohl sie noch braun war. Er öffnete die Tür und ging zur Küche, um sich einen Kaffee zu brühen. Danglar sah schon dort, schweigend, das Gesicht über eine Zeitung gebeugt, und Adamsberg begann allmählich ein wenig Mitleid für seinen alten Freund zu empfinden. »Im Ordebeckerkurier schreiben sie, dass die Bullen aus Paris rein gar nichts auf die Reihe bekommen.« »Womit sie nicht Unrecht haben«, sagte Adamsberg, während er kochendes Wasser über das Kaffeepulver goss. »Danglar, welche Farbe hatte die Jacke von Morton Bo, als er in der Gendarmerie war?« »Braun.« »Genau.« »Und ich habe sie blau gesehen.« »Ich meine, als ich später daran dachte, habe ich blau gesagt.« Adamsberg zog ein Päckchen Fotos aus der Tasche, die er vor Danglar ausbreitete. »Die Brüder Clermont Brasseur, wie sie an dem besagten Abend angezogen waren.« »Hier Christian im blauen Nadelstreifen.« »Hier Christoph, im Marinebläser des Yachtbesitzers.« Adamsberg zog sein Mobiltelefon heraus, scrollte sich durch ein paar Bilder, dann reichte er erst Danglar. »Hier das Foto, das Rittancourt geschickt hat.« »Es zeigt den Anzug, den Christian trug, als er in der Nacht nach Hause kam.« Der Anzug wurde nicht in die Reinigung gegeben, wie auch der von seinem Bruder nicht. »Sie hat's überprüft.« »Also muss man's wohl glauben«, sagte Danglar, während er das kleine Bild aufmerksam betrachtete. »Ein blau gestreifter Anzug bei Christian. Sehen Sie es? Nicht braun.« »Nein.« »Christian Clermont«, hat sich umgezogen. »Vergleichen Sie beide mal genau, Danglar, den Anzug, den Christian während des Empfangs trägt, und den, den Rittancourt fotografiert hat. Das heißt, mit dem er in jener Nacht nach Hause gekommen ist.« Adamsberg legte das Foto, das er vom Grafen hatte, und genau daneben die Handyaufnahme vor Danglar hin. »Nun, Danglar?« »Ich sehe es nur, weil Sie es mir sagen. Die beiden Anzüge von Christian sind beinahe identisch, beide vom gleichen blau. Aber es sind in der Tat nicht dieselben.« »Das ist es«, mit der Ute Adamsberg lächelnd, stand auf und begann, mit langen Schritten zwischen Kamin und Tür hin und her zu laufen. »Das ist es. In der Zeit zwischen Mitternacht, als Christian die Gala verlassen hat, erst gegen zwei Uhr morgens, als er nach Hause gekommen ist, muss er sich umgezogen haben. Es ist sehr durchdacht, kaum wahrnehmbar. Und doch ist es da. Der Anzug, den er am nächsten Tag in die Reinigung gegeben hat, ist in der Tat nicht der, den er trug, als er nach Hause kam. Rittancourt hat sich nicht geirrt. Es ist der, den er auf der Gala anhatte.« »Und warum, Pangla?« »Weil er nach Benzin stank«, sagte der Kommandant, mit einem ersten schwachen Lächeln. Und er stank nach Benzin, weil Christian den Mercedes in Brand gesetzt hat, mit seinem darin eingeschlossenen Vater. »Und noch was«, fügte er hin zu, mit der Hand auf den Tisch schlagend, »er hat sich die Haare geschnitten, bevor er nach Hause fuhr, weil, wie das Mo häufig passiert ist, der Gluthauch des Brandes ihm die Haare versenkt hat und die Lücken zu sehen waren.« »Das Foto von Rittancourt wurde nicht in der Nacht selbst aufgenommen«, sagte Dambla, »und nichts beweist, dass sie sich nicht im Anzug geirrt hat.« »Sie sehen so gleich aus.« »Es könnten sich Haare im Auto finden.« »In der Zwischenzeit ist sicher alles gründlich geeinigt worden.« »Nicht unbedingt, Dambla. Es ist verdammt schwer, all die kleinen abgeschnittene Haare wegzukriegen.« »Rittancourt muss den Wagen untersuchen.« »Wie soll sie die Genehmigung dafür erhalten?« »Die kriegt sie nicht.« Dritter beweist Dambla, »der Hund, der Zucker.« Adamsberg suchte die Textnachrichten, die Rittancourt ihm über das so plötzlich entlassene Zimmermädchen geschickt hatte, und gab sie Dambla zu lesen. »Ich verstehe nichts.« »Vorgestern, auf der Landstraße, hatte Blerieu mich gebeten, ich sollte Flemm Silber sein Stück Zucker geben.« Er hatte am Motor des Autos darum gebastelt und erklärte mir, dass Flemm den Zucker verschmähe, wenn seine Hände nach Benzin riechen. »Sehr gut«, meinte Dambla etwas lebhafter. »Darum nämlich ist das Zimmermädchen gefeuert worden.« Christian hat sich umgezogen, sich frisch gemacht, aber seine Hände rochen noch immer nach Benzin. Das ist ein Geruch, der einem Stunden hinterher noch an der Haut klebt, ein Geruch, den ein Hund unfehlbar bemerkt. Das hat Christian sofort begriffen, als das Tier sich von dem Zucker abwandte, den das Zimmermädchen dann vom Boden aufgehoben hat und kritisiert hat. Er musste das belastete Stück loswerden und auch das Zimmermädchen, das er auf der Stelle entlassen hat. »Sie müsste es bezeugen.« »Das?« »Und die Sache mit den abgeschnittenen Haaren. Sie ist auch nicht die einzige, die Christian in jener Nacht gesehen hat. Da sind noch die beiden Beamten, die ihm die Nachricht überbracht haben. Danach hat er sich in seinem Zimmer eingeschlossen. Man müsste mehr wissen über Rétancours Satz »Zimmermilchchen kritisiert Zucker«. Was kritisiert sie darin? »Sie beauftragen Rétancours noch heute Abend damit.« »Wo heute Abend?« »In Paris, Stamblain.« »Sie fahren zurück. Sie informieren Rétancours und brechen lautlos wie ein Schatten wieder auf.« »Nach Ordebeck?« »Nein.« Adamsberg machte sich an den beiden Telefonen zu schaffen und nahm die Batterien heraus. »Sie wollen, dass ich die beiden Jungen suchen gehe? Meinen Sie das?« »Ja.« »Sie werden nicht lange brauchen, sie in Casares ausfindig zu machen. In Afrika dagegen ist das schon eine andere Sache. Wenn die Bullen in Granada auf Sie aufmerksam geworden sind, können Sie durchaus auch in den Küstenstädten nach Ihnen zu Fahnden beginnen. Wir müssen vor Ihnen da sein, dann klar. Sie fahren so schnell Sie können runter und holen Sie zurück.« »Das erscheint mir verfrüht.« »Nein.« »Ich denke, unsere Anklage wird Bestand haben.« »Und wir müssen die Rückkehr der beiden mit etwas Fingerspitzengefühl organisieren.« »Sehr kommt aus Italien zurück, wohin er in irgendeiner Herzensangelegenheit abgetaucht war.« »Und Mo wird in der Wohnung eines Freundes geschnappt werden.« »Der Vater des Freundes wird schwach und denunziert ihn.« »Das wird plausibel klingen.« »Wie erreiche ich Sie?« »Rufen Sie mich in verschlüsselten Worten in der rasenden Hildsau an.« »Wir vereinbaren, dass ich von morgen an jeden Abend dort esse.« »Ich oder Vera?« »Aber es war der andere«, sagte Granada, als er plötzlich seine langen, schlaffen Arme fallen ließ. »Es war Christoph, der den Mercedes fuhr.« Christian hatte die Soiree doch längst verlassen. Sie haben es zu zweit gemacht. Christian ist mit seinem eigenen Wagen sehr viel früher weg, hat ihn in der Nähe des Mercedes geparkt und gewartet, bis sein Bruder herauskam. Er stand bereit mit neun Turnschuhen an den Füßen, die er jedoch wie ein alter Ignorant geschnürt hatte. In dem Moment, wo Christoph sich von Mercedes und dem darin eingeschlossenen Vater entfernte, angeblich um sein Telefon zu suchen, das er in der Tat kurz zuvor auf den Bürgersteig hatte fallen lassen, goss Christian das Benzin um den Wagen aus, legte Feuer und lief schnellstens zu seinem Wagen zurück. Christoph war also weit genug entfernt, als der Mercedes in Flammen aufging. Er rief die Polizei. Er hatte sogar Zeugen, als er los konnte. Indessen führte Christian die Operation zu Ende. Er deponierte die Schuhe bei Mo, die Tür ist marode und lässt sich mit einem Bleistift öffnen, er zog sich um, räumte seinen Anzug in den Kofferraum. Und da bemerkte er, dass ein Teil seiner Haare versenkt ist. Er schert sich den Kopf. Am nächsten Morgen holte er seinen Anzug aus dem Auto und gibt ihn in die Reinigung. Nun braucht er nur noch Mo fertig zu machen. Wann soll ich fahren? Ich denke, jetzt gleich, Danglar. Danglar stellte gerade sein letztes Gepäck in den Kofferraum und einen der beiden Wagen, als er Gerard im Hof bemerkte. Er hatte noch nicht die Kraft oder die Worte und vor allem nicht die Demut gefunden, um auf den Lieutenant zuzugehen. Ich gehe die Jungs suchen, sagte er ein wenig erbärmlich, als er auf seiner Höhe angekommen war. Riskant, meinte Werron. Adamsberg hat das Schnupfloch gefunden, durch das wir zu den Clermonts hinein gelangen. Vielleicht haben wir jetzt beisammen, worauf wir die Anklage gegen die beiden Brüder stützen können. Werrons Augen leuchteten auf. Seine Lippe zog sich über seinem gefährlichen Mädchenlächeln nach oben. »Mein Gott, Werron«, sagte Danglar, die Spannung für einen Moment vergessend, die über dem Gespräch lag. »Ich wollte Adamsberg ja etwas sagen. Es hat zwar nichts mit der Ermittlung zu tun, ist aber trotzdem interessant. Können Sie ihm das ausrichten?« »Sagen Sie.« »Im Krankenhaus habe ich den Schal vom Boden aufgehoben, der Lina von den Schultern gerutscht war. Und wenn es noch so warm ist, sie hüllt sich immer in dieses Stück Stoff.« »Danach habe ich dem Arzt geholfen, den Grafen hinauszubringen, als er umgekippt ist.« »Wir haben ihm den Oberkörper freigemacht.« Er streifte sich mit aller Macht dagegen. »Hier«, sagte Danglar, indem er den Mittelfinger auf sein linkes Schulterblatt legte, »hatte er auf der Haut einen ziemlich hässlichen, violetten Fleck, etwa wie eine Kellerrasse von zwei Zentimetern Länge.« »Ja, und Lina hat den gleichen Fleck.« Die beiden Männer tauschten einen beinahe einverständigen Blick. »Lina Vandermeaux ist Valeries Tochter«, sagte Danglar. »Und da Sie und Ihr Bruder Ippo sich ähneln wie zwei Wassertropfen, beide blond wie ein Flaxfeld, gelähnen Sie zusammen. Die beiden Dunkelhaarigen dagegen, Martin und Antonin, sind sicher vom Vater Vandermeaux.« »Scheiße!« »Und wissen Sie es?« »Der Graf bestimmt. Darum hat er sich so dagegen gewehrt, dass wir ihm das Hemd auszogen. Die Kinder, das weiß ich nicht. Es sieht nicht so aus.« »Ich überlege, was das an den Schachzügen von L.K. ändern könnte.« »Noch keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, Veran.« »Ich überlasse Ihnen die Baustelle«, sagte er ihm die Hand reichend. »Danke«, fügte er hinzu. »Wie eine Kennerasse«, wiederholte Adamsberg nun schon zum zweiten Mal. Er war erst um sieben Uhr abends von der Gendarmerie und danach vom Krankenhaus zurückgekehrt. Veran erwartete ihn am Eingang des Weges zur Herberge. »Das ändert einiges«, meinte Adamsberg, indem er langsam loslief. »Wenn du bedenkst, dass Valerie nicht wollte, dass man ihn auszieht, kannst du mit Sicherheit daraus schließen, dass er weiß, dass dieser Fleck ihn verraten kann. Folglich weiß er, dass die beiden Vandermeer-Kinder von ihm sind.« »Aber die wissen es nicht, Louis. Er hat sich um sie gekümmert, als sie klein waren. Er hat ihrer Erziehung Leohan vertraut. Er hat den jungen Ippo bei sich aufgenommen, als er ihn bedroht wusste. Aber er hat seine Kinder nie anerkannt. Lässt sie vielmehr mit ihrer Mutter dahinvegetieren?« Frosferon hart. »Gangst vor dem Skandal? Sicherung der Erbschaft?« »Ziemlich mieser Typ also, der Graf von Valerie.« »Fandest du ihn sympathisch?« »Sympathisch ist nicht das richtige Wort. Ich fand ihn gerade heraus und sehr entschieden.« »Auch großzügig.« »Er ist doch wohl hinterhältig und feige.« Adamsberg nahm sich eine Zigarette von Veran und setzte seinen langsamen Gang fort. »Die Mutter Vandermeer war im Schloss beschäftigt?« »Nein, aber sie hat etwa fünfzehn Jahre lang in einer Art Schlosshotel in der Umgebung von Ordebeck gearbeitet.« »Sie muss unwiderstehlich gewesen sein, falls sie Linas Busen hatte.« In diesem Schlosshotel also suchte der Graf vermutlich die junge Frau Vandermeer auf. Ergebnis zwei Kinder. Anseiten der Mutter hatte der Graf nichts zu befürchten. Denn so wie man uns den alten Vandermeer beschreibt, hätte er sie dafür umbringen können. Und warum nicht gleich die Kleinen mit?« »In dem Fall würde das alles ändern«, verkündete Adamsberg Veran beim Frühstück. Der Kommissar hatte Kaffee und Brot unter einen der Apfelbäume in den Hof hinausgetragen. »Überleg mal, Louis. Mein Foto ist am Tag nach meiner Ankunft im Ordebecker Kurier erschienen. Der Mörder konnte mich nicht mit Angler verwechseln. Also hat einer sehr wohl ihn auf den Schienen töten wollen, nicht mich. Warum?« »Weil er die Kellerasseln gesehen hatte. Der Mörder will um jeden Preis verhindern, dass man erfährt, wer die Vandermeer-Kinder wirklich sind. Es sei denn, der Graf will sie nun nicht mehr verbergen. Er hat sein ganzes Leben lang gehorcht. Er weiß das. Er will es wiedergutmachen.« »Und wie?« fragte Veran. »Indem er sie in sein Testament aufnimmt.« »Teilung durch drei.« »Den Mut, es vorher zu tun, hat er nicht.« »Anscheinend nicht.« »Du meinst also, wenn Valerie die drei Kinder in sein Testament aufgenommen hat, würde das alles ändern?« »Doch nur, wenn jemand es weiß.« »Jemand weiß es.« Denis de Valéry liebt seinen Stiefvater nicht. Er wird ihn schon seit längerem belauern. Es würde mich wundern, wenn er das Testament seines Vaters nicht kennt. Wenn sein Vater stirbt, steht er vor dem finanziellen und gesellschaftlichen Ruin. Der Vicomte Denis de Valéry, Auktionator in Rouen, wird der Bruder von Bauern und der Stiefsohn eines sittenlosen Grafen. Es sei denn, er beseitigt die Vondermos-Kinder. Der Vicomte sieht die Vondermos zweifellos als etwas sehr Geringes an. Ihr Verschwinden mag ihm sogar legitim erscheinen. Es steht für ihn sehr viel auf dem Spiel. »Stimmt. Und wenn Denis das Testament kennt, verachtet er die Vondermos nicht nur. Er hasst sie. Und doch sind Ippo und Lina nicht tot.« »Ich weiß«, sagte Adamsberg. »Er ist kein Impulsiv-Täter. Er überlegt, er schweicht herum.« Ippo und Lina zu beseitigen, ist gefährlich. Nimm an, jemand weiß um ihre Herkunft. Wenn die beiden Vondermos sterben, wird er automatisch ehrverdächtigt werden. Von Leo zum Beispiel. Sie hat sie behütet, als sie klein waren, und sie verkehrt mit dem Grafen seit siebzig Jahren. Also hat Denis ihr den Schädel eingeschlagen. Und in dem Falle hätte der Mordanschlag nichts mit einer Entdeckung zu tun, die Leo gemacht hätte. »Im Grunde«, meinte Veran, »lauert Denis auf eine günstige Gelegenheit, die ihm erlaubt zu töten, ohne den Verdacht auf sich zu lenken. Und diese Gelegenheit bietet sich ihm geradezu perfekt, als Lina ihre Vision hat.« Denis ermordet also Herbier, Laiu und Mortonbo. Außer bei Herbier tut er es auf traditionelle Weise. Er beachtet mehr oder weniger das Ritual, um die Angst im Volk zu schüren. Er ist durchaus der Typ, der zum handverlesenen Mitgliederkreis eines Clubs von Armbrustschützen zählen könnte. Nicht wahr? »Was wir folglich als erstes überprüfen müssen«, sagte Veran zustimmend. Madame Sperg besaß sich den zerschmetterten Kopf des Vicomtes, die Höhe des Fensters, das niedrige Gitter, die Lage des Körpers, das Erbrochene, das über den Boden gespritzt war. Der Vicomte war in der Tag aus seinem Zimmer herabgeschlürzt. In dem großen Raum war eine Whiskyflasche auf den Teppich gerollt, und drei Tabletten Schachteln lagen geöffnet neben dem Bett. Adams Sperg zog sich in einen etwas abseits stehenden Sessel zurück, während die beiden Mitarbeiter der Spurensicherung das Zimmer in Gesetz nahmen. Denis de Valéry hatte weder die Statur noch den Ausdruck eines unverfrorenen Mörders. Und doch hatte er es getan. Mit dem Gewehr, mit der Axt, mit der Armbrust. Erst in diesem Augenblick begriff Adams Sperg, dass der Fall Ordebeck zum Ende gekommen war. Die Gerichtsmedizinerin würdelte ungeniert an seinem Arm, als sie ihn ansprach. »Pardon«, sagte Adams Sperg, »ich hatte sie nicht kommen sehen.« »Es war kein Unfall«, sagte sie, »die Analysen werden es bestätigen. Aber die Voruntersuchung weist auf die Einnahme einer tödlichen Dosis hin. Wenn er nicht aus dem Fenster gestürzt wäre, wäre er wahrscheinlich daran gestorben. Suizid! Was ist eigentlich passiert?« Er hatte gerade erfahren, dass er erledigt war. »Finanzieller Ruin?« »Nein, die laufende Ermittler.« Er hatte drei Männer umgebracht, um ein Hahn auf einen vierten und die alte Leo und war im Begriff, zwei weitere Personen zu töten. Oder auch vier. Oder fünf. »Ihr?« fragte die Ärztin und blickte zum Fenster. »Das überrascht Sie?« »Mehr als das! Er war ein Mensch, der nie einen hohen Ansatz wagte.« »Wie meinen Sie das?« »So einmal im Monat versuche ich mein Glück im Casino von Deauville. Dort sah ich ihn hin und wieder. Kein vagemutiger Mensch, kein Gewinnertyp, vielmehr ein kleinmütiger, unselbstständiger Spieler. Man kann sich kaum vorstellen, dass er mal selbst eine Idee ausgearbeitet hätte. Und noch weniger einen so grausamen Entschluss. Er lebte nur dank seines Ranges, seines Prestiges, seiner Verbindungen. Das war seine Sicherheit, sein Netz. Und wenn dieses Netz nun zu reißen drohte?« »In dem Fall ist natürlich alles möglich«, sagte die Gerichtsmedizinerin. »Wenn lebensbedrohlicher Alarm ausgelöst wird, reagiert der Mensch unberechenbar.« Adams Berg registrierte diesen Satz, er hätte die Dinge nie so formuliert. Es konnte ihm von Nutzen sein, um den Grafen zu besänftigen. Dramatische Morde, unberechenbarer Selbstmord, nie jemanden in die Enge treiben, so weltgewandt und gesittet er sein mag. Sie alle wussten das. Nur konnte man es auf verschiedene Weise ausdrücken. Den Satz vor sich hinmurmelt, schritt er die große Gewohnheit der Eichentreppe hinab, als sein Telefon in seiner Gesäßtasche vibrierte. Vor der Tür zur Bibliothek blieb er stehen, um Rétancours Mitteilung zu lesen. »Sechs abgeschnittene Haare auf Kopfstütze vorn links, zwei auf Anzug von Gala. Zimmermädchen bestätigt kurzgeschnittenes Haar sowie Garagengeruch am Zucker.« Adamsberg presste seine Finger um das Gerät, von jenem kindischen und aufregenden Gefühl von Macht durchströmt, das er am Abend zuvor während des Gewitters empfunden hatte. Eine ganz elementare, brutale, wilde Freude. Ein Triumph über die Mächtigen. Er atmete zweimal tief durch, strich sich mit der Hand übers Gesicht, um sein Lächeln wegzuwischen, und klopfte an die Flügeltür. Adamsberg hatte Leo besucht, sie auf die Wange geküsst und gesagt, »Ich komme wieder«, und sich von Dr. Merlon verabschiedet. Er war bei den Wondermus vorbeigegangen und hatte in wenigen Worten den Ausgang der Situation dargelegt, ohne das heiße Thema der Valerischen Vaterschaft anzuschneiden. Valeries Zorn begann sich zu legen, aber bei dem Schock, der das Schloss erschütterte, bezweifelte Adamsberg, ob er seinen großmäuligen Entschluss, Griot zu heiraten, aufrechterhalten würde. Schon morgen würden die Medien im Lande haarklein über die Verbrechen des Mikord berichten und der Blutspur, die geradewegs zum Schloss führte, so nahe wie möglich zu kommen suchen. Die Pressekonferenz war für neun Uhr angesetzt, und Adamsberg überließ es Kapitän Emery damit zu glänzen, was ihm im Anbetracht seiner insgesamt wohlwollenden Mitarbeit auch gerecht erschien. Emery hatte darauf bestanden, den Abschluss der Ermittlung zu feiern, indem er ihn mit Veran, Beriot und Faucheur zum Aperitif in sein Empirespeisezimmer bat. Er hatte sein Glas auf die Vernichtung des Feindes erhoben, wobei er bei der Gelegenheit gleich noch an die großen Siege seines Arns erinnerte, Ulm, Austerlitz, Auerstedt, Eckmühl und vor allem Helo, die Liebste seiner Schlachten. Als Davout, auf seiner rechten Flanke angegriffen, Verstärkung durch das Armeekorps des Marschalls Ney erhielt, und der Kaiser, seine Männer antreibend, Mürat zuschrie, »wirst du uns von diesen Leuten verschlingen lassen?« Aufgeräumt und als hätte er gut gespeist, war sich der Kapitän dabei immer wieder mit der Hand über den Bauch gestrichen. Er hatte Lina in ihrer Kanzlei aufgesucht und einen letzten Blick auf das Objekt seiner Begehde geworfen. Er hatte vollgetankt, seine Tasche gepackt und war noch einmal ganz nach oben ins alte Ordebeck hinaufgestiegen. Auf einem warmen, noch von der Sonne beschienenen Mäuerchen sitzend, betrachtete er jede Einzelheit auf Wiesen und Hügeln und rufte darauf, dass eine unbewegte Kuh sich bewegen würde. Er musste, bevor er loshaben konnte, zu Abendessen in der blauen Wildsau, das heißt dann Lars Einruf abwarten, um ihn zu bitten, die beiden jungen Leute nun zurückzubringen. Dazu musste der Kommandant Serg Richtung Italien auf den Weg schicken und Mo bei einem seiner Kumpels absetzen, dessen Vater die Rolle des Denunzianten übernehmen würde. Er brauchte seine Instruktionen nicht mal zu verschlüsseln. Er hatte sie vor Dunglers Abreise mit ihm festgelegt. Er brauchte nur noch das Signal zu geben. Keine einzige Kuh geruhte sich zu bewegen. Und angesichts dieses Misserfolgs hatte Adamsberg das gleiche Gefühl von Unvollständigkeit wie am Morgen. Genauso leicht und genauso klar. Was nicht zu Ende geführt ist, fehlt einen immer wieder. Was aber hatte er denn in Audebeck nicht zu Ende gebracht? Dass die Kühe sich nicht bewegten? Dass Leo endgültig wiederhergestellt war? Oder aber, das war sehr viel gewisser, die Eroberung von Lina, der nicht einmal berührt hatte. Zur Auswertung der zurückliegenden Ereignisse trat die Brigad am folgenden Sonntag zusammen. Adamsberg mochte diese großen Versammlungen nicht sehr, bei denen er Resümieren, Erklären, Weisungen austeilen und Schlussfolgerungen ziehen musste. Seine Aufmerksamkeit sackte beim geringsten Anlass weg, entzog sich den Erfordernissen des Augenblicks, sodass D'Angla sich immer neben ihn setzte, um ihn notfalls in die Wirklichkeit zurückzuholen. Aber D'Angla war zur Stunde in Kurto mit Momo, nachdem er Särk Richtung Rom auf den Weg gebracht hatte, und bereitete vermutlich seine Rückkehr nach Paris vor. Adamsberg rechnete gegen Abend mit ihm. Der Wahrscheinlichkeit halber würde man noch einige Tage warten. Dann würde der Pseudo-Denunciant die Brigade verständigen. Mo würde den Händen des Kommissars wie eine Trophäe übergeben werden. Adamsberg ging in Gedanken noch einmal seine Rolle dabei durch. Dann wurde es still, alle wandten sich jetzt Rittoncourt zu, von der man wusste, dass sie die Hauptrolle in der Affäre Clermont-Brasseur gespielt hatte, ohne dass man einzuleiten konnte. Adamsberg bedeutete es da leer, den Kaffee zu bringen. »Momo wird noch immer gesucht«, begann der Kommissar. »Aber nicht er hat den Mercedes in Brand gesetzt.« Während des langen Berichts von Rittoncourt, der erste Anzug, der zweite Anzug, der Haarschnitt, das Zimmermädchen, der Labrador, der Benzingeruch, teilte Esther Leer den Kaffee aus. Dann ging er mit Milch und Zucker um den Tisch, ganz in seinem Stil, voller Aufmerksamkeit, für die Sonderwünsche jedes Einzelnen. Rittoncourt, merkte die, hob schweigend die Hand zum Zeichen der Ablehnung, als Esther Leer tränkte, weil er fest überzeugt war, dass der Rittoncourt immer Zucker in den Kaffee nahm. Esther Leer beendete seinen Rundgang, während Adamsberg, ohne erkennbaren Grund, erstarrte. Eine Frage von Morell überraschte ihn. Da wurde ihm bewusst, dass Rittoncourt am Ende ihres Berichts angekommen war und er einen Teil davon vergrasst hatte. »Wur ist dann klar?«, wiederholte Morell. »Er ruht sich aus«, sagte Adamsbergrasch. »Er ist unter einen Zug gekommen, keinerlei Verletzung, aber davon erholt man sich nicht so leicht.« »Er ist unter einen Zug gekommen?«, fragte Frosy. »Verrin hat die Geistesgegenwart besessen, ihn zwischen die Schienen zu ziehen.« »Zwanzig Zentimeter zwischen der Oberseite des Körpers und der Unterseite des Zuges«, erläutete Morell. »Er hat nichts gemerkt.« Adamsberg erhob sich etwas unbeholfen, ließ seinen Notizblock auf dem Tisch liegen. »Verrin fährt fort mit dem Bericht über Ordebeck«, sagte er. »Ich komme wieder.« »Ich komme wieder«, als er immer sagte, als wäre es sehr gut möglich wäre, dass er eines Tages nicht wiederkommen würde. Er ging aus dem Raum mit noch etwas wiegenderem Schritt als gewöhnlich und trat auf die Straße. Er wusste, dass er ganz plötzlich versteinert gewesen war, unbeweglich wie eine normanische Kuh, dass er etwa fünf, sechs Minuten der Konferenz gar nicht mitbekommen hatte. Warum, hätte er nichts sagen können, und das herauszufinden, lief er jetzt durch die Straßen. Nicht, dass diese schlagartige Geistesabwesenheit ihn beunruhigt hätte. Schließlich hatte er sie schon öfter erlebt. Er wusste den Grund nicht, aber er kannte die Ursache. Irgendetwas war durch sein Denken geschossen wie der Bolzen einer Armbrust. So schnell, dass er es nicht hatte erfassen können. Und doch hatte es genügt, ihn erstarren zu lassen. Langsam und mit Bedacht lief er durch die Straßen zum Seenufer hinunter, wohin ihn im Fall innerer Erschütterungen seine Schritte immer führten. Nach über einer Stunde herumlaufen, setzte er sich im Schatten auf eine Bank und stützte das Kinn in die Hände. Den Faden des Gesprächs hatte er während Retourcours Rede verloren. Was war in dem Moment geschehen? Nichts. Alle Beamten saßen auf ihren Plätzen, hörten dem Bericht des Leutenants aufmerksam zu. Alle außer einem. Es war leer, war herumgegangen. Der junge Mann war gekränkt gewesen, weil Mercadier den Zucker abgelehnt hatte, den er für gewöhnlich nahm, wobei der Leutenant auf seinen Bauch gedeutet hatte. Mercadier hatte noch eine Geste gemacht, er hatte die Hand zum Zeichen der Ablehnung gehoben. Genau in dem Augenblick war das Geschoss der Armbrust durch seinen Kopf gegangen. Der Zucker! Es war etwas mit diesem verdammten Zucker. Der Kommissar rupf seine Hand und hielt sie vor sich hin, genau wie Mercadier es getan hatte. Er wiederholte die Geste ein Dutzend Mal, sah wieder die offene Wagentür und Blériot vor seinem Auto. Blériot! Auch Blériot hatte es abgelehnt, Zucker in seinen Kaffee zu tun, als Emery ihm welchen angeboten hatte. Er hatte schweigend die Hand gehoben, genau wie Mercadier vorhin. Das war in der Gendarmerie, an dem Tag, an dem sie über Denis de Valéry sprachen. Blériot mit seinen von Zuckerstöckchen prallen Händentaschen, der aber selber keinen in seinen Kaffee tat. Blériot! Adamsberg hielt in seiner Handbewegung inne. Fünfzehn Minuten später stand er ganz langsam auf, um seine erst schwach ausgeformten und nicht recht begriffenen Empfindungen nicht zu verscheuchen, und kehrte zu Fuß nach Hause zurück. Er hatte seine Tasche vom Tage zuvor noch nicht ausgepackt und brachte sie zu seinem Auto. Er wollte kein Geräusch machen, weil er fürchtete lautes Sprechen, kannte seine Gedankenpartikel, die sich gerade mühsam zu einem ganzenformten, stören. So schickte er Denglar auf dem Handy, das Rétancourt ihm gegeben hatte, nur schlicht eine Mitteilung. »Fahrer zurück. Falls nötig, gleicher Ort, gleiche Zeit.« Dann sandte er Lieutenant Véran eine Nachricht. »Kommt zwanzig Uhr dreißig zu Leos Herberge. Bring unbedingt Rétancourt mit. Achtet darauf, dass niemand euch sieht. Kommt über den Waldweg. Bring eine Seilwinde und etwas zu essen mit.« Adamsberg bemühte sich unauffällig, wieder nach Ortbeck hineinzufahren. Er nahm den Waldweg, um zu Leos Haus zu gelangen, öffnete die Tür zu dem Zimmer, das er inzwischen als seines betrachtete. Er ließ seine Gedanken sich verweben, ohne mehr zu versuchen, sie voneinander zu trennen. Er ging noch einmal an den Ausgangspunkt zurück und ließ Bilder und Geräusche von Ortbeck an sich vorüberziehen. Der schöne, zerfressene Gesicht des Seigneur Elkar, Leo, wie sie im Wald auf ihn wartete, die On-Pier-Bonbonniere auf Emerys Tafel, Hippo, der das nasse Kleid seiner Schwester ausschüttete, die Stute, deren Nüstern er gestreichelt hatte, die Salbe auf Antonins tönernen Knochen, das Blut auf der Madonna von Glahieu, Weron, der auf dem Baumsteig zusammengebrochen war, die Kühe und die Kennenasse, die Schlacht von Elo, die Emery ihm schließlich dreimal erzählt hatte, das Zirpen der Grillen bei den Vendermos. Er drehte sich auf den Rücken, legte die Hände unter den Nacken, fixierte die Deckenbalken. Dieser Zucker. Zwei Stunden später stand Adamsberg wieder auf, seine Wangen blühten. Er brauchte nur einen Menschen zu sehen. Hippolit. Er würde bis 19 Uhr warten, mehr Stunde zu der alle Bewohner von Ortbeck zum Aperitif in Küchen und Cafés zusammenhockten. Indem er den Ort von außen umging, könnte er zum Haus der Wondermos gelangen, ohne Gefahr zu laufen, dass ihm jemand begegnete. Auch die Wondermos würden gerade beim Aperitif sein. Er musste Ippos schonend zu seiner Sicht der Dinge hinführen. Ihn bewegen, dass er sich genau an den Ort begab, wo er ihn haben wollte. Ihn so steuern, dass er sich keine Eigenmächtigkeit erlaubte. Ritoncourt saß mit dem Rücken an den erloschenen Kamin gelebt. Ihr blonder Haarschlupf ragte um einiges über die steinerne Ummantelung hinaus. Adamsberg fragte sich, was er ihr in diesem Haus zum Schlafen anbieten konnte, wo alle Betten antik waren, das heißt viel zu kurz für ihre Körpermaße. Sie sah Véran und Adamsberg zu, wie sie Hasenpastete auf ein paar Sandwiches strichen, und ihr Gesichtsausdruck war nahezu heiter. Nach der Abendmahlzeit zeichnete Adamsberg ihnen eine Lageskizze des Ortes auf. Ab Leos-Herberge den Pfad in südöstlicher Richtung einschlagen, dann querfeldein abkürzen, auf den Weg von La Bessonier einbiegen, einen Trampelpfad und von dort zu dem alten Brunnen gelangen. Ein kleiner Fußmarsch von sechs Kilometern. Was Besseres als diesen Brunnen habe ich nicht gefunden. Der Gänsebrunnen. Ich habe ihn entdeckt, als ich mal an der Tug entlang gelaufen bin. »Die Tug, was ist das?« fragte Rétalcourt, immer auf Genauigkeit bedacht. »Der Fluss hier in der Gegend. Der Brunnen liegt schon auf dem Gebiet der Nachbargemeinde. Er wird seit vierzig Jahren nicht mehr benutzt. Der Schacht ist etwa zwölf Meter tief. Es ist leicht und verführt gerade dazu, einen Menschen hineinzustoßen.« »Wenn derjenige sich weit genug über den Brunnenrand beugt,« meinte Véran, »womit ich rechne. Denn der Mörder hat dieses Manöver schon einmal durchgeführt, als er Denis aus dem Fenster stieß. Er weiß, wie man's macht.« »Womit du sagen willst, dass Denis sich nicht das Leben genommen hat,« stellte Véran fest. »Man hat ihn umgebracht. Er ist das vierte Opfer.« »Und nicht das letzte.« »Genau. Wie gehen wir vor? Fünfundzwanzig Meter von dort entfernt steht ein altes landwirtschaftliches Gebäude. Eine von zwei großen Morschen Toren verschlossene Lagerhalle. Dort stehen wir. Näher dran gibt es kein Versteck mehr. Doch Achtung! Die Pool ist ein kräftiger Kerl. Es besteht schon ein großes Risiko. Gefährlich,« sagte Véran, »wir riskieren ein Menschenleben.« »Darum ist Retrancourt hier, Louis.« Sie reagiert schneller und verlässlicher. Sie erwischt den Mann noch, wenn er schon zum Sturz ansetzt. Sie hat auch das Seil für den Notfall.« Véran zündete sich eine Zigarette an und schüttelte den Kopf, ohne Unmut erkennen zu lassen. »Wenn das Ding schief geht,« sagte er, »ist der Mann tot? Und wir mit ihm.« »Es kann nicht schief gehen,«, meinte Retrancourt ruhig ein, »wenn es denn überhaupt dazu kommt.« »Es wird dazu kommen,«, versicherte Adamsberg, »der Kerl hat keine Wahl. Und diesen Mann umzubringen, wird ihn sehr reizen.« Retrancourt war hinter den linken Fügel des Schuppentours postiert, die beiden Männer rechts. Nichts durfte den Start des Detenants hin zum Brunnen aufhalten. Adamsberg hob in der Dunkelheit beide Hände mit den ausgestreckten zehn Fingern. Noch zehn Minuten. Véran trat seine Zigarette auf den Boden aus und drückte sein Auge an einen breiten Spalt im Holz. Der kräftige Lieutenant spannte seine Muskeln in Vorbereitung seines Einsatzes, während Retrancourt, an den Türpfosten gelehnt und trotz der fünfzehn Meter Seil, die sie sich um den Leib gewickelt hatte, den Eindruck von vollkommener Entspanntheit machte. Hippolyte kam als erster und setzte sich auf den Brunnenrand, die Hände in den Taschen. »Stimm mich, der Junge«, murmelte Véran, »und seien er sicher. Er halt den Taubenschlag im Auge. Von da wird Emery kommen.« Drei Minuten später erschien auch der Kapitän. Sehr aufrecht, die Uniformjacke korrekt zugeknöpft, aber mit leicht zögerndem Schritt. Die beiden Männer begannen miteinander zu reden, aber was sie sagten, war vom Schuppen aus nicht zu verstehen. Sie hielten sich weniger als einen Meter voneinander entfernt, misstrauisch, angriffsbereit. Hippolyte sprach mehr als Emery, schnell, mit agressivem Unterton. Adamsberg warf einen besorgten Blick auf Retrancourt, die immer noch an der Toreinfassung lehnte und ihre gelassene Haltung um keinen Fingerbreit verändert hatte. Die Poliz lachen, schallte durch die Nacht, hart, böse. Er gab Emery einen Schlag auf den Rücken, in einer Geste, die nichts Freundschaftliches hatte. Dann beugte er sich über den Brunnenrand, einen Arm ausgestreckt, als wollte er etwas zeigen. Emery erhob die Stimme, rührte etwas wie »Dreckskerl« und beugte sich seinerseits hinunter. »Achtung«, murmelte Adamsberg. Die Bewegung war routinierter und schneller, als er sich vorgestellt hatte. Der Arm des Mannes, der unter den Beinen durchgreift und beide zusammen anhebt, und seine eigene Reaktion langsamer, als er gehofft hatte. Er stürzte mit einer guten Sekunde Verspätung los, mit leichten Rückstand gegenüber Veran. Petancourt war schon am Brunnen, als er noch drei Meter entfernt war. Mit einer Technik, die sie allein beherrschte, hatte sie Emery zu Boden geworfen und sich rücklinks auf ihn gesetzt, hielt seine Arme fest an den Boden gepresst und blockierte gnadenlos den Brustkorb des Mannes, der unter ihrem Gewicht stöhnte. Die Polit stand schnaufend auf, die Finger aufgeschürft von den Steinen, an denen er sich festgeklammert hatte. »Das war knapp«, sagte er. »Du hast nichts riskiert«, sagte Adamsberg und wies auf Getancourt. Er ergriff die Handgelenke des Kapitän, schoss die Handschellen in seinem Rücken, während Veran ihm die Füße zusammenwand. »Und keine falsche Bewegung, Emery! Violette kann dich zertreten wie eine Killerasse!« Schwitzend und mit rasendem Herzschlag rählte Adamsberg Blerios Nummer, während Retancourt aufstand, sich lässig auf den Brunnen setzte und sich in aller Ruhe eine Zigarette anzündete, so als käme sie gerade vom Markt zurück. »Kommen Sie zu uns raus, an den alten Gänsebrunnen, Blerio«, sagte Adamsberg. »Wir haben den Mann gefasst.« »Welchen Mann?«, fragte Blerio, der es beim zehnten Klingeln abgenommen hatte mit schläfriger Stimme. »Den Mörder von Ordebeck.« »Und Valéry?« »Es war nicht Valéry.« »Kommen Sie her, Brigadier.« »Wohin? Nach Paris?« »In Paris, Blerio. Gibt es keinen Gänsebrunnen. Wachen Sie auf!« »Welchen Mann?«, fragte Blerio, sich räuspernd noch einmal. »Welchen Mann?«, fragte Blerio, sich räuspernd noch einmal. »Hemmerie.« »Es tut mir sehr leid, Brigadier.« Und es tat Adamsberg wirklich leid. Emmerie hatte vier Menschen umgebracht. D'Angla auf das Bahngleis gestoßen, Leos Kopf auf die Fliesen geschlagen, die alte Leo, die ihn als kleinen Jungen aus dem zugefrorenen Teich gerettet hatte. Vier vollendete Morde, zwei gescheiterte Versuche, drei weitere Morde in Sicht. Er hatte seinen Plan. Insgesamt sieben Tote, eine schöne Bilanz für einen stolzen Soldaten. Adamsberg setzte sich im Schneidersitz neben ihn. Emmerie, den Blick zum Himmel gewandt, gab sich den Anschein eines Kämpfers, der vom Feind nicht erzittet. »Helo«, sagte Adamsberg zu ihm. »Eine der Schlachten deines Ahns.« »Und eine deiner Liebsten.« »Du kennst ihren Verlauf auswendig. Du erzählst eben davon.« »Elo«, war das Wort, das Leo gesagt hat. »Und nicht.« »Elo«. »Natürlich.« »Elo«. »Flemmen.« »Zucker.« »Dich«, meinte sie damit. »Du begehst den Fehler deines Lebens, Adamsberg«, sagte Emmerie mit dumpfer Stimme. »Wir sind drei, die es bezeugen können.« »Du hast versucht, Ippo in den Brunnen zu stürzen.« »Weil er ein Mörder ist, ein Teufel!« »Ich habe es dir immer gesagt.« »Er hat mich bedroht, ich habe mich verteidigt.« »Er hat dich nicht bedroht?« »Er hat dir gesagt, er wisse, dass du schuldig bist.« »Ich habe ihm nämlich seine Rolle vorgeschrieben.« »Er sollte dir melden, dass er einen menschlichen Körper im Brunnen gesehen habe, und dich bitten, hinzukommen, um es zu bestätigen.« »Du warst verunruhigt.« »Warum eine Verabredung in der Nacht?« »Was erzählte Ippo da von einem Körper im Brunnen?« »Du bist erkommen.« »Ja. Und? »Wenn da eine Leiche war, war es meine Pflicht, mich hinzubegeben, egal zu welcher Zeit.« »Aber da war keine Leiche.« »Da war noch Ippo, der dich beschuldigte.« »Kein Beweis«, sagte Emery. »Genau, von Anfang an keinerlei Beweis, keinerlei Indies. Weder bei Abier, noch bei Gleichö, auch nicht bei Leo, Mortembeau, Danglar, Valerie.« »Sechs Opfer, vier Tote und nicht eine Spur.« »Was kommt Söten vor?« »Ein Mörder, der vorübergeht wie ein Gespenst.« »Oder wie ein Bulle.« »Denn wer könnte besser als ein Bulle alle Spuren löschen?« »Du übernahmst den technischen Teil, du warst es, der mir die Resultate brachte.« »Bilanz?« »Wir hatten nichts.« »Nicht eine Fußspur, nicht ein Indiz.« »Es gibt kein Indiz, Adamsberg.« »Ich vertraue darauf, dass du alles beseitigt hast.« »Aber da ist noch der Zucker.« Berio parkte sein Auto beim Taubenschlag und kam mit einer Taschenlampe am Rand, seinen dicken Bauch vor sich her schieben. Er sah seinen am Boden gefesselten Kapitän, brach einen entgeisterten und empörten Blick auf Adamsberg, hielt sich aber zurück. Er wusste nicht, ob er eingreifen, ob er etwas sagen sollte. Er wusste nicht mehr, wo Freund, wo Feind war. »Brigadier«, sagte Adamsberg und sah auf. »Sie süßen Ihren Kaffee nicht.« »Sodass die Zuckervorräte, die Sie bei sich tragen, für den Kapitän waren.« »Stimmt's?« »Und nicht für Sie.« »Ich habe immer welchen bei mir,« sagte Berio knapp. »Um ihm welchen zu geben, wenn er eine Krise hat?« »Wenn ihm die Beine den Dienst versagen, wenn er anfängt zu schwitzen und zu zittern?« »Darüber darf man nicht reden.« »Warum sind Sie es, der die Vorräte mit sich herumschleppt?« »Weil es seine Taschen ausbeult, weil er sich schämt?« »Beides, Kommissar.« »Darüber darf man nicht reden.« »Müssen diese Zuckerstückchen eingewickelt sein?« »Aus Gründen der Hygiene, Kommissar.« »Manchmal habe ich sie wochenlang in meinen Taschen, ohne dass er eins nimmt.« »Ihre Zuckerpapierchen, Berio, sind die gleichen wie die, die ich auf dem Weg von Bonneval aufgelesen habe, vor dem umgefallenen Baumstamm.« »Dort hat Emery eine Krise gehabt.« »Dort hat er sich hingesetzt und sechs Stück Zucker gegessen.« »Dort hat er die Papierchen zurückgelassen.« »Dort hat Leo sie gefunden.« »Nach dem Mord an R.B.« »Denn zehn Tage vorher lagen sie noch nicht da.« Leo weiß alles. Leo assoziiert die Dinge. Leo weiß, dass Emery manchmal mehrere Stückchen Zucker hintereinander essen muss, um wieder ins Lot zu kommen. Was tat Emery auf dem Weg von Bonneval? Das ist die Frage, die sie ihm gestellt hat.« Dann ist er zu ihr gekommen und hat er geantwortet. Das heißt, er hat sie niedergeschlagen. »Unmöglich! Der Kapitän hat nie Zucker bei sich. Er fragt immer mich danach.« Aber an dem Abend in Rio ging er allein zur Kapelle, da hat er welchen mitgenommen. Er kennt sein Problem. Eine starke Erregung, ein plötzlicher Energieverbrauch, die können eine Unterzuckerung auslösen. Er konnte ja nicht riskieren, ohnmächtig zu werden, nachdem er Erbier ermordet hatte. Wie reißt er das Papier auf? Wir haben alle unsere Macken mit solchen Papieren. Sie zum Beispiel machen ein sehr festes kleines Kügelchen daraus, das sie in ihre vordere Jackentasche stecken, um es nicht auf die Erde zu werfen. Und er? Er reißt es in der Mitte auf, öffnet es zu drei Vierteln. Und danach? Er lässt es so. »Ganz genau.« »Ganz genau.« »Bleriot.« Und bestimmt wusste Leo das auch. Adamsberg hatte, sobald sie im Befragungsraum angekommen waren, Emelie die Handstellen abgenommen und auf die Stricke gelöst. Er hatte Kommandant Bourlan in Lesieux benachrichtigt. Leriot war zu Leos Keller geschickt worden, um die Zuckerpapiere zu holen. »Nicht sehr klug, ihm die Hände frei zu lassen?« Ermerkte Rittoncourt im beiläufigsten Ton der Welt. »Denken Sie an die Flucht von Mo. Mir nichts, dir nichts, hat ein Beschuldigter das Weite gesucht.« Adamsberg begegnete Rittoncours Blick und fand in ihm wieder jenen Ausdruck von provokanter Ironie. Rittoncourt hatte Mumus Flucht durchschaut, wie d'Angla, und sie hatte kein Wort gesagt. »Aber heute sind Sie ja hier, Rittoncourt«, erwiderte Adamsberg mit einem Lächeln, »also riskieren wir nichts.« »Wir warten auf Bourlan«, sagte er, sich zu Emery umwendend. »Ich bin nicht befugt, dich in dieser Gendarmerie zu befragen, wo du noch beamtet bist. Dieser Posten hat keinen Leiter mehr, Bourlan wird dich nach Lesieux überstellen.« »Use besser, Adamsberg. Bourlan wenigstens folgt dem Prinzip der Faktizität. Deine Meinung findet doch nirgendwo Glaubwürdigkeit.« »Ich hoffe, das weißt du.« »Und hast du darum so sehr darauf bestanden, dass ich nach Audebeck komme? Oder weil du dir gedacht hast, dass ich konzilianter wäre als dein Kollege aus Lesieux?« »Na klar. Es war meine Ermittlung, und ich hatte nicht vor, sie mir von einem fehligen Bullen wegnehmen zu lassen. Alles, was du gemacht hast, war, mich daran zu hindern, diesen Scheißteil von Ippo festzunehmen. Und warum schützt du ihn? Weißt du das wenigstens? Damit niemand seine Schwester anrührt. Alles, was du in Audebeck getan hast, war, ihre Brust anzustarren, ganz davon abgesehen, dass auch noch die Polizeiaufsichtsbehörde ihre Leute zu einer Razzia hergeschickt hat. Dachtest du, ich hätte das nicht gewusst? Was hast du überhaupt hier gemacht, Adamsberg?« »Ich habe Zuckerpapiere aufgesammelt.« Emery machte den Mund auf, holte Luft, und schwieg. Adamsberg glaubte zu wissen, was er beinahe gesagt hätte. »Armer Idiot, die werden dir nichts nützen, deine Zuckerpapiere.« »Also gut. Er würde auch hier keine Fingerabdrücke finden.« »Du vergisst eins, Emery. Der, der versucht hat, Danglar zu töten, hat auch die anderen umgebracht.« »Natürlich.« »Ein kräftiger Mann, der sich als guter Läufer erwiesen hat.« »Du hast gesagt wie ich, dass Denis de Valéry die Morde begangen hat, und dass er es auch war, der Danglar zu dem Treffen ins Serenay bestellt hat.« »So steht es in deinem ersten Bericht.« »Natürlich.« »Und dass er sich das Leben genommen hat, nachdem der Sekretär des Klubs ihn darüber informiert hatte, dass eine Ermittlung im Gange sei.« »Kein Klub. Die Compagnie de la Marche.« »Wie du willst, das beeindruckt mich nicht.« »Mein Vorfall wurde einberufen, während deiner napoleonischen Kriege, und er ist darin umgekommen, mit zwanzig Jahren, falls dich das interessiert.« »In Hilo, damit du verstehst, warum dieser Name mir im Gedächtnis geblieben ist.« »Mit beiden Beinen im Schlamm.« »Härend dein Ahn in der Siegesparade marschierte.« »Familien, Schicksal!« Emery lächelte, gerade aufgerichtet denn je, und legte lässig einen Arm über die Rückenlehne seines Stuhls. »Du wirst auch nicht mehr Glück haben als dein Vorfahr, Adamsberg. Du steckst schon bis zu den Schenkeln im Schlamm.« »Dennoch, Emery.« »Warum hätte Denis Danglar töten sollen?« »Du selbst hast es mir erklärt.« »Weil Danglar die Wahrheit über die Vendermontkinder wusste.« »Was ich zunächst angenommen hatte.« »Ich habe Danglar angerufen.« Er hat mit niemandem darüber geredet, außer mit Firao. Der Mann, der ihm den Zettel in die Tasche geschoben hat, hat sich sehr kurze Zeit nach dem Unwohlsein des Grafen im Krankenhaus getan. Die Einzigen, die beobachten konnten, wie Danglar den Schal wieder über Linas Schultern gelegt hat, wie Danglar den Rücken des Grafen entblößt hat, wie Danglar auf diesen lila Fleck gestarrt und sich darüber gewundert hat, waren also der alte Valerie, Dr. Melon, Dr. Elbeau, Lina und du.« »Denis de Valery also konnte nicht wissen, dass Danglar die Existenz seiner Geschwister entdeckt hatte.« »Er hatte folglich keinen Grund, ihn unter den Schnellzucker in Paris zu stoßen.« »Du hingegen wohl.« »Du allein hast es gesehen.« »Hast begriffen.« »Du allein hast die Nachricht in Danglars Tasche schmuggeln können.« »Wahrscheinlich ja sogar noch in dem Moment, als er Glaiös Haus betreten hat.« »Und was sollte es mich interessieren, dass der Graf diese Satansbrot gezeugt hat? Ich bin schließlich kein Valeriesohn. Find nur einen einzigen Bezug zwischen mir und dem Tod all dieser armen Teufel. Das ist einfach Emery. Das Grauen. Du warst zeitlebens eingeschüchtert und gekränkt vom Glanz deines Ahns, den du nicht hattest. Zu deinem Unglück hat man dir auch noch seinen Vornamen gegeben.« »Das Grauen«, sagte Emery und breitete die Hände aus. »Und wovor, mein Gott?« »Vor Hippolyte Vandermeaux, der in deinen Augen für all deine Machtlosigkeiten verantwortlich ist.« »Und das seit 32 Jahren.« »Die Aussicht so zu enden wie Regis.« »Verfolg dich.« »Du musstest den zerstören, der dich als Kind verdammt hatte.« »Von dieser Verdammung bist du überzeugt.« Seitdem ist alles für dich immer schlimmer geworden, deine schulischen Misserfolge, dein beruflicher Ärger in Valence, in Lyon deine Frau, die dich verlassen hat, deine Angst, deine Verzagtheit, deine Schwindelanfälle. Du bist kein Marschall geworden, wie dein Vater gewollt hätte, du bist nicht mal Soldat. Und dieses Fiasko auf breiter Front ist in deinen Augen ein Drama. Hippo ist die Quelle all deines Übels, deines bösen Geschicks. Und er jagt dir immer noch Angst ein. Bleib vernünftig, Adamsberg. Wer würde diesen degenerierten Kerl fürchten, der verkehrt herumspricht? Glaubst du, man muss degeneriert sein, um die Buchstaben umkehren zu können? Natürlich nicht. Du bist ein Mensch der wahren Vorstellungen. »In diesem Fall«, sagte Emery und warf sich wieder einmal in den Stuhl zurück, »hätte es doch genügt, nur einfach Hippo zu töten.« »Gewes?« »Aber was du mehr als alles fürchtest, ist für seinen Tod verantwortlich gemacht zu werden. Du brauchst ein Alibi, um dich vollkommen sicher zu fühlen. Ein Alibi und einen Schulding. Du brauchst eine geschickte Strategie.« »Wie in Elot.« »Die wohldurchdachte Strategie, mit der allein man, wie der Kaiser, eine zweifache Übermacht besiegen kann.« »Hippolyte Vendermeaux ist wohl zehnmal stärker als du. Darum hast du Denis aufgesucht. Ich sollte bei ihm gewesen sein?« »Vor einem Jahr warst du beim Grafen zu einem Diner mit einigen Honorationen geladen.« »Brunter Dr. Merlin, dem Vicord Denis natürlich und anderen.« »Dabei hatte der Graf einen Schwächeanfall, du hast ihn mit Hilfe des Doktors zu seinem Zimmer begleitet.« Merlin hat mir das erzählt. »Ich vermute, an dem Abend hast du Kenntnis von dem Testament erhalten.« Emery lachte auf. Es war ein echtes Lachen. »Warst du dabei, Adamsberg?« »Sozusagen.« Ich habe es mir vom Grafen bestätigen lassen. Er hat geglaubt, er würde sterben. Da hat er dich dringlich um sein Testament gebeten und dir den Schlüssel zum Safe gegeben. Er wollte, bevor er starb, seine beiden Kinder von der Moderin aufnehmen. Also hat er mühsam ein paar Zeilen aufs Papier gebracht und dich gebeten, gegenzuzeichnen. Er verließ sich auf deine Diskretion. Du warst Kapitän. Du warst ein Ehrenmann. Aber natürlich hast du diese Zeilen gelesen. Und es hat dich überhaupt nicht verwundert, dass der Graf solche Ungeheuer wie Ipo und China in die Welt gesetzt hat.« »Einige Zeit später sprichst du mit Valeries Sohn.« »Ich hatte nie eine Beziehung zu dem Likort, das weiß jeder.« »Aber du kannst ihm jederzeit einen Besuch abstatten.« Emery. »In deiner Eigenschaft als Chef der Gendarmerie.« »Du hast dir nie die Wahrheit eröffnet, ihm von diesen paar Zeilen erzählt, die sein Vater dem Testament hinzugefügt hat. Du hast ihn in seinen Abgrund blicken lassen. Er ist ein schwacher Mensch, und das weißt du. Aber einer wie der Vikort entschließt sich nicht so mit einem Schlag. Du hast ihm Bedenkzeit gegeben, hast ihn grübeln lassen. Dann hast du ihn wieder aufgesucht, um ihn unter Druck zu setzen, ihn zu überzeugen und ihm dieses Angebot zu machen. Du kannst ihn von den Bastarderben befreien, unter der Bedingung, dass er dir ein Alibi liefert. Der Handel zwischen euch beiden wird abgeschlossen. Du wartest auf die Gelegenheit. Du hast immer noch nicht auf meine Frage geantwortet, was konnte mich das interessieren, dass der Graf diese Kreaturen gezeugt hat, und das dann klar es wusste. »Gar nicht. Auf die Kreaturen selber kam es dir an. Doch wenn ihre Herkunft bekannt geworden wäre, hättest du die Unterstützung durch deinen komplizenden Gernie verloren, der keinerlei Vorteil mehr davon gehabt hätte, wenn er dich deckte. Das heißt, du hättest dein Alibi verloren. Darum hast du dann klar auf die Schienen geworfen.« In dem Augenblick betrat Kommandant Boulon den Raum, begrüßte knapp Kommissar Adamsberg, den er nicht sonderlich schätzte. »Was wird ihm zur Last gelegt?« »Vier Morde, zwei Mordversuche, zwei Mordabsichten.« »Absichten zählen nicht.« »Die Unterlagen, auf die Sie sich dabei stützen?« »Morgen um zehn haben Sie meinen Bericht. An Ihnen ist es dann zu entscheiden, ob Sie die Sache dem Richter vorlegen oder nicht.« »Das erscheint mir korrekt.« »Folgen Sie mir, Kapitän Emery.« »Sie wollen es mir bitte nicht verübeln, ich weiß kein Wort von der Geschichte. Aber Adamsberg leitet die Ermittlung. Ich bin verpflichtet, Ihnen zu folgen.« »Wir werden nur wenige Stunden miteinander verbringen, Commodore«, sagte Emery und stand feierlich auf. »Es gibt keine Beweise. Er spinnt.« »Ein letztes, Emery.« »Die perfekte Gelegenheit, die hat dir, ohne es zu wissen, Lina, geliefert.« »Als sie das wütende Heer gesehen hat und ganz Ornebeck es erfuhr.« »Sie selbst hat dir den Weg gewiesen, wie ein Wink des Schicksals. Du brauchtest ihre Vorhersage nur noch in die Tat umzusetzen, die drei Ergriffenen zu töten und so die Leute gegen die Vondermos aufzuhetzen. Danach wolltest du Lina und ihren verfluchten Bruder umbringen. Man hätte in der Stadt zwangsläufig nach einem Wahnsinnigen gesucht, dem das Heer solches Entsetzen bereitet, dass er entschlossen gewesen wäre, seinen Fährmann zu beseitigen. »Denis hat sich fast ebenso schuldig gemacht wie du,« fuhr Adamsberg in einer Ruhe fort. »Er wusste, dass du die Ergriffenen umgebracht hattest, um den Tod der Vondermos vorzubereiten.« »Du bist zu ihm gegangen, hast auf ihn eingeredet, um seine Befürchtungen zu beschwichtigen, hast ihn bewusst losgeschlagen, dein berühmter Hieb auf die Halsschlappader, hast ihm Alkohol und Tabletten eingetrichtert. Doch was nicht vorauszusehen war, denis richtet sich plötzlich auf, um sich zu übergeben, stürzt zum geöffneten Fenster. Da war das Gewitter, erinnerst du dich?« »Augenblick der Entfesselung aller Gewalten. Du brauchst nur, seine Beine anzuheben, und er gibt raus.« »Denis würde der Morde beschuldigt werden, die ihn nun in den Selbstmord getrieben hatten.« »Perfekt. Zwar brachte das deinen Plan durcheinander, aber letztlich nicht allzu sehr. Nach diesen vier Todesfällen, und selbst wenn es jetzt eine rationale Erklärung für sie gab, würde halb Ordebeck weiterhin der Meinung sein, dass die eigentliche Ursache das Heer wäre.« »Ein ganz schönes Gemetzel für einen einzigen Menschen«, meinte Emery und strick seine Jacke glatt. »Sicher, Emery. »Aber du kannst ruhig hinzufügen, dass dieses Gemetzel dir außerordentlich gefiel. Gallieu und Montembeau hatten dich beide verhöhnt, gedemütigt und waren die entkommen. Du hast sie zutiefst gehasst. Erbier ebenso, den du nie zu fassen bekamst. Alles böse Menschen, und du beseitigtest die bösen Menschen. Hippo als Letzen. Aber vor allem, Emery, glaubst du vehement an das Heer. Der Seigneur Elquin, seine Gehilfen Hippo und Lina, sein Opfer Regis, das alles ergibt für dich einen Sinn. Und indem du die Ergriffenen tötest, erwartst du dir im gleichen Zuge die Gnade des Seigneurs. Was nicht wenig ist. Denn du fürchtetest, das vierte Opfer zu sein. Diesen vierten Mann, diesen ungenannten, mochtest du nie erwähnen. Weshalb ich vermute, dass du vor langer Zeit schon einmal jemanden umgebracht hast. Wie Gallieu, wie Montembeau. Das allerdings bleibt dein Geheimnis. Lina war nicht zur Arbeit gegangen. Das Regelwerk im Hause von der Moe war erschüttert durch die Nachricht von der Verhaftung des Kapitän Emery, des Verträgers der Ordnungskräfte. Etwa wie wenn die Kirche von Ordebeck sich auf ihr Dach gedreht hätte. Nach Lektüre von Adamsbergs Bericht, der zu großen Teilen von Veran verfasst worden war, hatte Kommandant Boulin sich entschieden, den Richter zu informieren, der die Untersuchungshaft angeordnet hatte. Jedermann in Ordebeck wusste inzwischen, dass Louis Nicolas Emery in Lisieux einsaß. Aber vor allem hatte der Graf der Familie Van der Moe ein feierliches Schreiben überbringen lassen, in welchem er sie über die wahre Herkunft von Hippolit und Lina informierte. Es erschien ihm weniger entwürdigend, hatte er Adamsberg erklärt, wenn die Kinder es vorher von ihm erfuhren, und nicht hinterher durch das Gerücht, das wie immer schnell kursieren und verletzen würde. Auf seinem Rückweg vom Schloss fand Adamsberg sie, obwohl es schon auf Mittag zuging, im Esszimmer versammelt. Ohne einen von ihnen zu grüßen, ging Adamsberg zunächst zur Mutter und legte ihr seinen Blumenstrauß auf die Knie. Dann wandte er sich zu Matan um. »Würdest du uns einen Kaffee machen?« Diese Bemerkung und der Übergang zum Du schien die Aufmerksamkeit der Familie wieder auf einen Punkt zu konzentrieren. »Eure Mutter hat Angst um euch gehabt,« begann Adamsberg, »und sie hatte hundertmal recht.« Er sah, wie die Blicke sich senkten. Alle neigten den Kopf wie zu einer kirchlichen Andacht. »Der Graf hat sie davor bewahrt, wahnsinnig zu werden,« sagte Adamsberg aufs Gerate wohl. »Keiner von euch kann ermessen, was für eine Hülle hier leben war. Malerie hat euch alle beschützt, das verdankt ihr ihm. Er hat verhindert, dass Ippo eine Kugel abgekriegt hat, wie der Hund. Auch das verdankt ihr ihm. Mit seiner Hilfe hat sie euch alle in Sicherheit gebracht. Allein hätte sie das nicht vermocht. Sie hat getan, was sie als Mutter tun musste. Das ist alles.« Adamsberg war sich dessen, was er da sagte, durchaus nicht sicher. Er wusste nicht, ob die Mutter wahnsinnig geworden wäre oder nicht, ob der Vater tatsächlich auf Ippolit geschossen hätte, doch es war nicht der Augenblick, die Dinge feiner zu rastern. »Warum sagen Sie, dass meine Mutter recht hatte, wenn sie Angst hatte?« fragte Antona. »Nicht uns hat Emery umgebracht.« Aber euch hat er bald getötet. Das war sein eigentliches Ziel. Ippo und Lina zu ermorden und die Verantwortung dafür, auf irgendeinen Menschen in Ordebeck abzuwälzen, der durch die Toten des wütenden Heers vor Angst wahnsinnig geworden wäre. »Die Zeit der Angst ist vorbei«, sagte Adamsberg mit Nachdruck. »Vorbei ist auch der Fluch, der auf der Worm der Mose belag. So wird die Schlechterei wenigstens ein Gutes gehabt haben. Man wird nun wissen, dass keiner von euch der Urheber war, sondern dass ihr die Opfer gewesen seid.« Adamsberg blieb noch eine Stunde, bevor er sich, mit einem letzten Blick auf Lina, verabschiedete. Im Hinausgehen fasste er die Mutter bei den Schultern und bat sie, ihn bis auf den Weg hinaus zu begleiten. Verschüchtert legte die kleine Frau die Blumen hin und griff nach einer Waschschüssel, erklärte, dass sie bei der Gelegenheit gleich die Wäsche abnehmen könnte. »Herr Blie soll ihren Mann getötet haben«, sagte er leise. »Wie denken Sie darüber?« »Das ist gut«, murmelte die kleine Frau, »aber es stimmt nicht.« »Sie haben ihn getötet.« Die Mutter ließ ihre Wäscheklammer fallen und fasste mit beiden Händen die Leine. »Wir sind die beiden einzigen, die es wissen, Madame Vendelmo. Die Tat ist verjährt, und keiner wird je darüber reden.« »Sie haben keine Wahl gehabt, entweder Sie oder die beiden. Ich meine, die beiden Kinder von Valerie.« Er hätte sie umgebracht. »Sie haben Sie auf die einzig mögliche Weise gerettet.« »Wie haben Sie das herausbekommen?« »In Wahrheit sind wir drei, die es wissen, Sie, ich und der Graf.« »Wenn die Sache verhindert werden konnte, dann, weil der Graf interveniert hat.« Er hat es mir heute Morgen bestätigt. Vendelmo wollte die Kleinen umbringen. Er wusste es. »Von wem?« »Von niemandem.« Er war ins Schloss gefahren, Balkenmaterial ausliefern, und Valerie half ihm beim Entladen. Der Graf ist an einem der Greifer vom Bagger hängen geblieben und hat sich sein Hemd der Länge nach aufgerissen. Da hat von der Mo seinen Rücken gesehen. Und er hat das Zeichen gesehen. »Aber noch jemand weiß es. Wenn auch nur halb.« Die Frau sah Adamsberg erschrocken an. »Lina«, fuhr er fort, »sie hat als kleines Mädchen mit angesehen, wie sie ihn erschlagen haben. Darum hat sie den Stiel von der Axt abgewischt. Danach hat sie alles auslöschen, alles im Vergessen versenken wollen, und hat unmittelbar darauf jene erste Krise bekommen.« »Was für eine Krise!« Ihre erste Vision des wütenden Heers. Sie hat von der Mo gesehen. Er war einer der Ergriffenen. Damit wurde der Senior Elkarr für das Verbrechen verantwortlich. Sie waren es nicht mehr. Und diesen Wahn hat sie weiter gepflegt. Man muss sie von diesem Albtraum befreien. Das kann man nicht. Das sind Dinge, die stärker sind als wir. Sie können es vielleicht, indem Sie ihr die Wahrheit sagen. »Niemals«, sagte die kleine Frau und klammerte sich erneut an die Wäscheleine. »In einer Furche ihres Herrnes ahnt Lina es schon. Und wenn Lina es ahnt, dann auch ihre Brüder. Es würde ihnen helfen, wenn sie wüssten, dass sie es getan haben. Und warum?« »Niemals.« »Entscheiden Sie, Madame Vanderveau. Denken Sie nach. Antonins tönerne Knochen werden sich festigen. Matin wird aufhören, all dieses Viehzeug zu essen. Lina wird sich befreit fühlen. Denken Sie noch. Sie sind die Mutter.« Werra und Tanglar führten Mo in Handschellen und ziemlich unsanft in Adamsbergs Büro und setzten ihn gewaltsam auf den Stuhl. Adamsberg empfand echte Freude, ihn wiederzusehen. In Wahrheit eine etwas selbstherrliche Genugtuung bei dem Gedanken, dass es ihm gelungen war, in dem Scheiterhaufen zu entreißen. Zu beiden Seiten von Mo postiert, spielten Wirra und Tanglar perfekt ihre Rolle, die Gesichter eisern und konzentriert. Adamsberg zwinkerte Mo unmerklich zu. »Du siehst, Mo, wie so ein Ausbruch endet. Wie haben Sie mich gefunden?« fragte der junge Mann in halbherzig-aggressivem Ton. »Früher oder später wärst du uns in die Hände gefallen. Wir hatten dein Adressbuch. »Ist mir scheißegal«, sagte Mo. »Ich hatte ein Recht darauf. Ich musste fliehen. Ich habe diese Karre nicht angezündet.« »Das weiß ich«, sagte Adamsberg. Mo nahm einen mäßig erstaunten Ausdruck an. »Die beiden Söhne von Clermont-Brasseur haben das selbst übernommen. In diesem Augenblick, wo ich mit dir rede, werden sie des vorsätzlichen Mordes angeklagt.« »Seine Söhne«, Mo tat entrüstet, »seine eigenen Söhne haben ihn abgefackelt und die Sache so arrangiert, dass man dich dafür anklagen würde, mit deinen Turnschuhen, nach deiner Methode.« Nur, dass Christian Clermont nicht wusste, wie man die Schuhe zuschnürt. »Und der Gluthauch, die mein paar Haarsträhnen versenkt hat. Das tut er fast jedes Mal.« Mo warnte den Kopf nach rechts, nach links, wie einer dem plötzlich bewusst wird, dass die Dinge eine Wendung genommen haben. »Also bin ich frei.« »Glaubst du«, sagte Adamsberg hart, »hast du vergessen, auf welche Weise du hier herausgekommen bist. Bedrohung eines Polizeibeamten mit der Waffe in der Hand, Anwendung von Gewalt und Ausbruch aus Polizeigewahrsam. Aber ich musste es tun«, wiederholte Mo. »Zwei Jahre«, schätzte Adamsberg. »In Anbetracht der außergewöhnlichen Umstände und des erlittenen Schadens. Bei guter Führung könntest du nach acht Monaten rauskommen.« »Acht Monate!« »Scheiße«, sagte Mo, diesmal beinahe ehrlich. »Du solltest mir wohl eher danken, dass ich die Brandstifter gefunden habe. Und dabei hatte ich keinen Grund, dich besonders zu mögen. Ein Kommissar, der einen Beschuldigten entwischen lässt. Weißt du, was der riskiert? Ist mir doch egal.« »Das ist mir klar«, sagte Adamsberg und stand auf. »Führen Sie ihn ab!« Nach dem gleichen Verfahren wie beim ersten Mal, hatte der Graf von Valerie am vereinbarten Tag den Osteopathen erneut an Leos Krankenbett kommen lassen. Es ging nicht mehr darum, ob Leo überlebte, sondern darum, zu wissen, ob es dem Arzt gelingen würde, ihr die Sprache wiederzugeben. Die Sprache, mit der sie, oder aber nicht, den Namen des Mörders von Odebeck nennen würde. Ohne diese Aussage bezweifelte Adamsberg, ob der Richter die Beschuldigung Kapitän Emery's aufrechterhalten würde. Der Beamte würde eine derartige Anklage nicht auf sechs Zuckerpapiere gründen, die außerdem, wie sich herausgestellt hatte, nicht den geringsten Fingerabdruck aufwiesen. Ebenso wenig auf seinen Angriff auf Ippolit am Brunnen, der in nichts bewies, dass er auch die anderen Morde begangen hatte. Adamsberg war noch auf dieses Problem konzentriert, als Dr. Elbow endlich aus Leos Zimmer kam, zufrieden und beschwingt. Der Arzt versicherte, dass vom morgigen Tag an Leo wie gewohnt reden würde. Sie hatte genügend seelische Kraft wiedererlangt, sodass er die Blockierungen hatte lösen können. Adamsberg wollte den Beginn der Besuchszeit nicht verpassen. Er wollte nicht, dass Kommandant Bourlon vor ihm bei Leo wäre. Mit Unterstützung Dr. Merlons und der Krankenschwester hatte er erreicht, dass man ihm dreißig Minuten vor der offiziellen Zeit das Tor öffnete. Um acht Uhr dreißig machte ihm die Krankenschwester diskret das Krankenhaustor auf. Leo erwartete ihn. Sie saß bereits angekleidet in einem Sessel. Sie sind sicher nicht nur um des Vergnüges willen hier, mich zu sehen. Nicht wahr, Kommissar? Wie gemeint von mir. Vorrigierte sie sich sofort. Sie waren es ja, der mich ins Krankenhaus gebracht hat. Sie haben bei mir gewacht. Sie haben diesen Arzt besorgt. Merlons hat mir erzählt, dass sie mich sogar gekämmt haben. Sie sind nett. Wir sind nett, erinnerte sich Adamsberg und sah die Gesichter der Vendermeer-Kinder vor sich. Zwei Blonde, zwei Dunkelhaarige. Und das stimmte ja auch beinahe. Er hatte Dr. Merlons aufgetragen, Leo vor allem nichts von der Behaftung Emerichs zu erzählen. Er wollte ihre Aussage ganz und gar unbeeinflusst. Das stimmt, Leo. Ich will es wissen. Louis, murmelte Leo. Es war mein kleiner... Louis. Emery? Ja. Können Sie es aushalten, Leo? Ja. Was ist passiert? Was war mit dem Zucker? Denn das haben Sie zu mir gesagt. Elo. Nach dem Namen der Schlacht. Flim? Und? Zucker. Ich erinnere mich nicht. Wann war das? Zwei Tage nach dem Überfall. Nein, das sagt mir nichts. Aber das Problem mit dem Zucker... Ja, das stimmte. Das letzte Mal war ich zehn Tage zuvor bei Saint-Antoine gewesen. Und ich hatte nichts bemerkt. Also vor dem Verschwinden von Herbie. Ja. Und an dem Tag, an dem ich sie getroffen habe, als ich auf Flimm wartete, habe ich da vor dem Baumstamm alle diese kleinen weißen Papiere auf dem Boden liegen sehen. Ich habe sie unters Lob geschoben, weil es so hässlich aussah. Mindestens sechs Stück, habe ich gezählt. Am nächsten Morgen musste ich wieder daran denken. Es geht doch nie einer über den Weg von Bonnwall. Sie wissen das. Ich fand es merkwürdig, dass jemand sich ausgerechnet zum Zeitpunkt von Herbiers Ermordung dort herumgetrieben hatte. Und ich kenne nur einen Menschen, der sechs Stück Zucker hintereinander ist und der die Papiere nicht zerknüllt. Louis. Er hat manchmal diese Unterzuckerungstrisen, verstehen Sie, Zustände, wo er wieder auf die Beine kommen muss. Am nächsten Tag also habe ich mich gefragt, ob Louis dort vorbeigekommen war, ob er die Leiche im Wald gesucht hatte und, wenn es so war, warum er es dann nicht gesagt hatte und vor allem, warum er sie nicht gefunden hatte. Ich war neugierig und habe ihn angerufen. Louis sagte, er käme vorbei. Gleich als er eintrat, hat er sich auf mich geworfen. Hier ist der Mörder von Ordebeck, Leo. Auch von Herbie. Von Herbie und einigen anderen. Louis? Mein kleiner Louis. Louis. Ja. Das sagen Sie mir. Warum haben Sie ihn ... Ilo genannt? Und nicht Louis? Das war sein Kosename. Als er ein Knirz war, sagte Leo, mit dem sich verändernden Blick er plötzlich die Vergangenheit hochkommt. Es war ein Scherz seines Vaters, der ihm eine Trommel geschwind hatte, aber ein Scherz, bei dem er sicher schon eine militärische Zukunft seines Sohnes im Auge hatte. Das hat sich gehalten, bis er hat sich gehalten, bis er fünf Jahre alt war, die kleine Trommel von Elohu. Der kleine Elohu. »Hab ich, habe ich, habe ich, habe ich ihn tatsächlich so genannt?« Zur gleichen Zeit platzte in den Medien die Bombe, Herr Faire Clermont Brasseur, und sorgte für einigen Wirbel. Man fragte sich begierig, ob die beiden Brüder nach dem Verbrechen gedeckt worden wären. Allerdings ohne die Frage weiter zu vertiefen. Auch ohne sich noch lange bei der Verhaftung des jungen Mohammed aufzuhalten. Die ganze Aufregung würde nicht lange dauern.